Gut. Ich sag Howdy. Ja, genau, ich sag Howdy. Was sagt ihr? Da muss doch auch noch was mitmachen. Sieht man, wer online ist? Nö, aber... Ich frage mich, ob ich beim Anrufen irgendwo sehen kann, welcher Charakter online ist und welcher nicht. Das ist halt auch die Sache, ne? Ich weiß nicht, ob Eddie da ist oder nicht. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, hey, oh, Eddie, schlaf weiter. Sieh mal perfekt. Ich geh doch mal auf die Toilette. Gut. Schade, kein Spiegelbild. Dann gucken wir doch als erstes wieder mal aufs Handy. Sollt ihr jetzt alles soweit da haben? Oh, Paige Minder. Hallo Ariane. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Sie können sich jederzeit wieder bei mir melden. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank, Paige. Paige. Habt ihr mitgekriegt? Also der Job, den ich abgesagt habe? Ariane abgesagt hat? Zwischen ich und Ariane. Ihr wisst, dass ich ja Ariane mein. Hallo Ariane, danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Sie können sich jederzeit gerne wieder melden. Liebe Grüße, Paige. Und da hab ich jetzt einfach nur geschrieben, vielen Dank, Paige. Melody. Ach, und wir müssen uns mal wieder treffen. Hab was für dich. Melody. Echt? Echt? Wann hättest du denn Zeit? Melody hat geschrieben, ach, wir müssen uns mal... Nee, äh, wirst du? Ach, und wir müssen uns mal wieder treffen. Hab was für dich. Und ich hatte im Chat gerade so ein, ähm, sowas mit Streamsniper oder so gelesen. Melody hat mich, also wie wir uns gerade, wie wir uns kennengelernt haben, hat mich halt... Ich hab, ich hab sie angesprochen. Ich war das. Und ich find's halt, ich find's halt cool. Es bringt super Abwechslung rein. Und, äh, ich freu mich schon, wenn Melody auch irgendwie mit den ganzen Leuten da gekennen, gekennenlern zu tun hat. Es war auch mal schön so... Ja, es war sehr locker. Also ich hab geschrieben, Melody! Echt? Wann hättest du denn Zeit? Frau Collins! Hallo Frau Collins! Ich hab wirklich Frau Collins! Hallo Frau Collins, Isabelle! Äh, das klären wir, wenn du Zeit hast. Ich hab sie geschrieben. Ich hab schon wieder sie geschrieben. Ähm, das klären wir, wenn du Zeit hast, um es dir zu holen. Supi! Ähm... Supi! Ich hätte heute Zeit. Hätte heute Zeit, das Dutzen übe... Warte, übe ich noch? Ähm, ne, ne? Das Dutzen übe ich noch. Das Dutzen übe ich noch. Warte. Versprochen. Haha. Ne, warte. Ich mach dir... Das tut ja Arianus-Miley-Serkzeug. Also, Frau Collins hat geschrieben, wegen dem Fahrrad, ne? Und ich hab ja gefragt, wie viel wollen sie da fahren? Sie. Weißt du was? Ich lass das immer. Sie, du. Sie, du. Aber ich behalte Frau Collins. Ähm, das klären wir, wenn du Zeit hast, um es dir abzuholen. Äh, supi! Ich hätte heute Zeit, das Dutzen übe ich noch. Versprochen. So. Warte. Das ist noch Eddie. Und hier haben wir jetzt... Da hat er gerade... Da kann er gerade was Neues. Ach so! Habt Zeit, müsst ihr nur... Äh, müsst ihr nur kurz holen. Habt die Überraschung im Hotel. Oh, in welchem Hotel bist du denn? Ich bin auch im Hotel. Ähm, eigentlich ist es doof, muss ich auch sagen, dass Ariane ihr direkt vertraut. Ähm, sollte Melody da irgendwann irgendwas versuchen, ist es aber auch interessant, finde ich. Ariane ist halt ein bisschen gutgläubig. Nicht sehr. So wollte ich sie auch nicht haben. Aber was das angeht, ist Ariane viel zu gutgläubig. Bei Männern nicht. Bei Männern hättest du nicht gerne. Bei Männern ist da auch die ganze Zeit doch... Sobald es irgendwie ein bisschen weiter geht, ist sie misstrauisch. So. Äh, hab Zeit, müsst ihr nur kurz holen. Oh, in welchem Hotel bist du denn? Ich bin auch im Hotel am Stadtpark. So. Ähm... Äh, natürlich ist Ariane naiv. Äh, aber die Ariane von... Ihr habt ja ganz am Anfang, als ich im, äh, Pidi war, und bitte an die, an die, an die Regeln halten. Ähm, als ich im Pidi war, da war, äh, Ariane sehr, sehr lalalalalala. Und jetzt überlege ich mal, was alles passiert ist. Natürlich ist Ariane jetzt nicht mehr so naiv. Ähm, aber sollten wir jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaub, du kannst sie gut veräppeln. Sie glaubt sehr viel. Kenn ich irgendwoher. Nee, ähm, aber ich glaub, du kannst sie wirklich gut veräppeln. Oder sagen, ähm, ja, hey, äh, wir gehen heute auf eine, auf eine fette Party und so und dann, äh, und dann irgendwie was ganz anderes machen. So, das... Ich kann... Ich kenn jetzt kein Beispiel. Aber, ähm, dass sie natürlich nicht mehr so naiv ist und natürlich nicht mehr jedem glaubt, ist ja offensichtlich. Nee, die wurde jetzt von so vielen Leuten verarscht. Sag mal Walter Weiß. Carsten. Hm. Melodie sich an die Party erinnert. Ich könnte Melodie ein bisschen ausfragen über die Party. Das ist übrigens kein Meter, das hab ich jetzt gesagt, ne? Oh Gott, ich guck, ich guck. So. Ähm, Ariane kann alleine raus, sie ist verkleidet. Das ist nicht mein Fahrrad. Warte, ah, das... Okay, das ist blöd, dass man sich zurückgeben. Das heißt doch gar nicht, ich glaub, Eddie ist, äh, nicht da. Oder? Äh, bin auch, äh, an einem Stadtpark, äh, das bei dem Parkhaus. Sollen wir uns dann direkt im Stadtpark treffen. Äh, ich hab Eddie auch falsch eingeschaut. Entschuldigung. Ich hab Eddie auch falsch eingeschaut. Ich weiß euch vor. Ich weiß nicht, ob er online ist. Deswegen weiß ich grad nicht. Eigentlich müsste er hier ja liegen. Und pennt gerade. Ich hör nix. Bin auch im Hotel, ähm, also, wenn ich spawne und ich bin im Hotel oder im, ähm, Apartment, dann müsste man, ähm, dann müsste man in die First Person gehen, weil sonst hätten wir... Kann ich euch gleich zeigen, was wir da hinten. Hupala. Kann ich euch gleich zeigen. Äh, Ausrufezeichen RP, da gibt's übrigens die Chatregeln. Die sind immer ganz anders, äh, wenn wir GTA RP spielen. Steht aber auch im Titel. Haben die Mods alles gemacht. Und, äh, ja, äh, warte mal, warte mal. Ach so, ja, bitte kein Namecalling. Scheiße. Ich krieg das schon hin. Wenn dich einfach, wenn du wach bist und Zeit hast. Schrieben, hey, Eddie, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe noch deinen, äh, Fahrradschlüssel. Sag Bescheid, wenn du ihn brauchst. Ich will da ein bisschen frische Luft schnappen. Melde dich einfach, wenn du wach bist und Zeit hast. So, da hat Melodie noch geschrieben. Können wir machen. Okay, super. Ich würde dann auch direkt mal rausgehen. Mein Oberteil, mein Rüschen-Oberteil ist übrigens bei Eddie im Apartment. Deswegen kann ich immer noch nicht die Hose kaufen. Ich hasse alles. Ich muss die Miete hier bezahlen. Also, Zimmer 47. Du bist drei Mieten im Verzug. Enter. Das ist wahr, ich kündige jetzt erstmal. Mietstuch nach kündigen. Aber dann müsste ich, das Blöde ist halt, wenn ich die Wohnung, ich will es nicht kündigen. Aber ja, guck mal, wenn ich jetzt, ähm, technische Frage, liebe Motz, ne? Ich drücke Enter, nichts funktioniert. Ich glaube, ich muss da wirklich nochmal, funktioniert nicht. Ja, zum Automaten wollte ich eh, aber ich schwöre euch, ich habe ja nur ein Konto gesehen. Achso, ich wollte es jetzt noch zeigen. Also, die Wände wären schwarz gewesen. Hätte ich jetzt da, wäre ich da in die andere Perspektive gegangen. Habe ich die Brille auf? Ja. Achtung, ich muss da was schreiben. Ich versuche es dir zu erklären. Ich versuche es dir zu erklären. Irgendwann aber kannst du mich bitte Adrian nennen, wenn wir draußen sind. Boah, ey, ich fühle dieses Outfit einfach so sehr, ne? Ich fühle das richtig. Okay, alles klar. Okay, alles klar. So. Was ich noch machen wollte, ich wollte ja noch auf, äh, auf Adventure gucken. Okay, alles klar. Ja, ganz kurz mal. Die vielleicht klingt etwas neu. Boah, Bilder sind einfach so cool, ne? So cool. Ich hätte gerne genau diesen Shader. Also, ist hier nichts Neues? Moment. Nachher hat er ein Schlammerung. Melodies, glaubst du? Oh, okay. Ich habe scheinbar, Kleidung abzugeben. Frau Collins hat er noch nicht geantwortet, ne? Warum hat Melodies für mich ein Geschenk? Die müsste doch auch arm sein. Was soll das? Die fahren hier einfach wie die besenkten Säue, ey. Ist ja unfassbar. Boah, was? Kann jemand zusammenfassen, was nach Bobs Tod passiert? Ich bin voll raus. Uff. Uff. Äh. Schwierig. Schwierig. Ist anscheinend erfolgreicher als DJ. Ich würde es dir sehr wünschen. Ich glaube, da hinten ist sie schon. Ja, sie feilt ihre Nägel. Es ist zu viel vorgefallen. Alles. Ja. Sehr viel. Ja, leider. Genau, dann gehe ich gemütlich bei Rot über die Kreuzung. Äh, die Ampeln sind nicht gesyncht. Sieht für jeden anders aus. Deswegen ist es völlig okay. Aber nach rechts und links gucken, mache ich mal eine Sicherheitshalber. Da ist mein... Ah, das ist der Automat. Da muss ich gleich nochmal hin. Ist das Melody? Scheiße, die hat andere Haare. Hau mal lieber auf die Kreuzweiler. Ja. Ich glaube, die hat andere Haare. Das ist die里. Oh, Lord. So, ich sitze auf einer Bank und kann von hier aus aufs Gerichtsgebäude schauen. Sagst du mir kurz Bescheid, wenn es losgeht? Bitte kein Name-Dropping im Chat. Ich mache immer liebend gerne Werbung für die Leute. Aber bitte, bitte kein Name-Dropping. Ariane ist reich, weil sie 2000 Euro von Maxwell bekommen hat. Oh ja. So. Melody! Entschuldigung! Hallo? Oh, ich glaube, ich habe sie verwechselt. Sie sind nicht Melody. Äh, doch. Melody, was soll das denn? Du bist ja fast wie verkleidet. Was? Was ist denn mit den neuen Haaren? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Guck mal, wie lang die sind. Wow, wow! Extensions! Hammer! Ja! Das sieht richtig gut aus. Haben auch 130 oder so gekostet. Ja, ist ganz schön teuer hier. Deswegen konnte ich mir auch keine Haare leisten. Okay, Melody, ich muss dir ganz kurz alles erklären, aber ich kann dir leider nicht alles erklären, weil das bestimmt super seltsam für dich ist. Okay, ich höre zu. Okay. Ähm, ich musste mich ein bisschen verkleiden, weißt du. Ich, äh, es sind... Ich hab wirklich... Melody, ich hab nichts Böses getan, das musst du mir glauben. Und ein paar böse Menschen sind angeblich hinter mir her. Das ist nämlich auch ein bisschen paranoid. Ähm, und deswegen... Oh, der ist ein Müllmann. Und deswegen bin ich verkleidet. Und es wäre cool, wenn du mich Adrian nennst, damit mich keiner erkennt. Ja, alles gut, alles gut, ich kriege mal hin. Ja, du kannst doch sagen, ich bin dein Freund, hab ich gar kein Problem mit. Falls da irgendwie ein Typ kommt. Ja, aber Melody, erzähl mal! Wie geht's dir? Ja? Ja, muss, ne? Muss. Nicht so gut. Muss. Hab ich jetzt noch keinen Job. Oh, scheiße. Läuft sich mit der DJ-Karriere. Na, von DJ-mäßig hab ich noch gar keinen getroffen, nur. Oh, scheiße. In Clubs. Mal schauen. Ist wahrscheinlich auch heute keine fette Party, oder? Nee. Nicht wirklich. Mann. Aber das Letztes war schon ganz cool. Sag mal, Melody, kannst du dich an alles erinnern? Ich glaub, ich hatte einen klaren Kopf als du, ja? Ja, weil... Ja, ich hatte den offensichtlich nicht, denn ich hab den totalen Filmriss. Ich hab wirklich... Das hatte ich ja noch nie so krass. Ich bin auch irgendwie... Du hast gesoffen. Ja. Du hast einen Burger gefressen. Ja. Du hast gesoffen. Oh, okay. Dann warst du kurz wieder klar, dann hast du wieder gesoffen. Und dann wart ihr weg. Wer war weg? Ihr alle. Weißt du noch, wer da alles dabei war? Oh. Weißt du noch, wer da alles dabei war? Äh... Muskerra war dabei. Das weiß ich. Oh, ja, läuft ja schon mal gut. Das klingt ganz gut. Oh! Kannst du mir sagen, hab ich den angemacht? Nein. Hast du nicht. Oh, Gott sei Dank. Nee, nee, den hast du nicht angemacht, nein. Oh, oh, warte! Wen hab ich angemacht? Melody? Eddie. Achso, ja, der ist ja mein Verlobter. Da ist ja okay. Oh, was? Was meinst du mit vom Feinsten? Und ihr habt euch ein Küsschen gegeben. Was? Ja. Hat die ganze Zeit mit anderen Typen sich umarmt. Und das fandest du dann doof. Dann habt ihr euch gestritten und dann hab ich mit den anderen zusammen organisiert, dass wir euch dann doch wieder versöhnen. Äh... Warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob Eddie weiß, was Küssen ist. Ähm, was genau haben wir getan? Hat er das als Küssen interpretiert? Ich weiß es nicht. Wir haben euch danach alleine gelassen. Danach wart ihr wieder betrunken. Um Gottes Willen. Und du hast deine Schuhe irgendwie, glaub ich, gelassen. Ja, offensichtlich hab ich die... Oh. Ne, warte mal. Ich hab die, glaub ich, im Schrank. Ah, Scheiben. Ja, okay, ähm... Ich glaube, Eddie muss das auch erstmal nicht wissen. Weißt du, der ist ein bisschen... Der ist so lieb, aber der weiß nicht, was das alles heißt. Und ich weiß wirklich nicht, was wir da gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein echter Kuss war. Äh... Ich weiß es auch nicht. Also, das ist da... Von unserer Seite sehr... Äh... Okay. ...schmechtet aus. Weißt du, ein Beispiel? Er hat mal gesagt, er will mich in sein Apartment nudeln. Und ich war... Ich war ein bisschen verunsichert und als wir da hingekommen sind, haben wir zusammen Nudeln gekocht. Verstehst du? Deswegen frag ich, was für ein Kuss das war. Oh Gott, Jane, dann sag das alles. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig mit ihm. Nudeln? Ja. Mhm. Naja. Aber die Nudeln sind es gut. Für ein alter Ente. Ja, ich hab sehr lange dafür gebraucht. Ich glaube, die waren wirklich zusammengeklebt. Wir haben sie nämlich nicht gegessen. Ja, okay. Ja. Oh Mann, ey. Melody, wir müssen dich zum DJ machen, unbedingt. Vor allem ist dann endlich mal mehr Party hier. Ja. Ja, wir schauen mal, was draus wird. Ich hab vorher noch mit Musqueira geredet, der stand hier. Wirklich? Oh. Ja. Und? Wie war's? Mit so einem anderen Polizisten noch daneben, der mein Tattoo auf der Brust gesehen hat. Ja. Okay. Welcher Polizist guckt also auf Brüste? Lass mich überlegen. Ich weiß es nicht. Wie sah der denn aus? Gebräunt. Und Haare. Aha. Wie viele? Nicht mehr viele? Hatte nichts Markantes. Oh. So. Okay. Aber warte, warte. Ich hab ja was für dich. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach. Ich hab mir ne Hose gekauft gehabt und er hat mir sie zweimal eingepackt und ich dachte, dir gefällt's vielleicht auch. Oh wirklich, Melody, was möchtest du dafür haben? Nichts. Aber warte mal, Melody, du bist doch auch einigermaßen neu in der Stadt. Wirst du wirklich nichts dafür haben? Ja. Nee. Alles gut. Ich bin keine, die irgendwie ihr Geld braucht. Okay. Vielen, vielen Dank, Melody. Ich müsste die zuhause anprobieren, weil ich glaube, mit sowas würde ich mich dann doch wieder erkennen. Weil das ist ja eher so auch meine Gatterobe. Oh, das ist voll lieblich. Ein bisschen enger anliegender. Ja. Da muss ich doch direkt mal... Komm, Melody, das hab ich so lange nicht mehr gemacht. Ein High Five. Komm her. Ja, das ist das beste High Five ever. Super. Dankeschön, Melody. Das war echt nice. Ja. Find ich auch. Macht man hier wohl ein bisschen anders. Ich hab's gelernt. Warte, warte. Vielleicht kriegen wir's nochmal hin. Warte, wir versuchen's. Ich konzentriere mich. Okay. Melody, High Five. Ja, genau. Super. Super. Vielen, vielen Dank. Die Hose steht hier aber auch verdammt gut, muss ich sagen. Danke, danke. Entschuldigung. Das ist die, wo ich dich auch zur Party anhatte. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Ja. Und jetzt hab ich noch eine Cousage dazu geholt. Und eine weiße Schuhe. Ja, das sieht richtig gut aus. Die weißen Schuhe hatte ich ja. Auch bei der Party? Nee, da hatte ich High Heels an. Ah, okay. Ja, ich hab überlegt irgendwie, ich muss immer noch einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Der wäre morgen, also falls du interessiert bist, weil, äh... Ja. Für den Führerschein, ne? Ja. Oh Gott, ich und den Führerschein? Ja, das... Achso, das gleiche hab ich auch gesagt, um ehrlich zu sein. Ich fülle an die auf dem Fahrrad und habe nur mit links, aber... Ja, ich... Aber ich hab mir auch noch irgendwie besorgen. Ich krieg heute wahrscheinlich eins, aber weißt du was? Wenn ich einen Führerschein hab, machen wir irgendwann einen Roadtrip. Wuhu! Boah, das wär so cool. Ja! Party! Im Auto! Muss da hin! Ja! Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken bei meinen Nachrichten. Okay, alles super! Verlobter Pens! Hast du heute noch was vor? Neee! Sollen wir ein Ründchen laufen? Wollen wir mal machen! Oder... Weißt du, Melodie, was ich schon immer machen wollte, war mit dem Busfahren? Ich auch noch nie. Ich weiß nur nicht. Hast du das was? Bitte? Busfahren los! Ich... Ich weiß halt auch nicht, wie teuer das ist. Wäre ich zu sein. Ja. Weiß es auch nicht, sonst müssen wir noch Geld holen. Ja, ich weiß nur, wenn du hier Taxi fährst, dann musst du mit deiner Niere bezahlen, so teuer ist das. Ach, du Heilige. Ach. Besser... Nee, warte. Da ist ein Geldautomat. Oh ja! Da wollte ich eh mal hin. Ich hab ein Problem mit meiner Miete. Wie? Naja... Oh, pass auf! Pass auf, Melodie! Pass auf! Ich kenn da nichts! Entschuldigung! Das ist ja sein Problem, wenn er mich überfährt. Haha. Dann schön alles zahlen. Keine Sorge, die Hose hält jeden Knochen zusammen. Was gemacht? Haha. Ah, jetzt verstehe ich. Einen Moment. Muss ich kurz gucken, ob ich das hier auch... Kann ich das hier auch direkt vom Konto auf Konto? Natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier den hier mach... Ah, da muss man erstmal wissen, ne? Da muss man erstmal wissen. So, jetzt würde ich Geld abheben. Warte, 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 warte. Ich hab ja gerade vorbei gefahren und es heißt Tim Maus. Bitte was? Ich hab ja gerade vorbei gefahren und es heißt Tim Maus. Haha. Okay. Hat ein Foto von keinem Auto gekauft. Warte, ich bin sofort fertig. Alles gut, mach mit, dann mal mit da rüber. So. Ach, was soll's, machen wir mal hier. Wo braucht man denn hin? Grundsätzlich würde ich immer sagen zum Pier, aber irgendwie ist da nicht so viel los, wie ich das gerne hätte. Ja. Muss man kurz was essen. Wo ist denn was los? Im Peti ist immer was los, aber da wollen wir nicht hin. Nö, da wollen wir nicht hin. Obwohl ich da auf jeden Fall heute noch jemanden treffen muss. Frau Collins, hast du sie kennengelernt? Äh, war die auch auf der Party? Ja, sie war auch auf der Party. Äh, das war doch die, die da mitgesungen hat. Oh ja, stimmt. Stimmt. Ich weiß, dass sie da singen wollte. Hat sie es gemacht? Ja, hat sie es. Ach, cool. Herr Muskel hat auch gesungen. Was? Oh mein Gott. War es gut? Ja. Oh mein Gott. Oh, ich hätte so gerne noch alles mitgekriegt. Ich meine, ich hab's ja eigentlich mitgekriegt. Ich erinnere mich nicht. Ich musste ihn so fragen, ob das nochmal für dich sinkt. Ich weiß nicht mehr. Boah, das wäre schön. Oh, ich weiß. Der ist immer... Er hat ein kleines Aggressionsproblem. Er ist aber super nett. Wirklich richtig nett. Okay. Er war zu mir extremst nett. Ja. Ja, ihr könnt auch. Er hat... Naja, weil ich ja... Ich soll ja nicht so alleine rausgehen, weißt du? Wegen Gefährlichkeit und so. Genau. Stimmt. Stimmt. Und ähm... Er hat mir ne kleine Standpauke gegeben, als ich einfach abhauen wollte. Ja, okay. Kann ich aber verstehen. Ja, ich weiß. Wenn du so ganz, ganz alleine unterwegs bist. Ich weiß. Ist doch nicht gut. Nicht wenn dich Leute packen wollen, ne? Ist nicht gut. Ja. Nicht machen. Ich meine, es ist ja nicht hundertprozentig sicher, dass die das machen wollen. Aber sicher ist sicher. Ja, trotzdem. Daran merkt man doch, dass ihnen das an dir liegt und so. Ja, das stimmt. Ich will halt auch nicht, dass hier noch irgendwas passiert oder so. Muss nicht sein. Wenn mir was passiert, musst du auf jeden Fall deine Hose wieder mitnehmen. Ne. Ich vermache sie dir. Ich vermache sie dir. Ich vermache sie dir. Ja. Ja. Ich vermache sie dir. Ich vermache sie dir. Das wird einfach meine Ärmel. Ich vermache sie dir. Ja, Melody, jetzt kannst du zunehmen. Let's go! Ja, nice. Peter. Wenn ich sterbe, soll Melody zunehmen. Oh, ich glaub, ist da vorne eine Bushaltestelle? Da ist eine Bushaltestelle. Oh, super. Ja, ja. Oh, Moment. Ich vermache sie dir nicht. Taxi. Tschüssi. Bye-bye. Du wollte ich nicht. Das ist Taxi. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ja, das frag ich mich auch. Ich glaub, ich würd auch erst mal fragen, wie teuer vielleicht so eine kleine Runde... Hast du schon viel von Los Santos gesehen? Also hier in der Stadt hab ich sehr viel gesehen, weil ich sehr viel Fuß gelaufen bin. Oh. Oh, das ist schön. Oh, ich bin so leidisch. Ich bin hier so ein bisschen... Das Frenchies. Ich hoffe, dass dann auch wieder irgendwann mal auf... Ja. Schlimmer. Lauf dir auch so oft vorbei im Stadtpark. Oh, ich hab so Hunger. Du hast ja gesagt, ich hab einen Burger gegessen. Das passt dir gut. Ja. Hast du. Danach ging's dir auch besser. Ja. Habe ich gebrochen? Nein. Mach's kurz davor. Oh. Du hast aber dafür das Klo auf dem... Also in Bahama-Mamas hast du vielleicht so ruiniert. Oh Gott, okay. Okay, wir wechseln dann mal besser das Thema. Ich schau mal, äh... Nein, auch wenn's schon wär der Fahrplan gewesen. Und schon kann ich leider nicht rein. Das nervt mich. Oh, stimmt. Hast du dir noch kein Account gemacht? Ach, hab ich, aber ich bin nicht freigeschaltet. Oh, verdammt. Oh. Oh. Oh Mann, ich kannte da mal jemanden. Die hat mir das... Ach, Mann, ist das so schade. Ähm. Um die Uhrzeit haben die auch nicht mehr auf, oder? Weiß ich gut. Was ist denn hier los? Kleidung abzugeben. Ich hab von einer Freundin ein paar Sachen bekommen. Nun hatte ich ein wenig Zeit, mich mal durch den ganzen Kleiderschrank zu dörteln und hab ein paar Kleidungsstücke aufzugeben. Ja, das hatte ich gerade auch gesehen. Du hattest dich bei mir. Äh, wie? Ne. Suspekt. So, ich schau auch mal gerade. Wie fandet ihr die Krass-Förer-Party in Bahama Mama? Sollte öfter standfinden, lieber einen Live-DJ. Live-DJ. Hallo. Hi. Ja, wenn du die... Eigentlich wäre das ja jetzt deine Chance. Naja, eigentlich, ne? Ja. Oh. Wir schauen mal. Hier ist ein Foto von mir. Mein Foto. Ich hab das... Ich bin so neu hier... Ich hab das noch nicht gesehen. Ich bin viel zu selten hier drauf. Ach, ist das süß. Die Farben von den Autos? Nein. Ne, pink will ich nicht. Das ist rosas. Ich glaub, ich kommentier das mal. Ich bin so stolz. So. Woher ist der Bus? Ich hatte das irgendwann mal irgendwo gesehen. Ich vergleiche das nochmal ganz kurz. Was habe ich denn hier gemacht? Achso, das ist glaube ich noch für Melodie, ne? Ich hatte irgendwo den Bus. Verlobte. Ja, ich hoffe. Ich wollte es nicht so over sagen und ich sehe verdammt gut darauf aus. Hm, Vanilla Unicorn, boah. Irgendwann muss ich da mal hin, ey. Irgendwann. Öffnungszeiten, Just Ride. Was ist denn ein bisschen? Das ist, glaube ich, Just Ride. Gebt mir die Buslinie, Mann. Ich weiß ganz genau, was das hier war. Ich dachte es einfach hier, warte. Bus. Downtown Cap. Ja, das ist doch. Verdammt, ich bin mir so sicher, dass hier der Bus fährt. Hoffentlich hatte der keinen Unfall. Äh, ja. Keine Ahnung, also vorhin habe ich noch Busen gesehen, aber... Ich hatte gerade noch eine Anzeige vom Vanilla Unicorn. Ich habe da mal einen König... Aber was? Ja, ich habe da mal einen König getroffen. Und da waren sehr suspekte Gestalten, aber es sah aus, es wird da immer Party sein. Ist aber auch ein bisschen weiter weg. Okay. Ja. Ja. Hast du noch eine Idee? Hm. Ich kann einfach mal schauen, wo das ist. Warte mal. Wo ist denn hin jetzt? Ich wollte gerade mal schauen, wo das Vanilla Unicorn ist. Also wenn ich mich nicht täusche, wo ich vorhin langgelaufen bin, da hinten. Was meinst du? Wie lange bin ich, wenn wir zu Fuß brauchen? Dehn Minuten. Hast du Lust? Oder hast du eher Zeit? Den ganzen Abend Zeit. Ja, dann let's go. Das war eine neue Unicorn. Die Taxen fahren auch wirklich für die besenkten Säulen hier. Wie man es, Leute? Ja, das stimmt. Ich habe hier auch schon einige gesehen. Die sind da, was weiß ich, in Lichtgeschwindigkeit gefahren. Hm. Dann schauen wir mal, wo das ist, wo? Ich glaube, das war in die Richtung. Und dann irgendwo auf der linken Seite. Okay. Melody, wenn da was ist, dann hoffe ich, dass ich da... ...dass ich da auch rein darf. Weil... ...naja. Ich bin dein Freund Adrian. Wer weiß, was das da ist. Es sah wirklich aus, als hätte man da... ...so ein bisschen aus wie Bahama-Mamas. Hm? Fahren, schreiten wir mal. Fahren. Man hätte auch mal halten können, höflicherweise. Ich hatte ein bisschen Angst um mein Leben. Für eine Millisekunde. Das ging aber nur. Hattest du hier irgendwelche gefährlichen Situationen schon? Nee. Weiß jetzt noch gar nicht. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen. Oh Mann ey, du machst Sachen. Ja, du weißt du, ich mach gar keine Sachen. Das ist ja das Ding. Du geratest rein. Ich gerate einfach rein. Naja, ich glaube, mein Verlobter, der hat damit auch viel zu tun. Ich mach mir wirklich Sorgen um ihn. Ich mach mir gerade auch ein bisschen Sorgen. Ich hoffe einfach jede Minute meines Lebens, dass dir nichts passiert. Ich glaube, das ist auch wichtiger. Naja. Oh Gott. So. Warum bist du nicht mit dem Fahrrad unterwegs? Ich hab keins. Achso, ich dachte, der hättest. Da hab ich mich aber voll gehört. Nee. Ich hab zwar die Nummer von denen, aber es hat auch noch keiner erreicht. Oh, schade. Ist das sehr teuer? Weiß es nicht. Uff. Weißt du, ich hatte mal... Ich glaube, das war so mein... Mein erster Tag, glaube ich, sogar. Nee, mein zweiter. Ähm, bin ich rausgegangen. Da hab ich dann jemanden getroffen. Meinte so, hallo. Und er meinte, jo, hallo. Und sag ich, schönes Fahrrad. Dann meinte er, willst du das kaufen? Und das sah jetzt wirklich nicht so geil aus. Und dann meinte ich, ja, für wie viel? Und ich denke, dann ist es gebraucht. Er meinte, 300 Dollar. Okay. Da hab ich gedacht, ja. Nö, 20 vielleicht und dann ein Deal. Ja, wer weiß, wie die Neukosten macht. Ja, davor hab ich ja wirklich ein bisschen Angst. Deswegen hoffe ich, dass ich da irgendwie mit Frau Collins einen guten Deal hinkriege. Ja, drück dir die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, aber man muss es auch positiv sehen. Wir trainieren ein bisschen unsere Beine. Wir skippen gerade kein Leckweg. Oh. Oh, das sind aber viele Katzen. Hörst du das? Ein Tauben. Ja. Wir hatten letztens eine Ratte in der Wohnung. Irgendwie glaube ich, dass Sanders wirklich ein Sauberkeitsproblem hat. Unsere Wohnung ist aber sauber. Deswegen war ich ein bisschen verwundert. Okay, ich hab sie noch nie geputzt. Aber sie sah auf jeden Fall sauber aus. Wer weiß, wo das Loch ist. Ich hatte ja auch nur Essen gerochen. Ja, das stimmt. Das ist einfach durch ein Loch in der Wand oder so. Keine Ahnung. Ich muss da mal alles ein bisschen absuchen. Ich glaube, könnte es nicht das sogar da vorne sein? Gut, Katze. Bitte? Achso, die Katze. Was passiert so sehr? Oh, da steht irgendwas von Gold. Vanilla. Das ist Gold. Ach, jo, da ist es ja. War ja doch nicht so weit weg. Entfernungen habe ich noch nicht so gut drauf. Okay, Melody. Mal gucken, wer von uns zuerst den Führerschein und der erste Hilfekurs hinter sich hat. Äh, du. Ah, ich glaube nicht. Den Führerschein werde ich so schnell nicht machen. Ah, aber mir ist das Problem. Ich kann Donnerstag meistens nicht. So. Warum hätte ich eh keine Zeit dafür. Keine Lust. Ja. Mal sehen, was ich morgen mache. Warte einmal kurz. Du hast mal einen Geburtstag. Du hast mal einen Geburtstag? Ja. Oh, wie feierst du den? Wahrscheinlich gar nicht. Oh nein. Oh, das tut mir so leid. Außer dich kenne ich halt hier keinen. Naja, vielleicht wollen wir heute reinfeiern. Schauen wir mal, ne? Wäre doch eine Möglichkeit. Oh, die Girls, doch die meinen bestimmt nicht das. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, das wird offen. Ich warne dich vor, hier wohnt ein König. Der König der Brücke. König der Brücke? Ja. Der hat einen ganz komischen Namen und der hat sich aber auch sehr lieb vorgestellt. Der wohnt da hinten irgendwo. Okay. So, was ist das denn für eine Sauerei? Ach, schrecklich. Ich schmeiße das einfach hin. Ja. Private Club. Members only. Ach, verdammt. Okay, Tür ist zu. Oh, hier ist ja gar nichts los. Schade. Oh, Bruder. Verdammt. Honey Girls? Okay. Ähm. Interessant ist es. Oh, warte. Das steht ja auch da. Ich dachte, das gehört. Weil ich hab's da gelesen und dachte, okay, das kann's ja nicht sein. Hier ist ein Club. Und die Bilder? Oh. Oh ja, die haben aber was. Ist das. Ist aber keine Kunst, glaube ich. Ich schau mal. Da von den Neunicorn. Ich hab so das Gefühl, das ist ein Swap Club. Oh. Das erklärt die zwielichtigen Gestalten, weißt du. Äh, Gestalten, ja. Verdammt. Melodie, es tut mir leid. Ich wollte dich hier nicht hinbringen. Oh, du meintest ja, du bist schon hier vorbeigelaufen. Okay. Oh, Mann. Oh, das sollte wirklich... Ich bin grad immer überlegen, ob ich doch zum PD gehe. Aber du meintest ja, du wachst. Dann laufe ich mit dir da hin. Wirklich? Ja. Du musst nicht alleine laufen wollen. Du bleibst jetzt nicht alleine. Kannst du knicken. Oh, Melodie, du bist so lieb. Dankeschön. Dafür. Sorry, aber wenn du mir erzählst, dass du hier eingepackt werden könntest. Danke. Ja, aber schau mal. Du bist nicht alleine. Schau mal, Melodie. Ich will natürlich auch nicht, dass du in Gefahr bist. Das wäre auch ganz furchtbar. Warte, was sagt mein Vater immer? Wer dich hinführt, bringt dich nach 10 Minuten freiwillig zurück und zahlt drauf. Okay, das ist gut. Das merke ich mir. Das ist wirklich gut. Du musst deinen Führer einfach zu labern. Wenn du nicht glaubst, dann habe ich ein Talent. Mir muss sagen, dass ich das gut kann. Ja, aber wer weiß, ne? Ja. So betrunken kannst du es auf jeden Fall gut. Ich habe von nichts gehört. Wer sind sie? Ich kenne sie nicht. Nehmen Sie mich nicht an. Was möchten sie? Bitte wechseln Sie die Fraßenseite. So, ich hoffe, Frau Connets ist in Petey. Was versucht sie anzurufen? Ich habe ihr eine Nachricht geschickt, aber ich kann doch mal anrufen. Moment. Eigentlich, dass wir jetzt umsonst seinlaufen. Ja, das wäre nicht gut. Hi, Ariane. Hallo, Frau Collins. Geht es Ihnen gut? Wie geht's dir? Ja, kommt noch auf Arbeit. Oh, ja, mir geht's auch ganz gut. Ich wollte nochmal wegen dem Fahrrad nachfragen. Wann wäre es denn okay? Wie lange bist du denn da? Ja, noch ein Weilchen. Noch ein Weilchen. Wie wäre es mit 22, 30? Passt dir das? Ja, das ging ganz gut. Okay, dann würde ich mich bei dir melden, weil dann gehe ich aus der Dienst später. Okay. Und dann können wir uns treffen, dann gebe ich dir das Fahrrad. Damit du mobil bist. Perfekt. Aber, ich bezahle dafür. Ja, alles gut, das kriegen wir hin. Da haben sie uns nicht scheitern. Alles gut. Okay, machen wir. Dankeschön. Dann hören wir uns später. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, um 22.30 Uhr, Melodie. Ui, da haben wir ja noch. Ja. Über eine Stunde. Wann, aber ich weiß immer noch nicht was. Ja, ich bin gerade auch am überlegen. Ein Moment. Was essen gehen? Oh ja, essen wäre super. Essen wäre wirklich super. Ich habe gerade nur meine Karte. Schreib mir mal ganz kurz auf. 22.30 Uhr. Das hat so gemacht. Oh. Direkt im Stadtpark. Jeden Abend ab 21 Uhr bis Open End. Alice Irish Pop. Ach, das kenne ich. Ja, das hat offen jetzt. Oh. Lauf mal dahin. Ja, gerne. Die sind ganz nett da, die Leute. Wirklich. Dann lauf mal dahin. Ich hoffe, es gibt wieder Live-Gesang. Ach, das war schön dort. Da ist der Bus. Ich lache. Wunderbar. Was für eine Stadt. Scheiß Busfahr weiter. Ich will keiner mehr. Der Busfahr. Oh Gott. So, was ich ihm niemals machen würde, ist per Anhalter fahren. Nee. Ich sehe meinen Kopf einfach schon in einer Tonne. Ja, das stimmt. Das wäre gar nicht gut. Jihih. Puh. Das ist ein knuffiges Ding. Sag mal. War ja knuffig. Sag mal, ähm. Hm? Vom Pub zum Piddy. Weißt du, wie lange ich ungefähr brauchen würde? Hm. 20 Minuten. Okay, das muss ich dann gut abtimen heute. Ja, okay, mal hin. Du läufst ja nicht alleine. Wie ist das? Dankeschön, Melody. Ich würde dich gerne so vielen Leuten vorstellen, aber die meisten sind einfach nur Polizisten und die haben gerade alle Dienst. Stell mal da vor, Piddy. Das ist der, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Ja. Weißt du, was immer ganz furchtbar ist? Hm? Wenn dir jemanden trifft und er sagt, Hallo, Arane. Und du denkst dir einfach nur, wer ist das? Wer bist du? Ja. Ich kann mir einfach die Gesichter noch nicht merken und die Namen auch nicht. Oh je. Ja. Gut. Aber Muscara war es auch so. Ich stehe da vorne und gucke ihn an so. Der Muscara? Äh, ja, jetzt wird's gruselig. Melody? Er hat sich dran erinnert. DJ! Oh, das ist ja krass. Also er ist wirklich sehr auffällig. So. So. Hup. 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 Lipp. Lipp, 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 lopp, 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 lopp. Das ist jetzt wirklich ruhig. Ich hoffe, mein Verlopfer hat die Tabletten nicht genommen von mir. Stopp, 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 nee. Nö, kann ja sein, kann ja sein. Obwohl, der hatte gestern eine ordentliche Portion Schmerzmittel. Das war's wahrscheinlich. Hm? Warum das denn? Keine Sorge, ich sag jetzt nicht, dass er online kommen muss. Das ist einfach nur ein Gespräch hier irgendwie. Er hatte einen Unfall. Er hat mich erst angelogen. Er ist durchführend eine Lügenliste, er lügt sehr gerne. Ja, da hast du mir ja zickert. Letztes Mal waren wir bei zwölf. Genau, jetzt sind es 13. Es waren eigentlich 14, einer, habe ich aus Kulanz weggestrichen. Und, ähm, naja, er hat sich... Es lag einfach ein Motorrad auf der Straße. Habe ich übrigens auch schon mal gesehen. Und da ist er dann drüber gefahren. Sollte man ja nicht machen. Nein, das sollte man nicht machen. Das ist, äh, gefährlich. Hast du denn sonst noch jemanden auf der Party kennengelernt? Was ist denn mit dem... Hau dich. Oh Gottchen. Ja, gequatscht haben wir ja auch angeboten, mir den Norden zu zeigen, wenn ich mal oben bin. Oh, das ist ja voll lieb. Dem, dem gehört das ganze Sheriff Department oben. Okay. Der ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will nicht sagen väterlich. Das wäre ein bisschen zu over. Aber der ist, äh, sehr lieb und kümmert sich. Es ist wie so ein Papa Bär, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Denkst du ja, oh, knuffig. Ja, das stimmt tatsächlich. Ach, guck mal, da vorne ist mehr Leben. Stadtpark. Menschen. Ist immer ein bisschen mehr. Ja. Endlich Menschen. Mein Gott, Menschen. Die Stadt ist aber auch riesig. Du warst wirklich noch gar nicht im Norden? Nee, noch gar nicht. Ich kam hier nicht hoch. Nee, nur zu Fuß unterwegs. Ja, also danach brennen dir auf jeden Fall die Schenkel, wenn du das mal machen solltest, zu Fuß. Allein mit dem Fahrrad auch. Ui. Ich glaube aber tatsächlich einer der Busse fährt Richtung Norden, falls du ganz dringend mal da etwas zu tun hast. Ist das nicht auch das, nee, das ist nicht das Piggy. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Nein. Das hier ist das Medical Center. Oh, okay. Ach hier. Ja, ich meinte gerade links, weil es gerade so viele Leute sind. So viele Autos. Äh, keine Kopfhau. Okay. Ja, dann habe ich mich mit so einem unterhalten, der heißt Aziz. Oh ja, den kenne ich. Der ist auch ganz süß. Genau, der hat mich ja nach Hause gebracht. Ach, das ist ja. Ja. Ist ja wirklich süß. Und der eine, mit dem er da auch zusammen stand, mit dem habe ich dann ein bisschen Quatsch gemacht. Der andere Polizist? Ja. Oh ja. Aziz meinte, das ist irgendwann mal so die Beste, so überzustreifen, so. Ich gebe jetzt ein bisschen an, dass ich Polizist. Oh ja, toll, super. Und die haben das ganze Wasser ausgekauft. Komplette Wasser haben sie aufgekauft. Als ob die nicht gesoffen haben. Oder wahrscheinlich weiß sie gesoffen haben, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh la la la. Oh la la. Oh la. Okay. Melodie. Alles gut? Ja. Lauf runter von der Straße. Ja. Melodie. Okay. Ja. Wir werden diesen Typen noch nie entsprechen. Ja. Aber mein Outfit funktioniert, Melodie. Es funktioniert einfach. Ich bin so glücklich. Ich fühle mich grad wirklich ein bisschen freier. Ja. Gut so. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh stimmt. Oh was denn da los? Ist das nicht? In deinen Anzügen. Ja. Achso. Ich dachte von hier aus sah das ein bisschen aus wie ein Polizist. Aber okay. Hier trägst du fest so. Ja. Ja. Interessant. Manchmal würde ich mich gerne unsichtbar machen und Mäuschen spielen. Oder? Ja. Sehr interessant. Ganz heimlich so dann nähen stellen. So an die Wand gelehnt. So. Ja. Ich trinke einen Cocktail und ich lausche euch nicht. Nein. Ich hör euch nicht. Und dann immer ein bisschen näher rücken. Ganz unauffällig. Oder weißt du was am allerbesten ist? Wenn du auf Toilette bist. Einer steht draußen und weiß nicht was da drin ist und du hörst einfach alles. Du hörst alles. Ich liebe das. Ja der war ein Schaffer. Hat er mich glaube ich wirklich nicht erkannt. Nö. Nö. Nicht mit deinem Motor. Mach den Motor kaputt. Wenn du nicht. Ich glaube wirklich. Die meisten haben hier gar keinen Führerschein wenn ich mir das so anschaue. Guck mal hier ist alles neblig vom Auto. Boah. Richtig eklig. Ja. Der hat ja gerade fast den Motor abgewürgt. Gehts noch nicht. Meine Güte. Es sollte wirklich irgendwie Streifen geben die das nachkontrollieren. Nach dem Führerschein fragen. Wenns hart auf hart kommt einfach wegnehmen. Ja das stimmt. Ich hoffe mir passiert das dann nicht. Hallo Ersin. Hallo. Ich muss üben. Ja das war äh. Ich weiß ein bisschen verwundert gerade so. Meinst du es dauert noch lange? Ne wir müssen da vorne hoch und dann rechts. Okay super. Da links? Wir werden schon hinten irgendwie. Nein. Stopp. Links. Ne links. Hoch und links. Okay. Ich schau nochmal kurz auf mein Handy. Lecker. Warte mal eine Sekunde. Ich glaube ich war hier tatsächlich noch nie. Das ist eine beschissene Aussicht. Hat sich nicht so gut, hat sich wirklich nicht so gelohnt. Ne. Ich würde so gerne irgendwann mal zu den Häusern, die so richtig teure Pools haben. Oh ja. Ist bestimmt auch gefährlich da so ein bisschen rum zu stalken. Da rufen die bestimmt schon die Polizei. Bestimmt. Frau Melodie, ich würde die ganze Zeit schon die Hose anprobieren. Geh mal gleich irgendwie um so eine Ecke und dann probier's doch schnell mal kurz an oder so. Ich hoffe dann guckt keiner. Vielleicht ergibt sich das ja gleich. Ne. Also Melodie, wie kamst du zu der DJ Idee? Wie lange machst du das schon? Ich mach das schon ein komplettes Jahr. Ja. Und hattest du irgendwelche Erfolge? Also irgendwelche großen? Bleib bloß am Leben, dann kriegst du dann. Oh. Ich hab so eine Enge auch schon ein paar Auftritte gemacht. Oh, da hab ich aber irgendwas im Zahn. Das ist gut. Oh, alles gut. Ich krieg den Zucker schon raus. Ach, da ist das Winewood Schild. Warte, das hab ich auch noch nicht gesehen. Da oben. Da kann man hochlaufen. Also ich hab doch vorhin so einen Weg gesehen gehabt, als ich die Wand laufen. Ist das gefährlich? Du musst ein bisschen hochklettern hier. Du kannst sogar auf die einzelnen Buchstaben raufklettern. Was? Ja, weißt du? Okay. Hör zu, Melody. Solltest du nicht tun. Ja. Wir waren nämlich letztens wandern und das war auch ganz schön gefährlich und so steil sah das gar nicht aus. Dann sind wir fast alle runtergepurzelt. ganz schön laut heute. Papas sind da. Die fahren aber auch richtig scheiße, finde ich. Richtig schlimm. Alle nochmal zur Fahrschule. Und? Ja, das wär ja was. Siehst du, ne komplette Reihe? Was machen sie denn hier? Wir möchten nochmal. Warum warst du damit um? Hat dir Chef gesagt warum? Entschuldigung. Ja? Erzähl. Warte mal. Hast du den Chef? Er hatte ja Geburtstag. Das war ja seine Geburtstagsparty. Hast du ihn kennengelernt? Juhi. Oh je. Wie war er? Betrunken. Ach der war auch betrunken. Der war stolz betrunken. Oh scheiße. Wie ist der betrunken? Ich hab den einmal betrunken erlebt. Der war stolz betrunken. Der war ein bisschen albern. Der sich lustig braucht. Ach. Ja, aber so nett ist der gar nicht. Wir mussten alle singen. Wir mussten alle mitmachen. Was? Oh Gott. Ja, am ehesten wollte ja mit euch allen zum Observatorium. Aber ich musste nach Hause ins Bett. Oh. Ja, da verschwimmt es ein bisschen weniger tatsächlich. Ich glaub ich hab Sterne wieder gezählt. Okay. Ja, das weißt du, ich hab Astronomity studiert. Und da hab ich immer Sterne gezählt, hab ich immer Geld für gekriegt. War eigentlich der beste Job den man haben kann. Sterne zählen Geld? Genau. Genau. Geiler Job. Ja wirklich. Wow, echt netter Professor. So. Oh. Oh, das sieht aber schön leer hier aus. Ist aber ziemlich weit oben. Wow. Wenn man so runter guckt. Ja. Oh ja. Dieser blöde Bus wäre da mal gekommen. Vielleicht können wir den jetzt zurücknehmen. Guck mal mal. Vielleicht fragen wir einfach da jemanden, ob da der Bus uns gefällt zum PD. Oh, das ist ja wirklich gut. So. Wenn dir ganz kalt sein sollte, sag Bescheid, ich kann dir meinen Pulli so lange geben. Ist gut, alles gut. Das Problem ist nur, da muss ich mit BH rumlaufen, weil ich wollte es trotzdem lange geben. Ne, 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 ne. Lass das mal so. Okay. Okay. Mal hin. Rechts oder links? Ob links? Ist auf der Karte eingetreifelt? Nächst will links. Okay. Sind jetzt nicht diese, sondern die nächste. Da hört jemand sehr laut Musik. Ja. Weißt du was? Ich war gestern so unterwegs und da habe ich tatsächlich aus dem Gerichtsgebäude auch so eine Musik gehört. Was? Ja, da hat sich jemand richtig Spaß in der Bank gehabt. Hat der wirklich da Party gemacht oder wie? Ja, wahrscheinlich. Mit Primat-Partys. Wir gar nicht wissen, was da los war. Was ist im Chat los? Die ganzen Eddie-Fangirls. Ich bin auch Eddie-Fangirl. Ja, wir müssen auf jeden Fall links. Auf jeden Fall. Okay. Auf der anderen Seite ist irgendwie so eine Motorrad-Werkstatt. Ja. Ist das eigentlich wirklich jetzt der richtige Weg? Langsam wird das ein bisschen Respekt-Melodie. Oh. Genau. Ne. Wir müssen links abbiegen und gerade aufrufen. Wir waren schon fast da. Oh, super. Ach, da oben ist ein Casino. Hm. Hat das schon auf? Hab keine Ahnung. Oh. Und hier rechts in diesem komischen Container-Ding, da ist eine Werkstatt. Oh, okay. Musstest du da schon mal was machen oder hast du jemanden kennengelernt? Ne, ne. Ich bin hier vorbeigelaufen. Dann haben sie da drinnen gerade repariert und so. Oh, okay. Oh, granzlt hier aus. Bitte? Ja, ich hab da grad auch reingeguckt und dachte nur, das sind so Ecken, wo ich mich eigentlich nicht rumtreiben sollte. Oh, gut, dass wir da nicht wohnen. Ja, Gott sei Dank. Und du möchtest erstmal... Die Nachbarn da drüben? Die Nachbarn und das da? Ne. Ja, vor allem... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Sonne hinkommt. Ich muss da drücken. Ach, guck mal. Hier ist das Taxi-Unternehmen. Ja. Ne, da vorne ist es doch. Oh, schön. Super. Da freue ich mich. Alter, Team Weißer Wald, ne? Das geht gar nicht. Das geht aber nicht. Oh, da musst du gleich deine Stimme verstellen. Kriegst du es hin? Oh, Mist. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, immer zu sagen. Okay, okay, okay. Was möchtest du essen? Aber ich glaub, das sind bestimmt nur nette Leute. Ach, ich schau einfach mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendjemand... Wir gucken auf mich. Aber wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das Ding offen hat. Ich hoffe es gerade. Oh, ja, stimmt. Um 21 Uhr sollten die aufmachen. Wir haben es... 21, 27. Ja, dann. Aber haben die vielleicht Ruhe? Ach, das ist man drin, das ist man drin. Ach, super. Okay, das sind zwei. Warte mal. Zwei Männer. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Die Brille hat leider keine Sterne. Wir quetschen sie einfach... Wir quetschen sie einfach... Wir quetschen wollen nicht. Wir quatschen sie einfach mal an, um zu sagen. Okay. Hallo. Hallo. Was könnt ihr euch Gutes tun? Was habt ihr denn so? Oh, was haben wir denn? Was zu trinken, was zu essen? Was wollt ihr denn so? Ähm... Ich hab gern was zu essen. Was zu essen? Okay. Ich hab den da. Ähm... Wir haben Irish Stew. Ähm... Das ist so ein Lammfleisch-Kartoffel-Eintopf. Wir haben Colcannon, das ist so ein Grünkohl-Kartoffel-Eintopf. Wir haben Shepherd's Pie, das ist eine Hackfleisch-Pastete mit einer Kartoffelpüree-Pruste. Und als Nachtisch haben wir ein Irish Crumble. Das sind so kandierte Bananen- und Äpfelstücke, die mit gezuckerten Haferflocken überbatten werden. Ähm... Ein Karamell-Whiskey-Pudding und Blueberry-Pancakes. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Vor allem die Hälfte davon kenne ich alles nicht. Das sieht echt gut an. Ja. Ist auch alles lecker. Durch die Reihe. Also... Also ich würde ein Irish Stew nehmen. Ein Irish Stew? Okay. Ich glaube, ich nehme ein Wasser. Ein Wasser? Okay. Dann mache ich. Ich muss ein bisschen auf meine Linie achten. Eine hast du. Ach schön. Auf die Linie achten. Ja. Ich glaube es ja. Ich habe das Gefühl, ich habe auf der... Du hast ja gesagt, ich habe den Burger gegessen. Der war's bestimmt. Ich habe das Gefühl, ich habe den Burger gegessen auf der Feier. Um das Fett... Um den Alkohol aufzusaugen. Deswegen was Fettiges. So ein richtig schöner Fettschwamm. Ja. So richtig fettigen Burger musstest du essen. Aber weißt du, eigentlich ist das immer recht geil, wenn man betrunken ist. Ja. So richtig fetten Burger oder eine Pommes oder irgendwas ganz... Und Döner. Oh. Ja, das stimmt. Dann schmeckt er am besten. Wenn du betrunken wirst, hast du noch nie was Besseres gegessen. Egal ob du den schon kennst oder nicht. Es wäre noch nie der Beste, den du hattest. Das stimmt. Alkohol darf man nicht sagen. Hä? Was ist das denn für eine Aussage? Alkohol darf man nicht sagen. Die ganzen Pommes haben sich da Whisky und alles geholt. Aber Torte habe ich noch gar nicht auf dem Punkt im Magen. Oh. So. Dann haben wir hier einmal das Essen. Schön. Dankeschön. Und das Wasser. Dankeschön. 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 So. Fürs Essen 10 und fürs Wasser 2 Dollar. Okay. Ja, Ludi, ich hoffe, ich gebe nicht wieder dir. Es ist passiert. Mach mal so. Okay, alles klar. Ich danke euch. Ich bin so schüchtern, es tut mir leid. Oh Mensch, die brauchen doch nicht schüchtern sein. Ja. Ich muss es immer so zuerst ihr geben und sie gibt es da. Ah, so. Das ist ein bisschen unangenehm. Entschuldigung. Ja, das wird bei uns langsam ein Ritual. Ja, das glaube ich wirklich. Passiert, ne? Ja, passiert. So, gönne ich mir mal direkt. Ja. Prost. Also ich bin den Getränk ja noch nicht fertig gewesen. Wir haben natürlich auch irisches Bier hier, ein Blanis. Wir haben Cider. Wir haben hauseigene Whisky-Marken, die direkt aus Irland importiert werden. Einmal den Tavish. Das ist ein sehr süßer Whisky, oder sehr leichter Whisky. Mit süßem Abgang, so einen leichten Honig-Geschmack hinten raus. Spending Money darf gerne auf die schöne Treppe. Der ist sehr ehrlich-torfig. Wir haben Irish Coffee. Natürlich alkoholfreie Getränke. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Alkohol ist tatsächlich im Moment nicht so gut. Okay. So ein schönes Glas Whisky am Abend eins, solange es nur bei einem bleibt, ist das auch immer in Ordnung. Ja, da sagen sie was, das stimmt. Ich bin auch für die Queen jeden Abend ein Glas Rotwein trinkt, damit sie noch schön alt werden kann. Moment, wann wird davon älter? Also man, ne Moment. Also das wird gesagt so, ja? Das ist wirklich gesungen. Wenn man abends ein Glas Rotwein trinkt, soll man wohl länger leben. Ja, das werde ich mir, glaube ich, jetzt mal angewöhnen. Ja. Und heute nicht so viel los, oder? Ne, das ist ja auch noch früh, ne? Ach, ist das immer erst später? Also ich denke mal, dass es so richtig los geht, so ab halb elf. Wenn die meisten so von der Arbeit kommen. Ah, okay, gut zu wissen. Also heute Nacht habe ich um drei zugemacht hier. Also hier ist eigentlich, ich sag mal so ab halb elf, elf ist hier immer was los. Da kann man durchweg kommen. Okay. Das sind immer Leute hier. Hier ist eigentlich immer ganz gut was los. Und jetzt kommt so ein bisschen kleckerweise, aber ein bisschen später ist hier. Ja, ich sehe gerade da vorne die Gitarre. Ist hier öfters Livemusik? Ja, aber wenn sie spielen wollen, können sie sich nehmen, ne? Also die haben wir da extra hingestellt. Das will ich niemandem antun, Herr. Wie heißen sie eigentlich? Äh, Fergus. Ah, hallo, Herr Fergus. Hallo. Ich bin Ariane Barnes. Ah, Ariane. Herzlich willkommen hier in Ellie's Pub. Ja. Und ich bin Melody. Ah, hi. Ja, nee. Sie haben... War tatsächlich schon mal hier? Hm? Nee, alles gut. Ich glaube, da habe ich sie nicht gesehen. Ich war schon mal hier. Ah, okay. Doch, ich bin ja eigentlich fast durchweg. Also ja häufig zumindest. Vielleicht hinter der Bar bestanden ein bisschen draußen. Ah, okay, ja. Der wird auch schön gesungen. Ah, war das letzte Woche Samstag oder Freitag? Das könnte sein. Draußen hier vorne, hinter dem Fenster da. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, nee, da war ich drinnen in einer Bar, ja. Ah, okay, okay. Genau, da hat Mary gesungen, ne? Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, stimmt, Adrian. Na, egal. Ja, genau. Melody hat mich aber auch nicht so genannt. Ich ja auch öfter mal. Also das ist mal ganz beliebt hier. Also vor allem zu spätere Stunden kommen ganz viele, die hier einfach mal die Gitarre in die Hand nehmen, ein, zwei Lieder spielen. War ganz nett. Oh, das ist schön. Da gibt es ja auch noch diesen Herren. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, Prinz Nemo. Ah, Prinz Nemo, okay. Genau, genau. Ja, der hat ja auch bei der Öffnung gespielt. Der ist ja auch öfters. Ja, die waren auch beide auf der Party auch. Genau. Und wo war noch welcher? Sie waren noch so viel mit dabei. Ach so, der war auch da? Ja, der war auch da. Och, Mann. Der hat mit Muskehra zusammen da gesungen. Och, nein. Wir haben zusammen Hero gesungen. Ich habe so viel verstanden. Im Duett. Oh, nein. Wir haben im Duett Hero gesungen. Hi. Hallo. Na? Na? Alles gut? Hier und selber? Ja. Muss, ne? Alleine, ne? Ariane vertraut dir aber. Alleine, ja. Im Moment ja. Ich werde wirklich nicht erkannt. Ich werde wirklich nicht erkannt. Ja, Shane hat, äh, hört auf. Ich werde die Sonne ein bisschen zu leiter. Ja, kann auch hier bleiben. Oh, alles gut. Ich habe ein paar Privatgeschwäche. Ah, okay. Die Sache ist, ich, äh, vertraue der Dame eigentlich. Ich kenne die auch. Die hat mich jetzt aber nicht erkannt. Mhm. Und ich glaube, ich gehe die mir auf Nummer sicher. Oh. Ich bin aber auf dem Klappermaul. Jetzt habe ich den gesagt, wie ich heiße. Ja, wird er ihr aber nicht sagen. Ja, aber der, der war ja eigentlich ganz nett. Oh. Wenn du... Denkt man nicht, dass der sich mit irgendjemand anders geschnetzen will. Ich glaube, ich bin wirklich nicht für das Undercover-Leben gemacht. Doch. Da... Ähm... Aber hey, der Typ, wo du meintest, der will dich einpacken, der hat... mich nicht mehr mehr. Melody? Ja? Können wir uns von der Bar entfernen? So. Hinter dir steht ein Taxi und ich glaube, der Mann ist da wieder drin, den wir gerade schon gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich... Wie gesagt, die Brille hat keine Stärke, aber können wir vielleicht, äh... Äh, ja. Lieber doch gehen. Ja. 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 Machen wir. Wir laufen einfach schon... Ja, wir laufen einfach schon Richtung Pidim, muss ich sagen. Okay. Dankeschön, Melody. Ich darf willkommen. Ich weiß nicht, ob was passiert, wann was passiert, ob was passiert, ob was passiert, Ich hab trotzdem ein bisschen Bammel. Ne, 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 wir laufen jetzt einfach Richtung Pidim schon. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass mir irgendwas passiert, aber... Sicher ist sicher einfach. Sicher ist sicher. Hm, sicher ist sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich dann doch so ein Herzklopfen krieg dabei. Ach. Man kann da nur verstehen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob was passiert, wann was passiert, ob auch überhaupt was passiert. Aber du musst immer an die Hose denken, Melody. Mein Erbe an dich. Die weiße Hose. Ja. Ach. Oh mein Gott, so, damit du es nicht anprobieren kannst, wenn du es unbedingt anziehen willst. Ja, ich würde es tatsächlich gerne anprobieren, aber... Jetzt hätte ich es gerade wahrscheinlich auf die Toilette machen können, aber... Ja, wir gucken einfach vorne irgendwo und finden also... Okay, gut. Hoffentlich denkt dann keiner, ich pinkel in die Büsche oder sowas. Das haben einige beim Wandern, glaube ich, gemacht. Die hangen immer in den Büschen drin. Oh. Das klappert aber ganz schön. Ja. Ich glaube nicht, dass Ariane was passiert, aber es ist doch echt unangenehm, ne? Ja. L.S.P.D. Wind. Oh. Ja, die sind doch überall. Fühlt sich aber doch... Obwohl, ich würde sagen, ich fühle mich sicher, weil es gibt viele nette Polizisten. Mhm. Der Herr Weiß hat mich nun mal richtig verarscht, seitdem bin ich ein bisschen... Haben wir beide auf der Party geredet, weißt du das? Herr Weiß und ich? Das ist der... Doch, der hat teilweise gefragt, wo du bist. Wirklich? Ja. Okay. Er wollte ja auch unbedingt, dass du mit zum Observatorium hoch wirst. Okay. Dass du mitkommst, wollte er unbedingt. Okay, alles gut. Alles gut. Keine Ahnung, ich habe ihn bis jetzt nur im betrunkenen Zustand kennengelernt. Na, die Sache ist, im nicht betrunkenen Zustand... Oh. Er ist sehr... Er hat den größten Stock im Arsch, den man sich nur vorstellen kann. Das ist so ein Hau-drauf-Typ, ja? Also, man sehr höchstpersönlich möchte ein Hau-drauf machen bei ihm. Genau, genau. Er ist halt eher so ein, ähm, mir gehört die Welt-Typ. Aber ich glaube, das muss so in diesem Job sein. Also, er nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Okay, Melody, ich hoffe, du wirst dann bald auch ein Fahrrad haben. Ich muss das dann gleich... Ich muss das halt leider auch wieder zum Hotel bringen, dass sich das da irgendwie abstellt. Alles gut. Ach. Passt du auch schon mal auf Weasel News? Äh, ja. Hab mir ein bisschen was durchgelesen noch. Ich musste so lachen über die Artikel von Winnetou und seine Freunde. Weitertou. Weiß nicht genau, wie das da steht. Aber ist sehr, sehr lustig tatsächlich. Und sehr süß gemalt. Oh. Ich war, glaube ich, auch im Stadtpark. Ich war auch lang gelaufen. Oh. Der schien aber sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Ja. Ein bisschen, ne? Ja. Doch, die aber auch echt komische Gestalten manchmal rum. Ich meine, ich hab grad gut reden, aber du weißt, was ich mein. Mhm. Was? Ich hab auch vorhin gehört, ich Geldautomaten gehen, da stand ein anderer Typ da. Hallo. Nur Hallo. Ich möchte auch gerne da ran. Ach so. Jetzt weiß ich es dazu. Ich hab halt erst null reagiert und also... Nee, jetzt geh ich hier dran. Hey. Oh mein Gott. Super unhöflich. Später sind wir noch davon weggegangen. Was für ein Arsch. Ich muss doch immer noch Geldautomaten. Ich muss ja gucken, ich hab grad ein Mietkonto eingerichtet. Okay. Nee. Ja, das war's doch schon. Ich müsste da gleich auf jeden Fall nochmal zum Autobahn. Ähm. Was denn? Fahrzeug müde. Sollte man vielleicht die Abschleppdienst rufen, oder ist das... Ich glaub, da kommt sie nicht mal rein, der Abschleppdienst. Okay. Wir haben nichts gesehen. Das ist nichts. Nicht unser Problem, nicht unser Auto. Das stimmt. Auto müde. Ich würde so gern alles über deine Pläne erfahren. Wie du jetzt weitermachst. Wie ich dich vielleicht unterstützen kann. Mit eigentlich nichts, aber vielleicht mit gut zureden. Ja, mal schauen, ne? Also ich muss auch mal gucken, wegen Musik, ob überhaupt Bedarf daran ist. Welche Musik gefordert wird. Naja, wir haben gerade den DJ gesehen, ich glaube. Den DJ haben wir, glaub ich, alle gesehen und gehört. Ja. Der war ja sehr treckend. Ja, ich höre ein kleiner Gewinn, weißt du. Mhm, ich spreche auch. Genau. Ich bin so halb verzweifelt mit der Musik. Zebrastreifen. Wie war das Essen gerade? War's lecker? War lecker. Richtig lecker. Ach, schön. Und wenn die Kartoffeln so schön bissfest sind. Boah. Und Lamm geht halt immer. Lamm ist geil. Ja, das stimmt. Oh Gott. Siehst du, was da oben steht? Peenriss. Ich hab was ganz anderes gelesen. Ja, dass er einfach wegdenken, ne? Genau. Steht das aber auch jedes Mal. Damit ich aber nicht wissen, was passiert, wenn man oben im Gebäude ankommt. Du bist da oben rausgeschossen einfach. Entschuldigung, Melodie. Ich hab... Ich hab... Stell dir vor... Stell dir vor, da oben sitzt einer, du rufst ihn an und sagst, ich... Ich komme gleich. Ich bin auf der Peenenspitze. Oh Gott, ja, Entschuldigung, Melodie. Ist das alles noch von früher bei mir drin? Wo sind sie denn? Ja, ich komme gleich. Oh Gott, Melodie. Ich verstehe natürlich absolut gar nicht, was du meinst. Wie? Gar nicht. Nein. Doch nicht. Oh, hier ist schon wieder die Musik. Weißt du, warum gehen die denn nicht einfach in den Club und machen Party für alle? Immer diese Einzelpartys. Machen sie doch gerade. Partys für die ganzen Nachbarschaften. Ja, aber man darf hier nicht rein. Ja, aber man darf hier nicht rein. Oh Gott. Schade. Ich würde da vorhucken. Einfach anklopfen, hallo, ich bin fremd, ich will mitfeiern. Kommen wir mal jetzt lang. Westen. Warte, geh runter zum Stadtpark und von da aus kommen wir dann weiter los. Ja, das stimmt. Das ist super. Japp, japp, japp. Möchtest du die Hose eben schnell ins Hotel bringen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das würde ich machen. Weil wir haben noch knapp 40 Minuten. Nur noch eine ganze Weile. Weswegen? Ja. Aber beim Laufen kommt ja auch immer alles länger vor. Möchte, irgendwann haben wir ein Auto. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann gehört uns diese Stadt. Ja. Dir bestimmt. Dir bestimmt. Dann glaube ich. Ach doch. Natürlich. Nee. Und vielleicht habe ich irgendwann Haus mit Pool. Und zwar im Pool, in dem man nicht hängen bleibt. Ich wäre letztens fast ertrunken. Ohne Scheiß jetzt. Warum das? In der Nähe von dem Apartment meines Verlobten. Okay. Es gibt einen Pool. Das sind so ältere Leute, die da wohnen. Weißt du, man kann da. Zumindest meinte er, man darf da schwimmen. Weißt du, er lügt viel. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ähm, die hatten eine dieser Aus-Ansaug-Pumpen. Weißt du, wie ich meine, diese von den Filteranlagen. Ja. Die war wohl irgendwie nicht mehr so geil. Und ich bin da mit dem, ja, ich bin da mit dem Fuß hängen geblieben. Oh Gott. Nein. Ja, ich habe schon das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Und ich glaube mir, das war nicht ein erfolgreiches Leben. Deswegen dachte ich, wenn ich das jetzt überlebe, werde ich irgendwas schaffen, was toll ist. Wir suchen dir einen Pool, wo du dran stehen kannst. Velody, das ist die beste Idee überhaupt. Oder? Ja. Ja. Oder im Meer schwimmen und dann aber nur... Boah, im Meer? Ich weiß nicht. Bis zum Bauch. Ja, okay, das würde gehen. Ja, nur? Wenn keine Welle kommt und mich reinzieht und dann Hai mich frisst. Oder eine Meerjungfrau um mich. Ja. Obwohl der Deckenacke ist das gar nicht mal so schlecht. So, ich bin mir ziemlich sicher, es geht eine Meerjungfrau um. Ja? Bitte? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ob sie gibt. Ja, man weiß es auch nicht. Irgendwie munkelt man. Es gibt hier auch irgendwie Aliens, irgendwas von unter Tesla und Elend. Ich habe keine Ahnung. Krieg ich nicht zusammen. Okay. Ja. Na, jeder soll... Das glaub man, dass er bauen möchte, ne? Ich glaub an Geister tatsächlich. Ich werd... Oh Gott. Es ist ja nur ein Taxi. Ist ja ganz alltäglich. Ich glaube nämlich, dass mein Bruder bestimmt eigentlich gar nicht tot ist. Der ist nur irgendwie vorgegangen. Kommt man irgendwann nach. Dann tut das nicht so weh. Aber weißt du was? Ich glaub das sind doch die Tabletten, die mich das glauben lassen. Weil ich jetzt ja ganz ehrlich bin. Weiß man nicht, ne? Ja. Es passieren Dinge, die sind extrem creepy. Dinge, die du nicht erklären kannst. Ja, beim Bandern haben wir tatsächlich eine Frau schreien gehört. Oben. Okay. Im Norden war das. Und wir waren doch relativ weit oben. Vielleicht wirst du's irgendwann sehen. Da ist ein Leuchtturm. Sowas, was aussieht wie ein Hotel. Und da haben wir dann halt eine Frau schreien gehört. Ich mein, wir sind in Los Santos. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich eine Frau geschrien hat. Weißt du? Aber es könnte natürlich auch was anderes sein. Ja. Wo sind die das? Weiß es nie. Das steht. So. Wir parken hier mitten auf dem Bürgersteig. Direkt umtreten das Ding. Also ein Verkehrsproblem gibt's hier auf jeden Fall. Ja. Verkehrsproblem, Parkproblem. Fahrproblem. Fahrproblem. Das Fahrproblem ist auf jeden Fall da. Das ist groß. Ja, aber hast du ja gerade auch das Taxi gesehen, ne? Das war ja auch so, wumm, kam es auf die Ecke. Das ist manchmal sehr beängstigend. Ja. Aber warte mal, ich guck mal. Ach, das war hier gar nicht. Der Herr Muschera wohnt nämlich in so'n schicken Hochhaus mit so'ner super schicken Wohnung. Die Kinder bestellen bei seiner Haustür so. Und wenn er's dann nicht macht, müssen wir schmollen. Und wenn er's dann nicht macht, müssen wir schmollen. Boah, schmollen kann ich richtig gut. Ich auch. Da muss man so richtig schön, richtig dicke Lücke machen. Ich weiß nicht, ob es dazu auch ein Sprichwort gibt. Was gibt hier so ein ähnliches, stell dich, sei klug, stell dich dumm. Das müsste eigentlich noch eins in der Art geben. Naja. Weiß ja, wenn man den Schmollen ummacht und ganz tief guckt. Da geht man ja meistens auf, was man will. Verkümpelig. Keine Sorge, ich mach sowas nicht, ne? Hat mir auch das eine und andere Mal hier schon geholfen. Aha. Achtung. Ja, der konnte fahren. Noch. Gerade, vergiss das nicht. Ja, das stimmt. Aber krass wie viele Leute hier ein Taxi nehmen, oder? Das ist so teuer, find ich. Ne, ich mach sowas echt nicht. Dann lauf ich lieber. Ach. So, ach der Stadtpark. Ja, der Stadtpark. Minimal kenn ich mich schon aus. Minimal. Ich hab ja letztens Flaschen gesammelt. Ich hab da auch Flaschen gesammelt. Okay. Ja, ich hab eine Zeit lang auch unter der Brücke gelebt. Ich... Ich werd richtig paranoid, Melodie. Ich werd so paranoid. Entschuldigung. Puh. Alles gut. Wir wechseln auch jetzt die Straßenseits gleich direkt. Okay. Und dann läufst du in und ich lauf an der Straße. Nein, alles okay, Melodie. Alles okay. Ich bin der starke Adrian und ich beschütze dich. Mich wird keiner ansprechen. Ich kann auch... Guck mal, wenn ich zum Beispiel jetzt so laufen würde... Oder? Dann soll ich da vorne reden. Okay. Ja, dann lauf ich mal lieber wieder normal. Hast du schon Leute im Stadtpark kennengelernt? Mich hat da ein Typ angesprochen. Oh. Der wollte wissen, wo er sich Klamotten kaufen kann. Ach so, nur das... Mal weg mit den Worten. Hoffentlich sieht man sich mal wieder. Oh. Okay. Ja, das kann man jetzt so oder so auffassen. Entweder eine Drohung oder es ist einfach nur so... Okay, Schmiro. Das war eher so ein flirty Versuch. Ja. Oder als ich beim Friseur war, kamen mir so zwei Typen mit dem Fahrrad hinterher. Und dann hat er sich neben mich gestellt. Steigt von seinem Fahrrad ab, kniet sich hin. Oh du, ich hab ein großes Problem. Hm? Ich hab meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Wenn du dir ernsthaft... Wo ist der nächste Müller? Ich muss mich übergeben. Ach da. 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 Kommt rein. In Gedanken hab ich's getan. Mhm. Ja und dann hab ich ihm gesagt... Bitte auf die Mods zu hören. Bitte bitte. Der war richtig, richtig schlecht. Ich glaub du steigst ganz schnell auf dein Fahrrad und haust ab. Was hat er dann gemacht? Ich glaub das mach ich auch. Weg war er. Okay. Und dein Kumpel hat ihn nur ausgelacht. Sehr gut reagiert. Sehr gut reagiert. Oh man ey. So ein Anmachsprung. Oh nie. Oh je. Ich weiß gar nicht... Oh Gott. Ich würde glaub ich... Ich würde mich wirklich glaub ich erstmal übergeben. Dann würde ich ihn einfach auslachen. Und dann würde ich's weiter erzählen. Wo ist dein Hotel? Ähm... Mein Hotel ist da vorn. Da vorn müsste das Gerichtsgebäude sein, oder? Ja. Genau. Also am Gerichtsgebäude vorbei, links. Und dann nochmal rechts. Und da ist dann mein Hotel. Dann gehen wir da jetzt hin. Bring deine Hose weg. Stimmt. Und dann ab zum Pudi. Hast du die Hose jetzt vergessen, ja? Ich hab die Hose vergessen, aber ich bin auch zu Pudi jetzt direkt gegangen. Alles gut. Die haben ja alles verletzt. Aber das ist mit dir in die Richtung. Ja das wusste ich natürlich, Melodie. Hallo? Okay, warte. Ich geh mal ganz kurz an den Automaten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab's wirklich jetzt grad auch mal vergessen. Das ist halt grad so angenehm alles einfach, ne? Geld einzahlen. Warte mal. Aktives Konto. Verwaltung. Übersicht. Lohn ist da. Kontoauswahl. Miete. Ah, jetzt aber. Geld einzahlen. Ich mach erst mal ein 100. Ich mach erst mal ein 100. Dann weiß ich, ob sich da was getan hat. Okay. Kontoauswahl. Ariane Bahn. Und hier holen wir uns jetzt nochmal. Hier abheben. Noch 100. Ich bin nur... Die Mechanik jetzt überhaupt mal kennenlernen hier. So, ich hoffe, hat alles geklappt. Dann schau ich gleich mal. Hier ist auch schon wieder... Warte, Los Santos. Theater. Alles so dunkle Ecken irgendwie. Das ist so... In Theater würde ich nicht reingehen. Ja. Ja, ich bin glaub ich auch eher so der Kinomensch. Ah, ist entspannter. Ja. Ja. Hat leider auch zu. Ja, hier auch. Oh, ich liebe asiatisches Essen. Das macht mich jedes Mal traurig, wenn ich hier dran vorbeigehe. Nee, dann nimm's. Dann gibt's auch hier. Lena. Ja, ja, aber hier. Das hier hat ja leider zu. Da. So. So schöne Frühlingsfreunde, frische. Oh, ja. Nudel-Exchange, war schön. Mhm. Jetzt soll hier wahrscheinlich auch Ruhrtag, yo. Nee, die haben bis 21 Uhr. Die hier? Nee. Wo ist denn die Küche? Der Italiener um die Ecke. Ah, okay. Okay. Wo das weiße Auto stand. Ah, gut. Ich hab mich in die Ecke reing. Ich hab mich voll Bock auf Ruhrlingsrollen. Und ich hab voll Lust auf Rahmnudeln jetzt. Hohoho. Oh Gott. Da. Melody, hörst du das? Kommt das aus dem Gericht? Nee, das kommt aus dem Gebäude. Hier. Ja, aber da vorne. Gleich, wenn wir da sind. Achte mal gleich, wenn wir da sind. Da hört man auch mal Musik. Aber nur manchmal. Vielleicht macht da wirklich jemand immer ab und zu Party. Das macht grad hier jemand Party. Ja, ich hör's. Vielleicht hab ich mich auch einfach verhört. Und die hatten's so laut, dass ich bis hierhin gehört hab. Ich schau mal. Obwohl. Da kommt auch Musik raus. Sag ich doch. Ich glaube, ich mein, es sind ja auch nur Menschen, die müssen sich ja auch irgendwann mal ein Spästchen machen. Party. Ja. Gericht. Die war ja nicht so. Du. Wir haben schon Party. Genau. Und ich kann auch sagen, wir haben den Pfeil richtig geohnt. Let's go. Er kommt nebenslänglich in den Knast. Geil Party, Leute. Oh Gott, das wär so wacab. Aber ja. So. Oh Gottchen. Jetzt hier nach rechts. Aber du meintest ja, du kennst dich auch so schon vom Sommer aus noch ganz gut aus, oder? Ja, ein bisschen ja auch. Hm. So, ich bin sofort wieder da, Melodie. Ja. Probierst du oben an, ne? Ja, mach ich. Mach ich. So. Gehen wir noch drei Minuten? Geht immer noch. Okay, ich muss, ich muss da wirklich nochmal... Ich muss wieder... Ich werd schon gucken, wie das geht. Ich will's auch nicht erklärt kriegen. Ich rät jetzt schon hin. Bin ich auch mal gespannt. Ahem. Pan spricht jetzt halt einfach mit ihrer Stimme. Nein, das war schon die... Ich krieg... Ich krieg's so nur... Ich krieg's so nicht hin. Ich krieg die Stimme nicht hin. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann wirklich meine Stimme sein. Erinnert mich da bitte dran. Oh, ja. Oh, die seh ich aber. Die seh ich aber sehr. Ich wünsch euch ja diese schwarze Oberteil, aber ich glaub das passt auch nicht zu der Hose. Ich seh das. Ich seh das richtig hart. Danke, Melodie. So. Ich hab die Miete noch nicht gekündigt, deswegen kann ich hier was... Entschuldigung. Reinpacken. So. Mach die auch mal hier rein. Kannst du auf dieses Miete im Verzug klicken, Kopfkratz? Ja, hab ich. Ich mach's ja die ganze Zeit. Das ist ja das Problem. Ich mach... Natürlich ist das das erste, wo ich draufklicken würde. Mh. 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 Bin ich ja grad so... Hä? Warum geht das nicht so... Aber... Egal. Ich krieg das schon raus. Ich krieg das schon raus. Energy mit Strohhalm? Ja. Ja. Und ähm... Ich krieg jedes Mal die gleiche Reaktion und ich liebe es. Ich kling aus Dosen gerne mit Strohhalm. Mh. Kann ich nur Geld dabei haben. Es müsste vom Konto eigentlich abgebucht werden. Guck mal, ich konnte grad ein Konto für Miete. Wahrscheinlich wird die Miete um 0 Uhr gezahlt. Ja, wir gucken gleich mal. Ich hab jetzt auch viel zu wenig drauf gemacht, ne? So. Zimmer 049, noch andere Sachen. Es war, glaub ich, immer die 47. Aber... Es ist jetzt so, wie es ist. Ich hab jetzt das Zimmer fertig aus. So. Äh... Da, 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 da. Okay, wir haben noch 30 Minuten. Äh, die ist gar nicht da. Noch 30 Minuten? Ja, mit dem E. Äh... Lass ich ganz kurz nochmal... Da ist ja auch nichts wirklich Neues, ne? Kann ich die irgendwie als gelesen markieren? Hm. Wenn ich so das Thema betrifft, das Thema... Ich kann die nicht als gelesen markieren. Okay. Ich will da wirklich mal reingehören. Ich geh sofort zu Melody gleich. Das ist aber halt echt schön gemacht, sowas, ne? Hm. Nein, ich habe zu Eddys Wohnung keinen Schlüssel. Wieso steht da Teddy? Ich habe, äh, keinen Schlüssel zu... Eddys Wohnung. Er soll doch nicht gezwungen sein, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie... was machen werde oder so, da online zu sein. Das wäre echt, äh, blöd. Was ist denn 30 Minuten? Ähm... Frau Collins hat mein... Mein Auge juckt gerade. Äh, mein Auge... Pocht. Ähm... Frau Collins hat mein, ähm... Hat ein Fahrrad für mich, dass sie mir dann... Ich sollte eigentlich vielleicht doch noch mehr Geld abholen. Aber ich glaube, es gibt einen Automaten-NPD. Ähm... Das sie mir verkauft auf jeden Fall. Und, äh, da habe ich endlich mal ein Fortbewegungsmittel. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man richtig schnell mit dem Fahrrad fährt. Das... das wollte ich eigentlich noch vom Stream gucken. Ich habe so viel GTA Online damals gespielt und aufgenommen und 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 mit dem Fahrrad da wumm 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 wumm. Alles vergessen. Alles vergessen. So, warte. Bleibt jetzt auch die ganze Zeit, ne? Zimmer 047. Okay. Das ist die UL. Ja. Department of Flavor. Ähm... Darf man es dir sagen? Alles gut. Ich gehe schon raus. Alles gut. Alles gut. Ähm... Wenn ich technische Fragen habe oder so, dann gucke ich auch hin. Ich gucke auch so in den Mod-Chat. Und wenn ich technische Fragen habe, dann sage ich auch, okay, technische Frage, bla bla bla. Äh... Liebe Mods, das wäre doch eigentlich okay, oder? Jetzt nur als Beispiel. Aber ich kriege schon... Komm, ich fahre gleich Fahrrad und dann kriege ich das schon hin. Da bin ich wieder. Ja. Dann wollen wir mal, wa? Gerne. Ich dachte, das wäre Frau Collins. Hoppala. Das wäre peinlich gewesen. War sie nicht am P.T. auf dich? Ja. Deswegen war ich ja jetzt verwundert und ich war auch verwundert, dass sie dann im Hotel ist. Sehr peinliche Sache. Das ist so. Ja. Oh. Mach mal. Ja. Wir werden wahrscheinlich etwas zu früh da sein, aber... Ja. Melodie, wenn du so läufst, wie du gerade gelaufen bist, dann wackelt dein Popo voll. Meinst du so, oder was? Ja. Ja. Ich sag dir, wenn ein Helmuskera da nochmal ist, du solltest wirklich diese Position einnehmen. Du solltest mich so elegant an die Wand lehnen. Ja. Na komm. Helmuskera. Wie geht's ihnen? Oh. Da abonnieren aber die Stimmen. Ich sag's ihr. Ein Kerl, drei Weiber. Ja, jetzt geht's los. Aber nicht verkloppen die den nicht. Aber hier ist ja grad viel los. Im Hotel. Wollt ihr zu dritten im Hotel, oder? Ich glaube, die mit den roten Haaren, die hab ich... Ja stimmt, von mir hab ich die Frisur geklaut. Die hat mich auch nicht erkannt. Na. Ich bin begeistert. Wirklich. Waved. Ist doch gut, wenn du nicht erkannt wirst. Ja, stimmt. Weil ich würde natürlich gerne Hallo sagen, aber wenn man sich nur so flüchtig kennt, ich lass es lieber erstmal. Ja ne, besser nicht. Ich glaub, im PD ist es okay, wenn ich einfach Hallo zu jedem sag. Ja, da kennen sie dich alle. Ja, vor allem sind es Polizisten. Also ich würd mich ja ganz toll wundern, wenn da irgendwas wär. Ja. Ja. Wie parkt der denn? Das ist ja unfassbar. Der parkt schon seit gestern so. Wirklich? Ich bin wach geworden, kam aus dem Hotel und guckt Auto und denk mir so. Wow. Das müssen wir auch nochmal üben. Ich glaube, neben Mord und Totschlag, so wie ich das immer wieder mal mitbekommen ist, parken einfach wirklich parken und fahren das Hauptproblem dieser Stadt. Das kann sein und nicht. Lass ne Fahrschule gründen. Ja, aber glaub mir, da kommt keiner hin. Wir fahren, äh, wir fahren alle nach Vorschrift und bringen es ihnen richtig bei, wie jemand kommt. Mhm. Okay. Ach ja, ach ja, ach ja. Ein Hotel ist hier. Ich hab das hier. Hier? Die rote Tür? Nee. Wollt schon sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich nächtigen will, aber... Das ist das pinke Fahrrad. Ist... Oh ja, ist ja schön. Oh, das würde ich auch noch nehmen. Ja, das altrosane da sieht ganz schön aus. Ja. Mal sehen, was du bekommst. Ich bin auch gespannt. Aber weißt du, ich glaube... Ah. Ist auch schön hier. Ich glaube, ich würde lieber in dem Hotel mit der hohen Tür als nochmal unter der Brücke. Vor allem seitdem ich weiß, dass es hier den König gibt. Und ich glaube auch... Ich weiß nicht, welche Brücken dem alle gehören, weißt du? Da hatte ich glaube ich Glück gehabt, dass ich dann irgendwann den Herr Weiß getroffen habe. Oh. Man, wer weiß, was der gemacht hätte noch. Ja. Der hat gesagt, er war mal Polizist. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich dir das glauben soll. Ja. Weil der den ganz seltsam nahm. Also falls du ihn mal kennenlernst und er sagt, er ist der König. Es gibt zwei Könige, es gibt auch noch einen Donut-König. Ja, den haben wir ja kennengelernt. Stimmt, da warst du dabei. Der mich da angeflirtet hat. Genau. Was hat er denn gesagt? Weißt du das noch alles? War ich da nicht auch schon ein bisschen dicht? Von wegen... Oh, schön. Dass mein rosa Oberteil so zu seiner rosa Jacke passt und es ist ein Zeichen und... Hä? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Und dann hat er mir eine Süßspeise gegeben und was zu trinken. Und dann hat mir so... Gott bloß nicht. Melody, ernsthaft? Also bis auf das mit dem Oberteil hat er das genauso bei mir gemacht. Was ist das denn für eine Masche? Warte, Melody, musstest du für den Donut bezahlen? Für die Süßspeise. Nein. Fuck my life. Müsstest du oder was? Ja. Er wollte sogar 8 Dollar. Ich habe ihn runtergehandelt auf 4. Weil er so lecker aussieht und jetzt bin ich aber ein bisschen beleidigt. Das muss ich ihm irgendwann nochmal erzählen. Also wenn ich den treffen werde, dann möchte ich dann nochmal einen Gratis-Donut haben. Geht's doch nicht. Geben sie nichts. Sie muss nichts bezahlen und ich muss oder was? Ja. Dann sage ich ihm, möchte ich bitte meine 4 Dollar wieder oder einen Gratis-Donut, weil der echt lecker war. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie lange es noch ist und wie weit es noch ist zum PD. Ich guck mal ganz kurz nach. Hm. Geht, wir müssen immer noch geradeaus laufen. Oh, geradeaus. Ich schätze mal noch so 10 Minütchen, oder? Ja. Und weißt du was, Melody? Kein Bus. Nein. Wieder keinen Bus gesehen. Was auch wenn, dann sind wir am PD und dann kommt der Bus. Ja, natürlich. Wahrscheinlich baut er dann noch vor uns in Augen einen Unfall. Dann kriegt er den Mittelfinger zum Fugeln, aber sowas von. Ja. Aber ich hab... Puh, kannst du uns mal, Busfahrer. Ich hab bei dem Busfahrer gerade aber gesehen, da saß sogar eine Person in dem Bus drin. Die hatte sehr, sehr viel Glück. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Ähm, ich weiß nicht, also übrigens meine Stimme ist irgendwie voll am Arsch. Oh Gott, haus. Meine Stimme ist irgendwie... Also ein bisschen langsamer, so. Voll am Arsch. Da müssen sie tatsächlich arbeiten. Ach ja, bleibt erst mal Arbeit. Du würdest da oben wohnen. Wo meinst du genau? Da links. Boah. Stell dir mal die Aussicht vor. Ja, bestimmt richtig schön. Ja, oder wenn es mal Feuerwerk gibt und du bist ganz oben und kannst dir das von oben angucken. Oh ja. Oh ja. Oh, das wäre so schön. Ja, bestimmt teuer. Ich hab mich auch schon gefragt, wie teuer wohl Musteras Apartment ist. Vielleicht frage ich ihn das einfach mal. Ja, aber warum nicht? Und freige ihn danach in mein billigen Hotelbett. Ja, wir schmeißen dann alle einfach mal zusammen. Ja, wir gründen einfach eine WG. Na ja, ich mein, ich hab ja eigentlich einen Wohnort wie im Wintergarten. Ein bisschen... Lange Geschichte. Lange Geschichte. Lange Geschichte. Also ich wohne bei meinem Volumen. Hat es mit dem Einpack zu tun und so, ja? Ja, es hat alles mit diesem blöden Thema zu tun. Deswegen schauen wir, dass wir hier und da gerade und so. Ja. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwann nicht mehr im Hotel wohne, sondern irgendwo anders. Das ist vielleicht gerade auch besser so. Ja, ja, alles gut. Ja. Haben ja so noch Kontakt. Ja, das stimmt. Haben ja relativ schnell die Nummern ausgetauscht. Da hab ich dich irgendwie ganz schön überfallen. Passiert. Mika, danke für deinen Prime Sub. Ist nicht so schlimm. Du bist wenigstens nicht wie der Typ. Am Stadtpark. Du meinst... Der sagt, wir sehen uns hoffentlich wieder. Und du denkst dir auch so, ja, wie denn? Das ist super gruselig einfach. Ja, oder? Wenn er sagt, noch fragen würde ich, ja, würde ich denn nur mal bekommen und dann noch so nett mit einem Quatsch, dann würde ich ja verstehen, dass man sich vielleicht wieder sieht. Ja. Aber sag mal. Aber noch nicht so. Hattest du da die jetzige Frisur auch schon? Die Extensions? Ich hatte in meiner Heimat die Extensions, ja. Ah, okay. Also, oder meinst du jetzt, wo der Typ dich angequatscht hat? Ja, wo der Typ dich angequatscht hat. Vielleicht erkennt er dich ja jetzt gar nicht mehr. Ja doch, ich hatte sie schon drin. Verdammt, Melodie, dann kann ich dir leider nicht mehr helfen. Ich bin hoffentlich losvoll geworden. Ich hoffe, ich bin irgendwann mal dabei. Ich würde das so gerne mal sehen. Ich glaube, du würdest denen schon ein paar Sprüche drücken. Ja. Wenn er dann nicht kapiert, dass er einen Korb hat, ja dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ganz im Ersten, das ist das Schlimmste. Wenn du jemandem einen Korb gibst. Und der reizt nicht. Ja, und der reizt nicht. Genau. Und dann denkst du dann einfach nur, du willst ihn ja auch nicht verletzen. Ich meine, den Typen, von dem du redest, bestimmt den will man schon verletzen. Aber man will denjenigen ja auch nicht verletzen und redest ein bisschen durch den Blumenhaber macht das offensichtlich. Ja. Ja, und jeder drumherum, der versteht eigentlich schon, was du sagen willst, aber eher nicht. Oh, mega unangenehm. Mega unangenehm. Mega unangenehm. Und dann kommt schon so ein Kumpel, der in den Ellenbogen reinrammt, so dieses von mir und so. Ja. Die will dich nicht. Genau, genau. Wir gehen jetzt. Aber dann wissen wir selber gut aus dem Schneider. Boah, ich frage mich wirklich, ob wir heute noch irgendwas erleben, wenn er meint das auch in der Bar immer so. Ja. Was hat er gesagt? 23? Boah, das ist aber echt. 23 Uhr erst? Oh krass. Was ist 3 Uhr morgens? Nee, nee, nein. Da bin ich wirklich gespannt. Weißt du, ich mach mir manchmal Pläne für den Tag und dann kommt's immer wieder ganz anders. Heute ist aber noch nicht großartig. Ja, ich mach mir keine Pläne mehr wirklich. Ja, ich hab's eigentlich auch aufgegeben. Wie gesagt, Erste-Hilfe-Kurs, äh, ja. Ich frage mich, wo der Donutmann seinen Donutladen hat. Hm. Melodie, ich muss mich da bald mal beschweren gehen, wirklich. Ja, ne? Wobei, passt ein bisschen auf, ich hab von meinem Verlobten gehört, dass der vielleicht auch ein bisschen zwielichtig sein könnte. Gut, dass ich nicht seine Nummer, meine nicht. Wenn du die Ernst auf... Und ich jetzt eine neue Frisur hab. Achso. Ach. Gut. Ich mach mir einfach den Rücken zu. Sie kennen mich nicht. Gehen Sie bitte. Ja, aber warte mal, vielleicht kriegst du jetzt noch einen Gratis-Donut. Du musst das rosa Oberteil auch wieder anziehen. Ja, stimmt. Ja, aber guck mal, bei mir hat's auch... Ja, stimmt. Okay, wenn man einen rosa trägt, geht man den also umsonst. Das könnte es sein. Ja, warte, dann leihst du dir aus, dann holst du dir dann einen Gratis-Donut. Ja, das wär ne Idee. Oder ich hol mir einfach einen rosa Hoodie. Weißt du, wer noch rosa ist? Nö. Der verkauft Wurst. Der verkauft Wurst. Der verkauft Wurst. Also im Pitti oben ist einer seiner... Ja, oder ich sag mal, sein Restaurant. Man kann eigentlich gar nicht Restaurant sagen. Ist so ein bisschen wie so ein Imbiss. Mhm. Und es ist aber auch super lecker. Und ich habe noch nie, noch nie so einen ernsten Typen wie ihn hier kennengelernt. Okay. Also neben Walter Weiß ist da der Stock auch ganz tief drin. Uff. Vielleicht teilen sie sich einen Stock. Ja. Mein Gott, ist das nur ein Taxi. Ist das nur alltäglich. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Immer wenn ich einen sehe, holst du mir ein bisschen das Herz in die Hose. Alles gut, du bist nicht alleine. Ich würde den Jafar halt voll gerne mal wieder... Und dann zerprügeln wir ihn. Ja. Vergiss nicht. Zwei gegen einen. Zwei gegen einen. Ja, das stimmt. Ich habe zwei Brüder. Ich kann mich prügeln. Ah! Ich habe auch zwei Brüder. Einer ist leider da. Aber ja, ich habe auch zwei Brüder. Und in Kentucky sind wir ja eh ein bisschen ruppig aufgewachsen. Okay. Hast du schon viel von Kentucky gehört oder eher so nicht? Nee, nicht so wirklich. Oh. Weißt du was? Ich möchte dich damit jetzt auch nicht belästigen, weil es ein bisschen... Irgendwie wurde die Art hier nicht so gut aufgenommen, habe ich das Gefühl. Ja, warum? Die Leute schauen immer so geschockt. Ich meine bei uns zum Beispiel... Warum? Kentucky oder was? Ja. Ja. Ich habe gesagt irgendwie, ja, ich will mein Auto wieder haben. Dabei diese Kreditsachen möchte ich mein Auto wieder haben. Ja. Wenn sie... Die Frau von ihrem Bruder wären dann schon. Und dann habe ich gesagt, kann man das auch rückwirkend machen? Weil in Kentucky, muss ich tatsächlich sagen, hatten wir solche Fälle in der Familie. Das ist ein bisschen anders bei uns, Melody. Ja. Ein bisschen anders. Weil das Auto nicht rausrückt. Ja, der war eigentlich ganz... Also... Um ehrlich zu sein... Ich bin mir immer noch nicht so sicher, aber er war sehr sehr nett. Hallo? Oh, habe ich jetzt erschrocken. Quatsch! Du bist ein Stimbruch oder wie? Wie hübschen da? Bitte? Mit dir los? Wie soll mit ihr sein? Ja, doch. Hast du was gegen meine Stimme? Wie kommst du drauf? Weiß ich nicht, kannst du ein Gefühl, ne? Nein, Mann. Ich hab ne Frage seit hier schon länger. Ich bin neu hier, ich suche diese Ellie-Bar oder... Oh, ja dann viel Spaß beim Strampeln. Müsstest du nochmal ganz nach oben... In die falsche Richtung? Ja. Falsche Richtung? Aber hängen da viele ab? Ähm, demnächst wahrscheinlich, ja. Warum demnächst? Warum nicht jetzt? Ja, komm mal auf die Uhr. Ja, es ist doch die Bar, es ist doch perfekte Uhrzeit. Die Bar hat bis 3 Uhr morgens teilweise offen. Ja, genau, wir waren gerade auch da. Ah, dann gibt es auch irgendwo ne Shisha-Bar. Ja. So weit, ich weiß nicht. Mag Glück, Herr Digga. Rallaz, direkt anmelden gehen, wir sehen uns. Hau rein. Yo, Digga. Melody, wäre das nicht ne Partie für dich? Müsstest du verfolgern? Gerne! Ja, ich war jetzt erst mal so... Es war sehr weird. Es war gar nicht gejuckt, aber so richtig in der Hand, du. Es war... Es wollte sich schon ballen. Es war super weird. Ich habe erst überlegt... Ich bin gerade beim PD oben raufgefahren? Ja, dann erst ein Glückwunsch. Da freut es sich bestimmt. Ich habe jetzt überlegt, gar nichts zu sagen, weil ich jetzt nicht dachte. Weil ich dachte, okay, es ist eine fremde Person, aber ich konnte dann doch nicht die Fresse halten. Aber ich... Ja, kann man mit einem Strimmbruch, oder was? Was ist los? Ich verstehe nicht, wieso sich einfach jeder irgendwie... Jeder stellt mir irgendeine Frage über meine Stimme. Ich kann es einfach immer noch nicht nachvollziehen. Meine Stimme ist deine Stimme, meine Güte, sollen die Knappe halten? Ja, ich kann die doch nicht verstellen. Nee. Ich habe sie auch versucht mit der Verkleidung, aber es hat absolut nicht funktioniert. Ich meine, ich kann nicht... Ich kann nicht dunkler reden, es geht nicht. Ich komme nicht runter, weißt du? Nein, deine Stimme ist so viel gut wie sie ist. Du musst voll niemanden verstellen. Dankeschön, Melodie. Wenn sie dich nicht akzeptieren, so wie du bist, dann haben sie Pech. Ja. Oh Gott, das ist... Kommt doch schon wieder. Ja, ich... Oder? Nein. Warte, nee. Oh, gut. Die ist sportlich unterwegs. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn die auch bei der Polizei eigentlich ist. Die sind ja alle recht sportlich da. Ach, das ist doch schon das Piddy. Oh, schön. Ja, wir sind da. Wir haben es geschafft. Dann gucke ich mal ganz kurz. Ja. 15 Minuten. Geht ganz gut. Oh oh. Was denn? Was ist der, den du wartest? Und da habe ich dir ja schon gesagt, du bist ein guter Freund für mich geworden. Oh lala. Okay. Melodie, ich hoffe, er wird dich nicht ansprechen. Er hat oh lala gesagt und ich kann dir sagen, mich meint er auf keinen Fall. Aber siehst du, er hat mich ja schon wieder nicht erkannt. Ist das doch gut. Ich anmache vom Feinsten. Du bist einfach die Ablenkung. Ich lecke einfach die Ablenkung. Du bist die Ablenkung. Oh lala. Oh Gott. Okay, dann gucken wir mal hin. Ja. Hier ein Fahrrad, da ein Fahrrad, überall ein Fahrräder. Ich vermisse es aber auch wirklich ein bisschen, sexy Kleidung zu tragen. Halt, wenn sich alles beruhigt hat, dann hast du wieder. Ja. Ich muss mal gucken, hier ging das wahrscheinlich nicht, oder? Kann man hier rein? Nein. Nee, hier nicht. Schade. Ist doch irgendwie so leer da drin. Oh je, ich hoffe, die sind nicht alle im Einsatz gerade. Klar, sind wir wenigstens drin, sind wir safe. Doch, hier vorne stehen, Leute. Oh. Hier hat es geklappt. Wunderbar. Wieso, 1, 2 oder 3? Vielleicht können wir uns da vorne ja hinlegen. Ja, da sind wir auf Augen aus dem Sinn und so. Ja, falls du Hunger hast. Oben ist da, ich glaube es heißt die Wurstpresse, die Wurstkutsche, ich bin mir nicht sicher. Wurstpumpe. Ach ja. Da ist ja viel Kundschaft hier. Blut ist es denn weit und breit. Man bräuchte wie beim Hotel einfach so eine Klingel. Bing, bing. Ist das nicht der Musiker? Der der gesungen hat? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich überlege gerade, was der auf der anderen Party hat, wo es war ja keiner. Was der letztens an der Bar, was der da anhatte. Hat der das hier an? Der hat ja auf den, äh, bei der Fahrtzug, glaube ich, angehabt. Ah, okay. Ach, das ist auch dieser, wie heißt der? Nee, Nemo. Ist es irgendwas? Irgendwas mit Nemo. Der Nachname war Nemo, glaube ich. Was denn, was denn los? Was ist denn los? So lange es technisch ist, okay. Das ist auch so. Liebe Motz, nein, ich muss nicht putzen. Ich habe den Job abgesagt. Ach ja. Ich glaube, ich esse mal ganz kurz was. Mach das. Bitte macht den, bitte macht den Motz nicht so viel Arbeit. Bitte, bitte. Hört darauf, was die Motz sagen. Hört darauf, was die Motz sagen. Kein Meta. Bitte, bitte, bitte. Das sind viele Leute, aber keine Polizei. Was ist denn hier los? Oh, das habe ich gebraucht. Ich glaube, ich schreibe Frau Collins mal. Ich schreibe Frau Collins mal. Ja, Gönndi. Ich schreibe ihr mal ganz kurz. Ich weiß nicht, was Meta ist. Ähm, Aussufezeichen RP. Aussufezeichen RP. Entschuldigung. Frau Collins hat gesagt, super. Ich habe ihr gesagt, dass ich, äh, hier, ne, dass ich in PD, äh, so lange warte. Und sie hat gesagt, äh, ja, äh, das ist gut, dann können wir ja gleich zusammen losfahren. Und dann habe ich halt gesagt, dass, ähm, da habe ich halt gesagt, dass, äh, Supi, wie, ja, ich müsste jetzt auch Melodie leider sagen, das, äh, jetzt hat sie den ganzen geholfen, aber, ne. Äh, da habe ich geschrieben, Supi einfach nur. Warte. Melodie? Ich müsste gleich, ich werde jetzt gleich ja Frau Collins treffen und wir fahren gemeinsam zu irgendeinem Ort. Und weil ich mit ihr auch noch privat wegen der ganzen Sache reden muss und das ja auch mit der Polizei zu tun hat, wärst du mir dann böse, wenn ich dann gleich einfach gehe. Nö, alles gut. Wirklich? Ja. Ach, ich muss mir wirklich auch mal wieder die Nägel machen, fällt mir gerade ein. Warte. Warte, du weißt, ich habe immer eins, zwei, drei, drei. Ah, schön. Vielen, vielen Dank, das ist sehr lieb. Immer nicht gestattet hier. Das Leben gerettet in deinem Kind. Da erinnere ich mich noch. Ich konnte mich nirgends hinsetzen. Ja. Und dann warst du so betrunken, bevor ich dir den Burger gegeben habe, da hast du dich einfach breitbeinig hingesetzt und wir haben uns vor dich hingestellt, wir Mädels. Ja, du dir ernsthaft? Oh Gott. Ja, wir haben dir aber gesagt, dass du dich hinsetzen sollst, wir Mädels haben uns halt direkt vor dich gestellt, dass keiner was sehen konnte. Oh, das ist so lieb, wer war denn da noch? Nicht wie sie hieß. Oh, viel Glück. Er hat also so braune Haare und Zopf. Kann ich nicht. Oh, ich zeige euch trotzdem zu dir. Vielen, vielen Dank. Das ist, ähm, ja. Da lässt man sich ja manchmal ein bisschen gehen, wenn man getrunken hat. Und der Skinner hat dir, glaube ich, irgendwie ein T-Shirt oder so ein Hemd oder so gegeben, damit du es über den Schoß legen kannst, damit du dich hinsetzen kannst. Oh, das meine ich ja, der ist einfach so lieb. Oh, oh Mann. Leute. Dieses Fang hat bei der Polizei. Ich warte auf Frau Collins. Okay. Ich warte auf Frau Collins und, äh, bitte mal schüttet euch ein bisschen. Skinner's Hemd. Ja, Aria, ich weiß, ich muss halt gucken gerade, woran sich Ariane erinnert, woran sie sich nicht erinnert, ist schwierig. Deswegen frage ich Melody auch so viel, weil das ganz gut ist. So kriege ich nämlich gerade wieder ein bisschen von dem Arm mit und kann das dann auch wieder nutzen. Äh, genau, wir machen uns gerade die Nägel. Weil, äh, so kannst du nämlich die Beine überschlagen und das hat mich sehr gerettet auf der, ähm, ja, auf der Party, weil ich hatte mit Ariane diesen Rock an, den ich ganz am Anfang mal gesehen habe im Laden. Hast du mir seinen Putzwagen stehen lassen? Ach, sind das Fliegen drum? Oh, ne, da ist, glaube ich, Staub drumrum. Ich dachte gerade schon. Ja, ganz viel Klopapier. Ja, ist so ein bisschen wie bei, ich weiß, jetzt hat hier eine Bombe eingeschlagen. So ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen verlassen wie bei einer Zombie-Apokalypse. Alle brauchen Hilfe, nur die Kopf haben sich da. Ja. Die Kopf haben sich einfach in den Bunker eingesperrt. Denkst du so, ey, ey, lass mal, mach das schon. Da gehen sogar schon die ersten Leute, ich bin gleich wirklich gespannt. Vielleicht haben die auch einfach nur eine Besprechung. Das kann auch sein. Vielleicht kommen sie alle auf einmal raus. Ja, aber regulär ist es ja immer so, du kommst hier rein, kann ich ihnen helfen? Und jetzt? Und jetzt kommst du rein, äh. Gähnende Leere. Ne, aber eigentlich ist es hier immer recht voll. Ich glaube, das ist sogar, ich würde sagen, das ist einer der vollsten Orte hier in ganz Los Santos. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Ja, also ich war bis jetzt, bis jetzt bin ich das zweite Mal hier drin. Äh, das zweite Mal. Ansonsten immer nur ran, vorbei gelaufen. Und du brauchstest noch keine Hilfe vom PD? Ne, noch keine. Oh. Also ich muss sagen, es gibt ja einen rothaarigen Polizist. Das war an meinem ersten Tag. Der war aber noch, ja, der war noch in der Ausbildung. Das war noch ein Anwärter. Der war super süß und war sehr lieb, aber er war halt ein Anwärter. Ja, deswegen, äh, ja, war leider gestern doch nicht so mein Typ. Aber der ist jetzt bestimmt schon ein bisschen höherrangig. Der hat mich auf jeden Fall hier gut, äh, gut aufgefangen. Da war mein Bruder, der wurde hier inhaftiert leider. Für kurze Zeit. Okay. Weißt du, wir sind ja neu hier gewesen. Am Flughafen wollte er einfach wissen, wann der Bus kommt. Und dann hat er gesagt, dass er die neuen Einzelnen anrufen, weil er kann... Oh nein. Mausi, Mausi, Mausi. Pst, pst, pst. Da kommt der Typ. Er kommt vom Taxi. Dankeschön. Ich bin da vorne bleiben. Ich glaube, er macht es nicht, aber ich fühle mich irgendwie verfolgt. Hättest du, dass du weißt, dass er was zum Schilde führt oder dass er dir unangenehm ist und... Na, hast du zuerst direkt, dass er irgendwie negativ ist? Äh, die Sache ist, äh, ich werde mal ein bisschen leiser. Die Sache ist, hier ist ja, ähm, hier bin ich, hier bin ich eigentlich sicher. Mhm. Das Einzige, was mich, äh, ein bisschen irritiert, ist halt gerade, dass die Polizisten nicht da sind. Aber ich glaube, selbst wenn er irgendwas machen wollen würde, würde der hier nichts machen. Nee, denke ich auch nicht. Weil er dich nicht erkennt, das ist alles eine Stimme. Ja. Stimmt. Ich lenke ihn einfach von dir ab. Ja, du musst dafür auch dann leider aufstehen. Es tut mir so leid. Jetzt wartet er da einfach die ganze Zeit. Aber bist du sicher, dass er es ist? Der mit der komischen Stimme, du hast ja gerade die Stimme von ihm gehört. Ja, ja, der ist ja gerade vorhin, wo wir jetzt beim Krankenhaus waren, ist er doch vorbeigelaufen. Ach ja, da hat er auch gesehen. Hat er doch auch schon angefangen. Ja, da ist er eine sehr markante, er hatte wirklich eine sehr markante Stimme. Oh Gott, er kommt her. Nein. Oh Gott, er kommt, er geht hoch. Oh, 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 oh. Ach, jetzt kommt er her. Ach, du willst, du fällst dich bei der Fußbuche um. Ich dachte auch schon. Okay, jetzt zum Pfalz. Oh Gott. Weitergehen, 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 weitergehen. Prost, Prost. Nein. Ja, da kannst du hingehen. Kennst du Benny Hill Musik? Mhm. Ich würde die gerade so gerne einspielen. Oh Gott. Perdita, ist da ganz trinkt. Oh Gott. Hä? Ist das Eddie da vorne? Ich kann's wirklich nicht erkennen. Von weiten gerade dachte ich, das ist dein Verlobter da hinten. Ja, ich bin gerade auch am gucken, aber äh... Ist das das von weiten gerade so richtig aus wie er? Aber er ist es nicht, oder? Ich hätte mir wirklich ne Brille mit Stärke holen sollen. Nee, ist doch... Nee. Diese Situation wird tatsächlich dann doch sehr interessant jetzt geworden, aber nee. Okay, gut. Mein Verlobter redet ab und zu noch mit ihm, wenn er irgendwie... Also er hat ihn letztens einmal draußen gesehen. Ich weiß nicht, die sind dann irgendwie verschwunden. Vielleicht will er ja den Schein bewahren oder so. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube allerdings auch, dass er mir nicht alles erzählt. Aber ist vielleicht auch besser so. Gleich ein bisschen sicherer. Äh, man muss nicht alles wissen. Das stimmt. Also gefühlt verfolgt er sie. Gefühlt ja, aber ich glaube er tut's halt nicht. Wie lange wollen die denn am Geldautomaten noch quatschen? Ist auch schon wieder sehr unhöflich. Aha. Ja. Also ich frag mich wirklich, was gleich passiert, wenn dieser eine Polizist, der gerade von der Streifen wiederkommt. Was sie macht, wenn er hier reinkommt. Alle wollen da was von ihm. Ja, aber... Ich würde direkt rein, wenn er aus dem Dieb gehen. Ja, Entschuldigung, ich bin Feierabend. Ja. Ja. Ich würde einfach durchrennen. Einfach durch. Weg ist er. Ich bin nicht da, ihr habt mich nicht gesehen. Aber es könnte halt jetzt wirklich passieren. Ich warte da einfach nur drauf. Ein Unsichtbarkeitsumfang. Ja. Okay, ich glaube er wird gleich gehen. Ich glaube nicht, dass er hier noch warten wird. Was steht da am Geldautomaten? In Schafar ist das echt immer überall. Was geht das Handy? Also ich kann mir vorstellen, dass das für ein... Ich weiß nicht, aber für ein Ersin ist das bestimmt so super, super spannend. Oder vielleicht wird man da wirklich so richtig krass paranoid. Weil bei ihnen ist die Gefahr ja wirklich da. Bei ihnen ist es ja so. Das muss man so creepy sein. Unterhält sich gerade, oder? Mhm. Okay. Mit denen die beiden am Geldautomaten waren. Ja, die beiden kenne ich nicht. Zumindest von ihr aus kann ich nichts erkennen. Ja. Weißt du, was ich auch noch ganz schlimm finde? Ja? Wenn du Polizisten im Zivil siehst und du kennst die eigentlich und erkennst sie nicht, weil sie im Zivil sind. Wie sind? Ja. Das wäre mit Herr Carsten mal passiert. Oh. Peinliche Sache. Welcher war Herr Carsten auf der Party? Der mit dem weißen Anzug, oder? Äh, Herr Carsten hat... Ja, das könnte passen. Ich habe auch noch... Ich glaube, der hat den ganz weißen Anzug an. Ja. Es schwammert mir gerade ein bisschen, aber ich glaube ja... Und der Taxifahrer läuft wie eine Ente. Da. Das ist eine Ente. Ja. Jetzt ist er weg. Eine Ente, der aufs Klo muss, aber dringend. Ja, stimmt wirklich. Ah, da hat er den Ausgang noch gefunden. Super. Ich muss mal, ich muss mal ganz dringend auf das Klo fahren. Oh, ich könnte gar nicht so reden wie er. Hier muss ich... Hier muss ich... Nee, ich könnte das überhaupt gar nicht. Oh. Gut. Oh Mann. Händen wir das. Erledigt. Ich schau mal, wie spät es ist. Ah. Okay, Frau Collins müsste gleich kommen. Was hast du noch vor, heute? Ich weiß es nicht. Vielleicht lauf ich gleich zum Hotel und geh ins Bett. Mal schauen. Oh, okay. Also den Geburtstag reinfeiern werde ich nicht. Oh, das ist aber schade. Ja, ich muss um sechs Papier machen und so. Um sechs aufstehen und Papierkram erledige. Ich kenn leider noch nicht genug Leute, um die irgendwie eine kleine Feier zu organisieren. Das ist gut. Ja, es wär aber schön gewesen. Also ich fand die Feier jetzt vom Herr Weiß, fand ich richtig gut. Das würde ich jetzt nicht hinkriegen. Aber, ja. Meinst du, der Club hat irgendwann auch mal wieder auf? Der wurde ja jetzt extra dafür, glaub ich, aufgemacht, ne? Ja, Robi, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Aber der hatte letztens offen. Echt? Der hatte am Freitag offen gehabt oder so. Oh, als ich nämlich letztens da war, war einfach nur... Da bist du dran vorbeigefahren, glaub ich. Da war es nämlich komplett leer. Also davor. Und wie gruselig bin ich den ganzen Leuten hier und keinen einzigen Kopf. Ja. Ich stell mir bei sowas, hör ich mir mal vor, was will wohl jeder Einzelne jetzt gerade, was ist sein Anliegen? Weiß es ja nicht. Okay. Der mit dem Anzug bestimmt Anwalt. Ja, das könnte sogar sein. Und dann hätten wir, okay, die Dame rechts sieht aus, als würde sie Steuern machen. Und hätte irgendein Problem mit einem Klienten. Und ich muss sagen, der mit der roten Jacke sieht irgendwie aus, als wäre ein Polizist zivil. Ja. Und die beiden vorne haben Dresen und möchte gern Gangster vielleicht forsch eingereist. Ja, das könnte sein. Wir wollen sich erkundigen. Ja. Und der am Handy? Will vielleicht Polizist werden. Oder er ist Polizist, ich weiß nicht, aber der hat echt schicke Haare. Schicker Typ. Und denkt sich vielleicht so, oh Gott, ich seh die Leute, ich geh nicht in den Dienst. Ja. Und dann denkt sich einfach, oh chillig, ich muss einfach gar nix machen hier. Oh. Oh. Das ist wirklich nicht mein Verlobter da vorne, oder? Nee. Nein. Ich denk nicht. Ich hab's wirklich so schlecht erkannt. Er hat sich doch bestimmt bei dir gemeldet. Ja, gestern hat er, obwohl gestern hat er sich bei mir gemeldet und ich weiß nicht, ob du im Moment auch so mit dem Mobilfunkanbieter irgendwie so ein paar Probleme hast. Meiner zeigt mir gar nichts an, ob ich eine SMS überhaupt bekommen hab. Oh. Auch nicht, wenn ich das Handy ausgemacht hab, aber ich krieg ein Signalton. Ja, bei mir ist es so, dass er hat mich gestern oft angerufen und es klingelte einfach nicht. Es hat mir auch nichts angezeigt. Ja. Ich hab die ganze Zeit nur irgendwie ein Signalton, aber... Ja, irgendwie ist es bei allen Gaben... So wenig Zeit, wie er mich schweißt. Oh Mann. Es ist immer Zeit, dass es irgendwie... Sollte man mit der neuesten Version rauskommen. Das Handy ist ja jetzt schon ein bisschen älter auch. Ach, Software-Update, aber bitte. Ja. Oder Software-Update, genau. Ich hatte vorher noch das ganz alte Schmuck hier. Und das hat aber funktioniert halt. Das funktioniert besser als das hier wahrscheinlich. Ja. Wirklich. Ach ja. Was ist denn mit der Frau Kornis? Also... Pünktlichkeit, nein. Ich geh mal ganz kurz oben gucken, ob da jemand ist, ja? Mach mal. Aber ich glaub, wo er hochgelaufen ist, war da keiner. Das wär jetzt nicht so hoch runtergekommen wieder. Hm. Hm. Okay. Vielleicht ist da jemand von den Wurstleuten, den könnte ich fragen. Die könnte ich fragen, was mit den Polizisten hier heute... Ähm, was wolltest du gerade sagen? Nichts, alles gut. Okay. Geh mal schmummeln. Nein, ist okay. Bis gleich, ich beeil mich. Die Treppe hier hochläuft. Da ist wirklich keiner da. Hä? Die Treppe hier hochläuft. Die Treppe hier hochläuft. Da ist wirklich keiner da. Was denn no? Man versteht ihre Stimme immer gleich. Am Sonntag wird gegen die Aserbatenkammer los. Da werden wir einen Convoy aufbauen und die Aserbatenkammer dann... Da ist der Dennis! Und ähm... Richtung... Da ist der Dennis! Ich höre Dennis! Ich höre Dennis! Da passieren. Die Information ist im Plan beim ElfTV. Sollen wir die Information halten? Vor der... Vor der Eddy-Klon. Okay, ich glaub, ich weiß nur was Sache ist. Ups. Ja, ups. Ja, ups. So, ups. Ich hab, äh... Ich hab ein bisschen... Ich hab mich bei der Wursttheke angelehnt. Und konnte dann aber trotzdem inneren Stimmen hören. Und ich glaube, es gibt gerade eine Besprechung, denn ich habe den Herr Weiß sehr laut gehört. Ach du heilige Scheiße. Und ja, ich glaube, wenn du sagst immer so locker und flockig, das hat sich wieder angehört, als wäre wieder so wie vorher. Okay, Alkoholpegel ist wieder auf Null. Ja. Ja. Stock ist wieder drin. Wir müssen ihn... Wir müssen, äh... Wasser auskippen und, äh... Wodka reinkippen. Das ist eigentlich die Idee. Oder ein Wasserlocker. Ja. Ich glaube, dann wäre die Stadt aber richtig am Arsch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaub, tatsächlich ist es wichtig, dass er so ist. Ja, man kann ihn mögen oder man kann ihn hassen. Und manchmal schwankt man zwischen beiden. Nur allein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich bin mir ja immer noch nicht so sicher, ob ich von der Mafia gesucht oder bedroht werde. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich will auch nicht so tun, dass wäre Ariane so wichtig, dass das passieren könnte. Aber es wird das Ganze einfach so viel interessanter machen. Ich mag das ja tatsächlich hier gerade. Ich mag es. Ich würde mir auch wünschen, dass Ariane heute vielleicht noch mal ein bisschen mit Eddie zu tun hat. Gerne sogar. Aber... Ich bin mir ziemlich sicher. Es dauert nicht mehr so lange. Oh Mann. Ich wäre nie immer noch geblieben. Ähm... Ähm... Miss Pokaboo! Vielen, vielen Dank, dass du da warst und gute Nacht und schlaf schön. Ähm... Ach ja... Wie gesagt, das wäre so... Das ist unser Problem. Ich würde das schon ganz toll finden. Ja, das stimmt. Fisch, wenn sie gehen. Na, schade, dass das mit der Wurst oben... Ich schau mal ganz kurz. Ich hab... Ich hab noch ein Ei. Alles gut. Das hält auch ein bisschen. Ich hätte mir nur noch mal ein Wasser oder so gekauft oben. Naja... Da ist ja... Dass der Getränkautomat leer ist. Ja... Ich find das wirklich super spannend. Oh... Herr Muschera. Ach... Ach, da kommen die ja alle. Ja... Ich bin gespannt, ob er mich hier kennt. Ja... Der... Der Herr Ägypter hat mich nämlich nicht erkannt. Wissen Sie? Der war nämlich gerade auch da vorn. Ja... Das ist super dann. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja... Der ist heute dreimal an mir vorbeigelaufen. Ja, das stimmt. Ach... Sie schon wieder. Frau Melodie. Buenos Dier. Bezaubern Sie ihn mehr. Oh, Melodie. Das hört sich ja schon mal gut an. Ja. Was? Sie hatten gerade eine Besprechung. Ich war nämlich oben. Ich hab nicht gelauscht. Ich war nur bei der... Wie bitte? Nochmal. Was hatten wir? Sie hatten gerade eine Besprechung, glaube ich, oder? Ich stand jetzt gerade zwei Stunden, zehn Minuten in einer scheiß Besprechung. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Ich sterbe innerlich. So lange... Ich bin ruhig. Hier sind wirklich Leute gekommen und wieder gegangen. Eine ganze Menge. Ja, das habe ich auch in meinen Träumen durchgespielt. Dass ich gehe, aber nicht wiederkomme. Ich gehe nur. Ich gehe. Und ich gehe. Herr Moskera, Sie sehen einfach viel zu auffällig aus. Das stimmt wohl. Deswegen klappt das wohl nicht, sonst hätten Sie sich davon schleichen können. Wenn ich jetzt mal eine Perücke mitnehmen. Okay. Ja. Was ist denn da oben? Ich wollte mir eine Wurst holen oder mal gucken, ob da jemand oben ist. Ich wollte mal fragen, wieso es hier so ruhig ist. Aber dann habe ich den Herr Weiß gehört durch die Tür. Der war so laut, den konnte man bis vorne zur Theke hören. Oh. Super. Ja. Sie wissen, sein Alkoholpiegel ist wieder auf null. Ja. Also mal kurz die Arme heben. Ja. Ich möchte mal schön auf der Pullover passen. Der schießt wie angegossen. Passt super, oder? Ja. Ja, die Ärmelänge ist perfekt. Wirklich. Da kann man nicht meckern. Ja. Von her, süß. Sehr lieb. Wirklich. Ach, da ist auch Frau Collins. Wuppi. Entschuldigung, da bin ich gleich wieder richtig aufhörig. Sehr gut. Ich will ja nicht stören. Alles Gute. Alles Gute, Hermoskera. Sie stören nicht. Ist das da vorne? Sehr sicher, ja. Oh Gott, er ist wieder da. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das Collins ist. Keine Ahnung. Hat der oben mit der Wurstkube offen, oder nicht? Wisst ihr das? Ne, da ist niemand da. Nein, nein. Hast du ihn genannt, Ägypter? Ja, da ist er. Da ist er wieder. Ja. Alles Gute. Soll ich Sie dem Ägypter vorstellen, bitte? Haha, nein. Es reicht schon, dass er mir hinterher flottet. Okay. Gut, ich guck mal zur Wurstkube. Ich muss mal eine richtige Wurst in den Mund nehmen, verstehe? Können Sie sich? Ich war mir eigentlich sicher, er war hetero. Ich bin mir nicht mehr sicher. Was war das denn jetzt, bitte? Ich wusste nicht gewusst. Das wurde dem Vater nicht gesagt. Weißt du, er weiß, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, er weiß, was er gesagt hat, aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, was das für Auswirkungen auf uns hatte gerade. Ja. Vor allem, wenn wir vorher schon über ihn geredet haben. Oh. Ich hab doch gesagt, da ist jemand. Ah ja. Zweieinhalb Stunden, meine Güte. Ja. Zweieinhalb Stunden. Was ist denn jetzt? Ah, sie ist, glaube ich, gerade nach draußen gegangen. Oh, ich warte mal lieber, ich will da jetzt nicht direkt nerven. Ist der Ägypter, ist wieder weg, oder? Nein, nein, nein. Der steht da ganz hinten telefoniert. Das ist ja komisch hier. Super sein. Ja Melodie, das ist die Po-Pose. Aber was soll ich... Du legst alle ab. Du legst alle ab. Ja, ich leg's bei dir ab. Genau, richtig. So, dann hast du ja... Ja, das ist ja schon. Du, ja, das Problem an der Backe ist nicht so gut. Aber es ist sehr lieb, dass du heute mit mir unterwegs bist. Oh, du wirst dich an der Backe, ne? Ja, wirklich. Oh, Mann. Ich bin froh, dass man uns hier nicht hört. Wirklich. Ja. Oh, Mann. So, das ist bestimmt auch ein Polizist im Zivil. Ich sag dir, man erkennt die wirklich nie. Oh, geh doch bitte einfach. Oh, das sind aber auch schöne Haare. Ja, oder? Oh, ja. Haben vor allen Dingen auch diesen leichten rosa Stich. Ja, los gehen. Weiter gehen. Weiter gehen. Weiter gehen. Raus. Tschüss. Bye, bye. Warum sieht der eigentlich so aus, als müsste er die ganze Zeit wirklich pinkeln gehen? Wenn's nur pinkeln ist. Ja. Stimmt. Vielleicht hätte er ja... Vielleicht hätte er ja wirklich... 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 Oh Gott. Vielleicht hätte ich ja mit ihm beim Taxi fahren. Oh, oh Gott. Alle die Vorstellung. Oh, oh Gott. In das Taxi steige ich nicht. Ja. Nein. Oh. Oh. Ich guck's nicht. Ich guck's nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass es gerade erst 22.45 Uhr ist. Ich guck zuerst. Ja. Oh, was ist denn da vorne los? Die schlabbern sich da vorne ab, aber so richtig, du? Ich glaub, es sind wirklich die Haare. So. So, wo wir uns vielleicht... Warte. Da vorne hinsetzen. Meinst du? Ja, ich glaub, dann ist man vielleicht ein bisschen... ...aufwendiger. Ich hab dich weitergeleitet. Oder die Person... Das... Willst auch fälliger sein, ja? Hm. Nur für Frau Collins. Nur für Frau Collins. Das ist okay. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt noch mal hinkommt. Jetzt hat er ja wirklich, ich glaube ich, gekriegt, was er wollte. Ah! Ich glaub, da vorne ist der Polizist mit den roten Haaren, von dem ich dir noch erzählt hab. Okay. Ja, du hattest recht. Der ist... Ne, das ist ein anderer. Der mit dem roten T-Shirt ist da. Ja, das stimmt. Hm. Es kommen immer so viele neue Polizisten hin. Ich kenn die alle noch gar nicht. Alle... Alle Polizisten ziehen mal bitte ihre Uniform an. Gebt euch zu erkennen. Ja. Jetzt wüsst du was. Ja, aber ich glaub, die ist tatsächlich sehr gut besetzt, die Polizei. Wahrscheinlich besser besetzt als alle anderen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Zum Beispiel sind nur noch Autofahren, ja. Ja. Ja, aber da müssen wir daran denken, die haben natürlich auch alle irgendwelche Sonderregeln, glaub ich, oder? Vielleicht fahren die deswegen so doof. Mhm. Mist, da darf nicht so viel Panen und Schönen sein. Ist das nicht der... Wie hieß das, genau? Ich bin grad am überlegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ja. Man könnte vorbeilaufen und sagen... Ciao! Nee, ich glaube, er ist... Nee, ich hätte erst mal ne Brust gerissen. Guck mal so... Oh nein! Es ist zu! Ja. Und dann kommt... Der blickt da! Ja, ja, der blickt! Der blickt! Er kommt hier. Ich weiß doch, das Fahrrufen. Und die Polizisten hab ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ich war lustigerweise echt oft hier, obwohl ich nie wirklich ein Anliegen hatte. Das ist ganz gut, hier wird man nicht angemacht. Hm. Wenn wir wieder draußen sind. Das ist bestimmt in der Bar gleich ein bisschen mehr los, oder? Keine Ahnung. Ich werd' nach Hause gehen gleich. Ja, mach das! Ich schreib' dir auf jeden Fall um 0 Uhr. Das ist lieb. Ja. Oh, den kenn' ich. Okay. Er müsste mich auch eigentlich nicht erkennen, aber ich lass' ihn erst mal. Der Mann da vorne mit dem schwarzen langen T-Shirt mit diesem bunten Logo. Mhm. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er es ist. Er müsste Florence heißen. Ja. So heißt der. Und ich bin letztens aufgewacht im Apartment. Gestern. Ich bin letztens aufgewacht im Apartment. Letztens. Letztens war noch Zeit. Letztens. Ich nehm' so viele Tabletten. Ich weiß irgendwie nicht, welcher Tag gerade ist. Na ja, auf jeden Fall hat er sehr eng mit meinen Followern am Herd gestanden und die haben gemeinsam... Ja. Die haben gemeinsam gekocht. Und äh... Ja. Hör mir auf, du. Ich hatte Fragen, aber ich glaub' das hat sich geklärt. Ich glaub' tatsächlich, die haben gemeinsam gekocht. Ich hoffe, es war nur keine Drogen oder so. Nein. Ich frage mich mal sehr... Willst du dich alle rufen? Florence! Ja! Bist du also? Das ist... Wenn du dann fragst, wer ist das im Fluss? Ne, das trau' ich nicht. Ich glaube... Ich weiß nicht. Ah, geil. Ich glaub' ich schreib' Frau Collins nochmal. Sicherheitshalber. Ich bin da, ne? Wir duzen uns, aber ich kann einfach nicht aufhören, Frau Collins zu sagen. So, warte. Frau Collins... Isabelle, wollte ich sagen. Äh, wollte ich schreiben. Frau Collins... Aber das ist doof. Frau Collins... Ich will sie nicht nerven. Schon schick hier drin. Nerven? Ja, das stimmt. Nicht ner... Ich will sie nicht... Warte mal, ich will sie nicht nerven, aber... Ich bin vorne im... Vorne im Eingang... Vorne am Eingang... Dein PD... Und sitze dort mit... Melody... Und sitze dort mit... Am Eingang vom PD und sitze dort mit... Melody... Er kommt rüber. Er kommt rüber. Er kommt rüber. Hallo, guten Abend. Ach, hab mich erschrocken. Hallo. Ja, es tut mir leid. Wie geht's dem Herr Tyler? Ich hab' ihn seit... heute Morgen nicht mehr gesehen. Also seit... gestern Nacht sozusagen. Der müsste auch noch schlafen. Das klingt falsch. Wie noch schlafen? Es ist 22.49 Uhr. Naja, ich bin mir auch nicht so sicher. Er hatte gestern Schmerzmittel. Ich sollte denen die Tropfen geben. Und er war schon ziemlich groggy. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt schon wach ist. Ich wollte ihn aber auch nicht wach klingeln. Hm. Hm. Ja, sie können ihm ja heute auch Frühstück machen. So wie gestern eher Ihnen. Naja, wir sind grad nicht, ähm... Wir... Wir sind grad im Hotel. Ja. Wir sind grad im Hotel noch. Wie? Also eher... Sie wohnen aktuell nicht... Ach so. Ja, das... Aktuell nicht. Nein, nein. Aus... Aus Gründen. Ähm... Muss ich mir Sorgen machen? Ich, äh... Oder muss ich schimpfen mit ihm? Nein, ist alles gut. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall schimpfen. Alles gut. Alles ist gut. Mhm. Gut, gut. Perfekt. Also mit uns ist, glaube ich, alles okay. Das, äh... Das sind ein paar Umstände gerade, die es ein bisschen schwierig machen. Mhm. Okay, gut. Ja. Wenn Sie den Herrn Tyler sehen, dann kann er mich gerne anrufen. Okay, ich sag ihm Bescheid. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, ich schalte mal kurz weiter. Aber, äh... Nett ist er, ne? Ja. 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 Weißt du was? Früher hätte ich gesagt... Warum steht er hinter der Leichtstelle? Ist er ein Prinzist? Das ist aber unhöflich, oder? Sehr gut. Immer Position wechseln. Nur nicht auffallen. Ja. Ja. Okay. Frau Collins, ich will sie mir... Äh, sitze dort mit Melody, äh, habe... Frau Collins kennt Melody gar nicht, ne? Sitze dort mit einer Freundin, mach ich. Mit einer Freundin. Und wenn... Alter, wenn Melody, ne? Wenn Melody einfach so eine Spitze oder sowas wäre, wäre das so... Das wäre so krass. Ähm, sitze dort mit einer Freundin. Habe von... Herrn... Wenn oder was weitet ihr eigentlich? Ich warte auf Frau Collins. Ich wollte hier grad noch mal schreiben. Wir wollen uns hier treffen. Und ich warte damit, sie nicht alleine wartet. Jo, Herr Staatserwein. Dankeschön. Es geht. Ja, schön, auch gut. Frau Collins, ich will sie nicht nerven, aber ich bin vorne am Eingang beim PD und sitze dort mit einer Freundin. Das reicht. Schön. Das wäre zu gut. Alter, das wäre... Ich meine, ich kann doch sagen... Ich glaube, ich glaube einfach nicht... Ich bin so doof, ich vertraue hier jedem. Ich glaube nicht, aber... Es wäre voll cool, oder? Weil das hat ja irgendwie voll geklappt, zwischendurch. Ich glaube, was soll mit mir sein? Ja, wir fielen eins, weil sie die Schlüppchen weg. Naja, viel Arbeit und so. Gleich falsch. Danke schön. Wie viel Geld haben wir schon eigentlich? Ja, ganz bestimmt nicht. Die wollte schauen, ob ich sie unterstützen kann. Nein, ich wollte einfach wissen, was ein Staatsanwalt verdient. Für mich werden hier übrigens gar keine Schlüppis geworfen, ne? Was soll das? Alles gut. Na, ist doch legitim. Ist doch in Ordnung. Ich muss kurz um meine Geldsäuregung ansuchen. Moment. Ich weiß nicht mal, was ich verdiene, wenn ich ehrlich bin. Das ist auf jeden Fall so viel, dass ich nie nichts mehr überrede. Das geht gar nicht. Oh, Reflexe, Entschuldigung. Nenn sich lieber hin. Ist das ein Thema, da muss ich mich einfach immer bewegen. Nein. Machen Sie das? Das rufen die Polizei. Wir haben ein paar. Dankeschön. Dankeschön. Und Frau Melody, haben Sie Ihre Kleidung eigentlich gefunden oder nicht, dass Sie gesucht haben? Ja, doch. Ich hab was gefunden. Und was? Als Oberteil zum Beispiel. Na super. Flirten kann ich. Mach's gut. Okay. Flirten kann er. Warte, Machi hat wirklich mit dir geflirtet. Ich bin so neidisch. Entschuldigung. Wenn ich wirklich flirten wollen würde, dann müsste ich auch die Nummer tauschen. Aber ja. Oh Mann. Weißt du, ich hab's ein paar Mal bei ihm versucht, hat aber nicht so gut geklappt. Schade. Gönn dir, Melody. Gönn dir. Aber gib mir den Schluss zu euren Apartment, bitte. Was? Was? Was hat Eddie mit einem Staatsanwalt in seiner Küche am Kochen zu tun? Staatsanwalt? Das war Staatsanwalt. Warte, der Florence-Typ? Hast du mir zugehört? Nee, ich hab das nicht gehört. Der Florence ist Staatsanwalt. Was? Das ist... Die haben gerade beide gesprochen, dann haben sie gefragt, was verdient ein Staatsanwalt? Das ist Staatsanwalt. Das war Ariane auch. Das... Okay, warte, jetzt hab ich aber wirklich... Nein, Eddie hängt mit einem Staatsanwalt ab und kocht. Okay, hör zu. Mein... Mein Eddie... Der hängt aber auch mit Polizisten ab. Ich... Ich weiß einfach nicht... Okay, ich muss wirklich mit ihm reden. Das ist ganz verwirrend. Das ist super verwirrend. Warum kocht der mit einem Staatsanwalt? Und warum... Huschelt er dabei? Okay, ich glaube, das Thema Drogen kann ich damit hoffentlich abhaken. Um erst zu der Melodie. Ich hab wirklich gedacht... Wenn die Menschen doch Drogen sind, ne? Melodie, das wäre der größte Plottwist in meinem Leben, glaube ich. Okay, interessant. Danke für die Info. Gerne. Ja. Hat mich gerade auch gewundert, wo anfangen wir nachher Staatsanwalt denn? Was? Aber okay, dann... Kenne ich flüchtig einen Staatsanwalt. Den kann man bestimmt immer mal wieder gebrauchen. Mhm. Und auch noch so ein Gutaussehenden. Der kann vielleicht auch die... Naja, wenn wir... Wenn wir Frauen haben, die ich verklage, dann kann er die bestimmt gut um den Finger wickeln. Ja, bestimmt. Sagen sie die Wahrheit, sonst zieh ich mein Hemd nicht aus. Oder sowas. Vor allen Dingen, der im Schlabberlook hier rumrennt. Ja. Oder sieht aus, dass er da richtig harte Muskeln. Also nicht, dass ich da hingeguckt hätte, aber das T-Shirt ist sehr groß. Ja, vor allen Dingen bist du so ein Gangster so ein bisschen irgendwie. Ja. Das stimmt. Aber kriminell aus. Ich hab Eddie auch mal oben ohne gesehen. Ich glaub, da ist auch noch ganz gut was zu machen. Oh Gott, das ist Herr Weiß. Da ist Herr Weiß. Da ist Herr Weiß. Herr Weiß. Rechts von dir. Rechts von dir. Ekelhaft, Alter. Er kennt mich nicht alles gut. Hoffentlich. Oh, da ist aber auch Herr Karsten. Oh, ich kann nicht. Oh. Ich sehe sie. Wo sind sie? Ich brauche ihre Hilfe. Hier bin ich. Wo ist denn hier? Ja, hier. Sie gucken mich gerade an. Fenster. Fenster. Wer weiß. Hier bin ich. Guck'n Sie. Jetzt bin ich hinter Ihnen. Okay, meine Verkleidung ist perfekt. Was ist denn mit Ihnen passiert? Machen Sie Geld? Nein, aber Sie haben mich wirklich nicht erkannt. Das macht mich gerade sehr glücklich, Herr Weiß. Boah, ich krieg's aber auch irgendwie. Haben Sie wieder Flaschen gesammelt? Herr Weiß, ich hab das gem... Nee, mach ich nicht mehr. Ich hab jetzt Geld. Okay. Sie schulden mir noch 100 Dollar, das wissen Sie, ne? Sie schulden mir noch 1 Dollar, ich schulde Ihnen keine 100 Dollar. 1 Dollar schulde ich Ihnen. Ja. Am Anfang wissen Sie noch, Sie haben mir den Dollar nicht. Dankeschön, Herr Weiß. Das ist aber nett. Kommen Sie mal mit kurz. Ist etwas Privates. Okay, einen Moment. Melody, ich bin sofort wieder da. Ja. Okay. Melody. Mhm. Mein Gott, Sie können doch nicht draußen so rum. Wie sehen Sie denn aus? Ja, weiß doch. Müssen wir zur Helping Hand gehen. Nein. Ach, Herr Weiß. Ernsthaft jetzt. Sehen Sie die Ladies da vorne? So müssen sie aussehen. Und nicht wie... Naja. Ja, aber Sie wissen doch, dass ich das im Moment nicht kann. Okay. Wunderbar. Hören Sie zu. Können Sie die Arme runternehmen? Gut. Ähm. Kennen Sie eine Madison? Madison... Weiter. Madison weiter. Spiel keine Rolle. Kennen Sie eine Madison? Ja oder nein? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Also es klingelt nicht sofort bei mir. Okay. Warum? Ich habe eine sehr verstörende Nachricht bekommen. Und ich möchte bitte, dass Sie... Wann Sie, ich rufe da nochmal an. O-okay. Hallo, Frau Madison. Richtig, der weiß sie. Grüße aus Erden im Chat. Achso, ist er online? Hören Sie, ich habe... Die meldet sich ein paar Arianten so traurig. Frau Barnes, was ist mit der? Ja. Äh. Grüße zurück? Soll ich schöne Grüße ausrichten? Das war eine tolle Nummer. Was meinen Sie damit? Was ist da los? Hm? Ach, die hat Ihnen meine Telefonnummer gegeben. Hm? Hä? Was? Was? Damit Sie mir einen Streich spielen. Mit Madison? Ich verstehe. Leute, kein Meter. Ich verstehe nämlich wirklich gerade gar nichts. Ja? Ich suche Frau Barnes. Ja. Ist ja okay. Mein Gott. Was ist denn mit Ihnen? Sie kennen also keine Madison? Äh. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich kenne keine... Ich kenne keine Madison, Herr Weiß. Wirklich nicht. Warum? Sagt die am Telefon dann, dass sie meine Telefonnummern gegeben haben? Ich habe ihre Telefonnummer nicht weitergegeben, Herr Weiß. Ich habe ihre Telefonnummer nicht weitergegeben. Wer ist denn Madison? Wer ist denn Madison? Heißt du mir nach einem Square Garden? Wer ist sie? Also. Ne. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, lesen Sie bitte vor. Ich will... Warten Sie. Also, die Nachricht ist... Ich muss jetzt ein bisschen gucken. Warten Sie mal. Ich darf eine Nachricht von so vielen Frauen... So, hier. Äh. Äh. Hier. Hallöchen, Herr Weiß. Danke nochmal fürs Fahren. Der Sangria hat sehr gut geschmeckt. Was? Und jetzt war ich direkt noch am Strand. Schönen Abend noch Madison. Ja, okay. Was interessiert mich denn jetzt Ihre Privatnachrichten? Jemand hat meine Telefonnummer weitergegeben. Ich habe... Ich kenne mich keine Madison. Ich kenne auch keine Madison. Ich habe ihre... Sie kennen eine Madison. Sie haben meine Telefonnummer weitergegeben. Okay, Herr Weiß. Wieso kommen Sie bitte auf mich? Das macht ja gar keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Herr Weiß, ich gebe keine Telefonnummern weiter. Das wissen Sie nicht. Ich bin gleich da, ja? Ist das Ihre Suchberaterin? Was ist denn mit Ihnen? Ich gebe keine Telefonnummer weiter. Ich sage die Wahrheit. Ich lüge nicht. Okay, hören Sie. Dann haben Sie eine Aufgabe. Ich gebe Ihnen 1.000 Dollar, wenn Sie die Information für mich auskriegen. Herr Weiß, das hatten wir schon mal und das wissen Sie. Ja, Sie sollen einfach für mich herausfinden, wer diese... Okay, aber was gibt mir die Sicherheit, dass Sie diesmal bezahlen? Ich gebe Ihnen das im Voraus. 500 Dollar kriegen Sie im Voraus. Nee, nee, alles gut. Ja, bitte? Äh, kurz mit so eine... Ich melde mich gleich, ja? Also, ich gebe Ihnen 1.000 Dollar, wenn Sie herausfinden, wer das ist. Madison heißt sie mit 2D. Madison? Ja, dann geben Sie mir mal die Telefonnummer. Ich habe die nämlich wirklich nicht. Ja. Wenn jemand fragt, woher Sie die Nummer haben, haben Sie im Telefonbuch gefunden. Okay? Ich bin mir nicht so sicher, aber okay. Madison mit 2D. 5, 5, 5, 3, 4, 0. Moment! Herr Weiß, ich habe gerade den Namen geschrieben. 5, 5, 5, 5, 3, 4, 0. 0, 7, 1. 0, 7, 1. Madison mit 2D. Habe ich gemacht. Okay. Und dann finden Sie heraus, wer das ist. Und wenn Sie mir Informationen bringen, kriegen Sie 1.000 Dollar. Weil ich habe eine Vermutung, dass das eine Falle ist und mich jemanden umbringen möchte. Wissen Sie was? Weil die Person ist an meinem Geburtstag eingereist. Verstehen Sie? Und an meinem Geburtstag war ich auf einer Party. Und ich habe an meinem Geburtstag war ich mit meinem Dienst am 11.1. ist die Person eingereist. Am 11.1. Okay, Herr Weiß, aber könnte es nicht auch sein, dass Sie... Wissen Sie? Ja, Herr Weiß. Ja, reden Sie weiter. Okay. Ich habe... Jetzt hat mich jemand... Ich gucke gleich sofort. Herr Weiß... Herr Weiß... Herr Minister, können Sie auch sagen, ja. Ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt. Herr Weiß, hören Sie zu. Ich, äh... Sie waren sehr betrogen und ich habe einen Filmriss. Ich erinnere mich nämlich an fast gar nichts mehr und her ist den Glückwunsch nachträglich. Äh... Danke, Sie wollten mir noch 500 Dollar geben. Wirklich? Ja. Auch so viel habe ich... Ich meine, ich habe so viel, aber ich... Könnte ich das später machen? Wann habe ich das denn gesagt? Wann habe ich das denn gesagt? Ey, was? 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 Ich habe gerade jemanden geschrieben, Hilfe, ich werde verfolgt. Haben Sie mich verfolgt? Wir haben ja einen riesen Schreck... Ah ja, Arschloch! Ah! Blöder Wichser! Hey, sind Sie bescheuert, Mann? Wir haben jetzt nicht im Ernst auf den Staatsanwalt eingeprügelt. Okay, ich will jetzt... Was ist denn da los, ey? Hä? Was ist denn da los? Was? Alles gut, Herr Halli? Ich bin gerade eben hinter dem hergebrannt. Das ist aber 90 durch die Stadt durch. Ich habe eine Uhrzeit gerufen. Geht Sie gut? Ja. Das geht schon. Ja, ja, ich habe verstanden. Was für ein Idiot! Herr Tanaka, bringen Sie... Herr Wutz, bringen Sie mal den Staatsanwalt rein. Rufen Sie einen Krankenwagen. So, wo waren wir stehen? Herr Weiß? Herr Weiß, zwei Sachen. Willkommen in meinem Alltag! Jeden Tag sehe ich solche Sachen! Wolltaten! Herr Weiß, ich habe Sachen hier gesehen. Da denke ich auch, wir müssen hier eigentlich in dieser Stadt losfahren, wie die alle fahren. Guck mal mal. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch ein Geschenk für Sie. Ja, Herr Weiß, darf ich jetzt mal ausreden? Ja, natürlich. Sie waren auch sehr betrunken, habe ich gehört. Nein. Sie waren sehr betrunken. Kann es sein, dass Sie mit Madison vielleicht am Strand irgendwie sich verliebt haben? Nein, das kann ja nicht sein, Ma'am. Aber vielleicht kam sie nach der Einreise direkt. Nein! Sie ist ja nicht nachts eingereist. Okay. Ich bin doch, ich wurde doch nach Hause gefahren. Na gut. Das ergibt keinen Sinn. Das ist jemand, der mal, jemand hat meine Telefonnummer weitergegeben. An irgendjemanden. Okay. Wer weiß. Haben Sie eigentlich, fliehen Sie vor jemandem? Haben Sie Angst vor jemandem? Oh. Hallo. Na ja, vom Ägypter, das wissen Sie ja. Ja, und jetzt denken Sie, der Lob... Alles gut, der hat mich nicht gekannt. Gerade eben, oder was? Heute, ja. Okay. Hm. Ich will Ihnen noch kurz was unter vier Augen sagen. Passen Sie auf. Ja. Ich meine das wirklich ernst jetzt. Warten Sie kurz, bis die Gruppe da vorbei... Hallo. 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 Habe ich gerade zur Sau gemacht, weil die damit scheiße gemacht hat. Egal. Passen Sie auf. Ähm... Der Eddy ist nicht der, für den Sie ihn halten. Ich weiß, Sie sind verliebt in den Eddy und es ist Ihr Traummann und so weiter. Aber... Als Police Officer ist das meine Pflicht, Ihnen das mitzuteilen. Okay? Ja. Was denn? Ich habe... Hören Sie zu. Und das ist... Soweit ich hier stehe, ich schwöre Ihnen... Ich würde das auch unter Eid aussagen, wenn es soweit sein sollte. Ich habe den Eddy... Ähm... Gesagt, dass er... Sie... Ähm... Immer im Auge haben sollte, aufgrund der Tatsache. Oh, da kommt Frau Collins. Ja. Okay, das ist ja... Kommen Sie her, Frau Collins. Also... Der Eddy... Ähm... Weiß, dass Sie... Deswegen laufen Sie auch so rum. Im Grunde eine große... Seien Sie mal ruhig jetzt. Hören Sie zu. Also... Ich habe mich etwas verkleidet. Jetzt hören Sie doch mal zu, das ist wichtig. Mein Gott! Mann! Also... Das ist jetzt wirklich heute. Ja. Also, hören Sie zu. Der Eddy... Hat mir... Ich habe ihm Eddy gesagt... Hör zu, Eddy. Weißt du, was dein großes Problem ist? Wenn man dir schaden will, dann wird man das über deine Verlobte tun. Ja? Ja. Das ist ganz normales Vorgehen... Das hat er mir auch gesagt. Genau. Das ist ganz normales Vorgehen eines Geiselnehmers. Oder eines Erpressers. Korrekt, Frau Collins? Was? Heck. Also, man drückt auf die emotionale Ebene des... Auf das Umfeld, immer. Genau. Okay. Okay. Und dann habe ich das dem Eddy gesagt. Und hat der Eddy zu mir gesagt, am Flughafen, als wir eine Nordkoreaner abgeholt haben... Fragen Sie einfach nicht. Ähm... Hat er dann gesagt... Weißer Wald, was ich dir noch sagen wollte... Ähm... Was ich dir noch sagen wollte ist... Warum... Warum muss ich mir eigentlich Sorgen um mein Leben machen? Ich habe jetzt Arane... Und die holen ja dann die. Ich bin ja frei raus. Was? Ich glaube nicht, dass er das gesagt hat, Herr Weiß. Ich würde, soweit ich gestehe, als Chief of Police meine Eid ablegen und das unter Eid aussagen. Das hat er am Flughafen gesagt. Sie können, Frau Collins... Ich weiß nicht, Frau Collins, können Sie sich daran erinnern, dass er mich zur Seite gezogen hat? Das weiß ich, aber ich habe das Gespräch nicht mitbekommen. Genau, aber er hat mich zur Seite gezogen. Wissen Sie doch, dass er mir was unter vier Augen sagen wollte. Und dann habe ich... Warten Sie, dann habe ich im Kreis gesagt... Dann habe ich im Kreis gesagt... Eddy, das ist eine interessante Herangehensweise. Sie sollten also gucken... Nicht, dass Sie... Hören Sie, das ist meine Pflicht, Ihnen das mitzuteilen. Nicht, dass Sie als Bauernopfer irgendwo reingeraten und man sie nutzt, um selber aus Situationen gut rauszukommen. Aber das klingt doch überhaupt gar nicht nach ihm. Wenn Sie wüssten. Sie kennen den gar nicht richtig. Ja, bitte? Äh, in fünf Minuten vorm LSPD, ja? Frau Collins, was machen Sie jetzt? Sind Sie jetzt die Bewährungshelferin? Äh, ne, äh, die Frau Barnes wollte ein Fahrrad. Ich habe eins besorgt. Da dachte ich, äh... Wohnung suchen. Okay, ähm... Ich bringe nur ein Fahrrad, das wie so ein Mobil ist. Frau Collins, hören Sie, ich bin ja oft jemand, der Scheiß erzählt. Aber würden Sie sagen, dass Sie mir hier glauben oder dass Sie mir nicht glauben? Also, bei allem Respekt, Sir. Ich kann es mir bei Eddy nicht vorstellen, dass er Ariane etwas Schlechtes will. Aber das hat er mir gesagt. Ich unterstelle Ihnen keine Rügen, aber ich... Wie gesagt, ich kann mir bei Eddy, den kenne ich jetzt seit... Aber das hat er mir gesagt. Warum sollten wir sonst weggehen und unter vier Augen gehen? Okay, hören Sie. Ich habe Ihnen das mit auf den Weg gegeben. Ja. Was Sie daraus machen, ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie dann tatsächlich mal, äh, zu diesem Psychopathen, dem Vampir kommen und der Ihnen die Kehle ausschnitzen will und Eddy fein raus ist und sie und ihr in die Kehle aufgeschnitzt wird, dann denken Sie an meine Worte. Aber dann ist es leider zu spät. Sie sollten, ich gebe Ihnen Rat, ziehen Sie sich selber ein bisschen davon weg, weil Sie sind in unmittelbarer Gefahr. Gucken Sie mal, wie Sie umlaufen. Ich würde sagen, Frau Barnes, wie wäre es denn, wenn wir Ihnen mal eine eigene Wohnung suchen? Das wäre ein guter Anhaltspunkt. Ist das vielleicht schon... Ich bin tatsächlich gerade noch im Hotel seit circa drei Tagen. Ja, Hotel ist kacke. Naja, aber ich habe ja nicht so viel Geld, als ich mir die eigene Wohnung, glaube ich, leisten könnte. Bekommen Sie keine Stütze? Doch, das bekomme ich. Aber ich weiß einfach nicht, ob das alles reicht. Ich glaube, das ist nicht so teuer bei Westpucci. Okay. Ich glaube, es kostet 60 Dollar oder so. Ja, Hotel ist 30 Dollar, das sollte eigentlich klappen. Ach so, ja gut, Hotel ist 30 Dollar. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, als Verlob da einfach ausziehen, aber irgendwie... Nein, ausziehen nicht, aber Sie haben ja keinen Schlüssel, ne, für die Wohnung, glaube ich. Ja, das stimmt, das ist gerade ein großes Problem. Also ausziehen nicht, aber damit Sie halt auch ihre Kleidung und was weiß ich... Ich werde gleich mit Carsten und Hill reden und dann kommen wir auf Sie zurück. Ich bin ja noch auf was da. Okay, ja, dann holen wir den Herr Hill dazu. Wir machen das dann gleich zu dritt. Okay, passt das für Sie? Okay. Dann geben Sie mir bitte nur 10 Minuten, ja? Okay, bis nachher. Sie brauchen aber dringend einen Job unter Perspektive in dieser Stadt. Das ist ja kein Zustand, Sie sind ja komplett abhängig von Leuten. Aber nicht putzen gehen, das ist nicht das Wahre. Nee. Ich glaube, wissen Sie, warum fangen Sie denn nicht mal irgendwie in einem Restaurant an und gehen ab und an Kellnern oder so? Kack, wissen Sie? Ich meine... Das Problem ist, ich weiß immer nicht, wie lange ich schlafen müssen. Ich nehme doch die Zeit auf die Medikamente. Dann nehmen Sie doch einen Gelegenheitsjob an, wo Sie dann einfach immer auf Abruf arbeiten. Verstehen Sie? Vielleicht in Bahama Marmau? Oder irgendwie sowas, genau. Also, dass Sie... Aber so, wenn Sie Sie sehen, Sie wollen doch nicht so... Ist das Ihr Leben, dass Sie so rumlaufen wollen? Naja, die Hosen sind schon ganz schön bequem. Ach du meine Frau Collins. Die habe ich auch. Ja, Sie haben auch... Wir haben einen dünn Schiss. Ich glaube einfach nicht, dass... Warte, Frau Collins, ich wollte Ihnen noch was sagen. Ich habe einen Artikel gelesen, ne? Überreiz doch. In diesem Artikel... Nee, 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 nee. In einem Artikel haben Sie einen interessanten Namen. Kakolini oder so heißen Sie. Warten Sie mal, ich suche das mal raus. Wie in einem Artikel? Wollen Sie mich verarschen? Nein. In diesem News hat er einen Artikel veröffentlicht, wo Sie drin vorkommen. Und zwar, sie heißen dort... Den habe ich auch gelesen. Sie heißen dort... Warten Sie, wo war das? Ich habe das gelesen. Warten Sie... Oh, Shut the hell, warten Sie. Äh... Kakalinski. Wollen Sie mich komplett verarschen? Warten Sie doch, Freunde. Und wissen Sie, worum es da geht? Als wir für Eddie das Hip-Hop-Album geschrieben haben, den Song für Frau Barnes, das haben die dann als Satire verpackt. Wie waren Sie da auch bei, Herr Weiß? Ich war auch dabei. Okay. Haben Sie was mit der ersten Strophe zu tun? Nein. Warum nicht? Aber Kakalinski ist schon übel. Ach, der Wieselhexe hau ich noch irgendwann als auf die Fresse. Wer macht denn solche Berichte? H.K. Hayley Casey. Hayley Casey. Okay. Frau Barnes, merken Sie sich mal den 7.2. Warum? Da ist ein großes Charity-Konzert vom LSPD und es treten das LSPD, der LSPD-Core auf. Wirklich? Ja. Oh nee. Geleitet von Herrn Muschera. Da muss ich dabei sein. Richtig. Um 20 Uhr. Und es treten jeweils vier Künstler auf. Also mit vier Songs. Also, äh, wirklich talentiert drauf. Na gut. Ja, könnt ihr sich merken. 7.4. Äh, 7.2. Äh, 7.2. Um, äh, 20 Uhr. Ich sing mit. Du solltest kommen. Was für ein Tag ist das? Ist auch umsonst. Äh, das ist... Oh Gott, was ist das für ein Tag? Sonntag kann das sein? Bin ich mir grad nicht sicher. 7.2. Frau Collins, wissen Sie, was das für ein Tag ist? Ja. Das ist doch kein Problem. Nein. Das ist ein Sonntag. Genau. 20 Uhr. Können Sie mal schauen. Hört sich interessant an. Ich versuch's. Ich hab noch eine Frage. Ja. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Der Herr Ägypter hat mir schon wieder geschrieben. Was hat er Ihnen geschrieben? Er hat einfach nur vor neun Minuten geschrieben. Hallo. Schauen Sie meinen Gefallen. Reagieren Sie darauf. Antworten Sie darauf und distanzieren Sie sich. Wenn Sie wirklich ein Leben in dieser Stadt haben wollen, dann distanzieren Sie sich dringend von diesen Leuten. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit versuch? Ja, aber antworten Sie nicht darauf. Hab ich doch bis jetzt auch nicht. Aber was soll ich denn machen, wenn ich Ihnen begegne? Ja, einfach weitergehen. Sagen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Dann können ja Hallo sagen und weitergehen. Nicht auf Gespräche einlassen. Und nicht ins Taxi einsteigen. Sie kriegen so hier niemals den Fuß in die Tür, wenn Sie mit solchen Leuten unterwegs sind. Alles gut. Ich weiß schon, was ich tue. Sag dir schon mal jemand. Sie sehen doch, dass ich jetzt draußen bin. Es ist doch alles gut. Ja, aber wie? Sag das schon mal jemand. Wissen Sie, was mit der Person passiert ist? Sie wurde zerstückelt am Hafen gefunden. Ist das so lustig, Herr Weiß? Ja, das war lustig, weil die Person dumm war. Also, ich bin überhaupt gar nicht dumm, wenn Sie das meinen. Ich war auf Ihr Mensch auf Befehl. Ja. Und bei Essen stand alles. Ja, natürlich. Lieblingsessen, alles. Ich esse alles sehr gerne, außer Bier, Rosinen und Rosenkohl. Warten Sie, was war Ihr Motto? Moment, ich habe Ihr Motto noch gelesen. Ihr Bruder, was ist mit dem? Herr Weiß, wollen Sie mich verarschen? Ja, aber da steht irgendwas, wo kommen Sie her? Und da steht ein langer Text über Ihr Bruder. Genau, das Auto hat Herr Maxwell nun. Ich kaufe mir irgendwann eins, wenn ich einen Führerschein habe. Ich hoffe, der ist nicht schwer. Das schreiben Sie bei Automarkereien. Ja, ich will doch, dass die Leute Bescheid wissen. Ja, aber da müssen Sie doch nicht Ihre Biografie. Schreiben Sie doch direkt rein. Ich wohne hier, töten Sie mich hier. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen an dem Profil arbeiten. Ach, ich habe meine Social-Media-Profile tatsächlich immer so gehabt. Ja, aber es ist in Los Santos unter der Bedingung... Schreiben Sie doch Ihre Telefonnummer da rein, das wäre eine gute Idee. Nein, dann werde ich daran noch mal arbeiten, wenn das wichtig ist. Kleines bisschen vielleicht. Also, passen Sie auf Frau Kollenz, tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie die Dame in Obhut. Säuren Sie bitte dafür, dass die Dame auf die Beine kommt mit einem Führerschein. Ja, dass sie einen Führerschein macht. Ich würde der Dame tatsächlich, wir haben ein Auto übrig, dass Herr Carsten und ich dummerweise ersteigert haben. Ich würde Ihnen das Auto zur Verfügung stellen, weil das sollte eigentlich jemand anderes kriegen. Diese Person ist allerdings verstorben. Das war auch so... Herr Weiß, ich kriege da schon alles hin. Das kriegen Sie nicht hin. Machen Sie einfach Ihn Gottverdammten scheiß Führerschein und nehmen Sie dieses scheiß Auto an, weil ich dieses Auto loswerden will, weil in dem Kopfraum ein Weihnachtsmannpullover liegt. Ja, das Auto, da komme ich gern drauf zurück. Aber Führerschein war ich schon allein, Herr Weiß. Das ist so eine Schrottkarre, aber Sie hätten wenigstens ein Auto. Also, aggressivke Giraffen sind echt nicht süß. Ja, und Elefanten auch nicht Polyphant, ne? Polyraffe. Können Sie mal einmal Toreur machen? Nein. Machen Sie Toreur, wenn ich auf Ihre Brust drücke? Herr Weiß! Ja, drücken Sie mal. Drücken Sie doch mal. Wenn ich drücke, dann werden Sie noch scharf. Drücken Sie! Wissen Sie, was Sie mal gemacht hat? Ich hätte mich mal gestorben. Die hat mich mal gestorben und gesagt, Waldemar, wir zwei, Waldemar, wir zwei. Das stimmt nicht. Ja, 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 ja. Das stimmt nicht. Ich bin nicht so ein Mensch. Herr Weiß, was sagen Sie eigentlich mal die Wahrheit? Frau Collins, hören Sie zu. Ich bin der Mann, Ihre Träume, aber Sie werden mich niemals kriegen. Ich glaube, dem kein Wort. Der Mann heißt wie ein Mädchen. Sie sind fett wie ein Elefant. Gericht. Das stimmt nicht. Ich glaube, der hat die Besprechung genossen, oder? Der ist echt frech geworden. Ja. Na gut. Dann komm mal mit. Wir besorgen dir erstmal das Fahrrad, das ich habe. Ja. Ist das schon mal ein Anfang? Dann kannst du dir mal durch die Stadt radeln. Oh, wie gesagt, Frau Collins, ich kriege da schon alles hin. Wir haben genug den Leuten die ganze Zeit geholfen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube trotzdem nicht, dass Eddie das gesagt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich finde, Sie sind nicht fett wie ein Elefant. Oh. Danke, Sir. Ah, Frau Collins, Sie müssen herausfinden, wer diese Dame ist. Was ist denn für eine Dame? Haben Sie was für Essen? Oh. Haben Sie ja oder nein? Ja, natürlich. Ich habe auch was für Sie hier. Können Sie jemanden schenken? Ja, eine Hose. Okay, check. Also, hören Sie zu. Die Dame heißt Madison. Wie? Ich habe Madison. Oracle. 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 Irgendwie sowas. Gehört ihr das Auto oder was? Ist die reich? Nehmen Sie die. Ich habe geschrieben, Melody hat geschrieben. Ich weiß, das ist Ihr Level. Nein. Okay. Hallöchen, Herr Weiß. Danke nochmal fürs Fahren. Der Sankt Bia hat sehr gut geschmeckt. Und jetzt weiß ich, war ich direkt noch am Strand. Ja, schwierig, ne? Schwierig jetzt. Aber nein, nein, nein. Ich wurde aber... Also, Ariane wurde vorgewarnt. Wir haben es geprüft. Die Dame ist an meinem Geburtstag eingereist. Von Eddie, dass Walter Weiß ihr Lügen erzählen könnte. Da war die Feier schon vorbei. Ich kenne keine Madison. Vielleicht haben Sie länger gefeiert. Ich mache alles für Sie und Sie bumsen eine andere. Hm. Ich würde nur Sie bumsen, Frau Collins. Ich habe auch gesagt, die hat Sie wahrscheinlich gebumst. Da weiß ich... Da weiß ich ja, dass ich was davon habe von dem Berg, ne? Na, das ist die Klappe. Na, das ist ein Oracle. Haben Sie eine Nummer? Äh, wie heißt die Nummer? Nein. Achso, ja, die Nummer habe ich. Ja, gib mal her. Das ist die 5 5 5. Dreimal die 5. Ja. Kein Meter. 3 4 0. 0 7 1. Seht die aus? Nah, müssen wir... Keine Ahnung. Die soll 40 sein. Als ob ich mit der 40 irgendwas anfange. Bah. Hm. Ist das auch jemand aus Nordkorea vielleicht? Was ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Er ist wahrscheinlich nicht online. Ich kann jetzt aber noch nicht anrufen. Ich würde es trotzdem anrufen vorher. Die Dame! Hey, die Casey? War die das? Weiß ich nicht, ist sie das? Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das gute direkt neben Ihnen steht? Wo denn? Die Dame ist doch gerade... Meinen Sie die Dame, die gerade an mir vorbeigelaufen ist? Neben Ihnen steht. Ich kann nicht näher ran. Können Sie doch mal den Lippenkontakt aufbauen? Was wollen Sie, Herr Hel? Wir können gerne ein Porno drehen und Sie filmen. Wenigstens können wir dann was Gutes verkaufen. Okay, Schoko, dankeschön. 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 Richtig. Mein Porno darstellen. Pan hat mir das Hetzwerk gestellt. Das Gleiche. Meiner wäre, äh, der Prinz von Simba. Okay, ich glaube, wir müssen echt dringend los. Also, Sandra ist Collie und die lange Giraffe, oder? Ja, richtig. Eine Giraffe hat nämlich auch einen großen Penis. Giraffosaurus. Also, es könnte, es könnte wahr sein, äh, es könnte wahr sein, was äh... Wissen Sie, wie das Arschloch von der Giraffe aussieht? Wissen Sie, wie das Arschloch von der Hell aussieht? Wissen Sie, wie das Arschloch von der Hell aussieht? Warte mal. Ähm, es könnte wahr sein, aber Eddie hat Ariane halt vorgewarnt. Das ist superschwierig gerade. Mann, das wäre echt unangenehm. Alles in Ordnung, Frau Collins. Irgendwann werden sie das PD leiten, glaube ich. Ich glaube es auch. Der ist heute ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Der ist komisch drauf. Danke für die Aufmutter, Sir. Ja, Mensch. Frau Collins. Frau Collins? Ja. Du kennst Eddie ja gut, richtig? Ja. Eddie hat mich tatsächlich gewarnt, dass Walter weißt du, was sagen könnte. Das Ding ist, ähm, pass auf, der Chief ist wirklich, der ist kein schlechter. Auf keinen Fall. Ja. Ja. Aber in Sachen Eddie schätzte Eddie meistens eher falsch ein. Ja, ich, ich, ich mein, ich werd's ihn halt sagen und mal gucken, was er zu sagen hat. Vielleicht kann ich ein bisschen an seiner Reaktion sehen, ob's wahr ist oder nicht. Das wirst du. Ja. Ich kenn Eddie echt lange und der würde niemals irgendwas Böses wollen. Wirklich nicht. Wenn dann irgendwie aus Dummheit irgendwie, aber bewusst würde er niemals irgendjemand in irgendeine Scheiße reiten. Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja. Oh. Ich dachte schon, es wär offen. Ja. Ich bin schon fertig. Entschuldigung, jetzt, äh... Was? Na, was? Frau Collins, sagen Sie mir, wenn ich was falsch gemacht hab. Ich wollt' nicht unnöflich sein. Ich dachte, du setzt dich nach vorne. Wollte ich auch. Ja, äh... Ein Moment, Frau Collins. Nee, hab ich ja schon gesagt. Ah! Frau Collins, jetzt bin ich einfach hier. Hallo. Das ist doch super. So, dann fahr ich dich zu mir. Nee, aber ganz im Ernst, ich... Nein, das kann ich mir bei Eddie wirklich nicht vorstellen. Also, ich an deiner Stelle würd ihn definitiv mal drüber ansprechen. Ja, das mach ich auch. Ich meine, wie diese Leute sich die Mühe machen und mich die ganze Zeit beschützen, das macht gar keinen Sinn. Es macht halt auch wirklich keinen Sinn. Vielleicht hätte er irgendeinen dummen Spruch mal abgelassen. Aber der meint das nicht so. Auf keinen Fall. Ja. Ich hoffe, er wacht irgendwann mal auf. Ich werd mal schauen, ich werd mal versuchen, ihn anzurufen, aber... Ich glaub, der schlummert. Oh, der gibt da wieder. Ja. Ist ein S? Ja. Hallo, wenn du irgendwann was lesen. Ich will dir sagen, nix machen bei dir Drohung. Das stimmt nix. Kann man machen Klärung. Mit Muskeran auch schon sprechen machen. Auch schon sprechen machen. Ich warte auf Antwort. Na gut, da kann er ja warten. Er warte bis jetzt immer ganz nett zu mir, aber ich vertraue ihm halt. Also, bei Jaffa wirklich. Also, machs nicht. Okay, okay. Also, machs wirklich nicht. Der ist viel zu zwielichtig. Das tut man halt voll leidensredigieren muss. Der ist viel zu zwielichtig. Weil wegen ihm halt. Der ist ja voll nett. Also, der Streamer ist halt... Oh. Kannst du jetzt erstmal, ne? Fahrrad, bloß ein Hotelzimmer. Das klingt doch erstmal wieder vernünftig. Ja, das stimmt. Aber die letzten Tage waren auch trotzdem ganz witzig. War's doch, oder? Ja. Auf jeden Fall. Sehr abwechslungsreich. Aber es wäre natürlich schön, wenn man auch ein Paar Sicherheiten hat. Ja, ich überlege, welcher Job würde so passen, so gelegenheitsmäßig. Ich wollte Ariane tatsächlich arbeitslos machen. Es würde so gut passen. Machen Sie sich da keinen Stress, Frau Collins, ich winne da schon was. Aber ich wollte mir da wirklich noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, haue dich auch an deine Stelle dran. Ja. Du hast ja keinen Stress. Ich muss halt immer noch zum Psychologen. Immer noch. Ja, ich glaube, aktuell wird's schwierig mit Psychologe im MD. Okay, wenig Termine? Wenig Besatzung. Oh, schade. Okay. So, diese wunderschöne Fahrrad, das hier auf dem Boot liegt. Oh. Ja. Moment. Ist es das? Das hier ist es. Moment, ich gebe dir mal den Schlüssel. Vom Schloss. Vielen Dank. Oh, da kannst du ja mal gucken. Kannst du mal das Schloss öffnen? Ja, im Moment. Eine Sekunde. Ja, alles gut. Das sieht doch gut aus. Das passt ja perfekt zur Hose. Das passt tatsächlich. Jetzt bin ich ja noch mehr undercover. Voll gut. Ja. Ja, cool. Dann bist du jetzt zumindest ein bisschen mobil. Ja, das ist schon ganz cool. Auferkonnest, wie viel kriegen Sie dafür? Das ist der unangenehme Teil zuerst. Ne, alles gut. Das werden... Wir machen 400. Okay, dann müsste ich auf jeden Fall nochmal zum Automaten. Ja, alles gut. Oder sie geben mir ihre Konten nochmal, dann kann ich den überweisen. Ne, kein Stress. Kannst du mir einfach beim nächsten Mal geben. Kein Stress. Wir werden uns wahrscheinlich sowieso öfters sehen. Ja. Naja, ich erledige sowas meistens gern schnell. Deswegen, äh... Aber ich werd's mir... Ich werd's mir einfach... Moment. Dann mach dir da keinen Stress. Du rennst ja nicht weg. Ich schreib's mir trotzdem einmal auf. Es wurde ja immer gesagt, ich soll nicht mit so viel Geld rumrennen. Deswegen passt da immer ein wenig. Ja, mach's nicht. Mach's nicht. Um Gottes Willen. So. Oh, vielen, vielen Dank. Ich freu mich wirklich. Ey, die hab ich ja alles umsonst gekriegt, Frau Collins. Ich bin echt froh. Ich hab das gewonnen, tatsächlich. Beziehungsweise... Ich hab eins gewonnen, was ich abgegeben hab. Ja. Dann dachte ich, wenn ich schon mal dabei bin, ein Fahrrad zu holen, hatte ich dir direkt eins besorgen. Weil die sind echt selten da, die Leute. Ja, das hab ich gemerkt, tatsächlich. Aber dann passt es doch. Ja, cool. Ne, freut mich. Oh, Frau Collins, vielen, vielen Dank. Ich freu mich wirklich. Wissen Sie, ich hab schon ganz heiße Schenkel. So viel bin ich hier rumgelaufen. Die brennen wie Feuer. Soll ich das nicht an mir, Aria? Oh, Frau Collins. Jetzt hören Sie mir aber auf. Jetzt fängt das schon wieder an. Wir sollten wieder mal eintrinken gehen. Pass auf. Jetzt scheiß mal auf Eddie. Also im übertragenen Sinne. Wir sollten mal einen Mädelsabend machen. Da hätte ich richtig viel Lust drauf. Ne? Ich glaub, heute ist sowas ähnliches mit Melodie, aber es war leider nichts los in der Stadt. Ja, das ist eher so ein Wochenending, glaub ich. Ja, ich glaube auch. Naja, ich glaub, wir sollten mal so ein Girls' Day machen. Fühl ich. Ja, das fühl ich auch. Ich fühl das sogar hart. Jod? Frau Collins. Jetzt hören Sie mir auf, sonst geh ich noch drauf ein. Ich bin verlobt. Mein Gott, wissen Sie, wie lange das her ist, dass ich einen Partner hatte? Frau Collins, ich hoffe, Sie nehmen auch niemals den Herrn Weiß. Sie würden mir so leid tun. Ich würde Ihnen jeden Tag... Tut mir leid, dass Sie mir das schreiben. Nee. Zwischen Walter... Oh Gott, ich sag schon Walter. So lange nicht. Ja, und ich sag schon wieder Sie. Zwischen Chief und mir ist es mehr so eine Hassliebe. Ja, aber die können sich manchmal auch entwickeln, deswegen. Genau, um Gottes Willen. Ja. Immer etwas schwierig. Niemals auf der Arbeit. Das hab ich gelernt. Hab ich schon hinter mir. Oh. Haben Sie da schon Erfahrungen? Du? Ja, hier im PD. Und dann, drei Monate später, kam die Ehefrau. Auch ins PD. Oh nein, wirklich? Ja. Gut ausgegangen oder eher? Nicht so? Naja, er war verheiratet, hat nichts gesagt. Also... Oh, Sie haben jetzt nicht wirklich viel Ärger gekriegt? Von der Dame? Ich nicht. Eher von mir. Richtig so. Ach, aber gut, ich hab's aufgegeben. Oh Mann. Jetzt wollte ich gar noch eben was sagen, aber die Nacht ist heute schon wieder so. Heute ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Ja, so geht's mir aber auch. Ich geh jetzt auch gleich schlafen. Ja. Sogar noch eine Wohnung irgendwo. Mal gucken. Haben Sie keine feste Wohnung? Doch, aber hier wohne... Ich wohne hier direkt. Aber hier wohnen dubiose Menschen. Und die wissen alle, dass ich hier wohne. Na gut, dann sollte ich vielleicht gleich auch mal ganz schnell wegfahren. Ja, deswegen. Aber ähm... Wir sollten uns die Tage... Sollten wir mal wirklich was ausmachen. Einfach mal ein paar Mädels und dann... Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Ich würde Melody mitbringen, aber ich kenne sie erst so. Ich hatte gerade Kamel so in den Sinn, was ist wenn sie... Ich meine... Melody, war das die Blonde, die auch bei der Party, die neben dir stand? Ja, ich hab sie eingeladen. Sie ist wirklich sehr nett, aber Eddie meint, ich soll niemandem vertrauen. Nur mit den ausgewählten Leuten. Gut. Also du kannst ja nicht nur mit... Die Dealern abhängen. Ich glaube, das ist auch nicht so das wahre. Dealern? Mit P-Dealern. Mit Cops. Oh Gott, jetzt haben sie mir aber Angst. Mit Dealern! Ich hab jetzt schon gedacht, oh Gott. Jeff und die Deals. Nein, ich deal nicht. Ja. Alles gut. Nein, aber es ist doch nicht schlimm. Das ist wahr, eben. Ich meine, du kannst ja auch irgendwie Leute kennenlernen. Die sind ja nicht alle irgendwie Verbrecher in Los Santos. Also Melody sagt natürlich gar nichts. Ja, sie ist auch erst so kurz eingereist, war aber schon im Sommer hier, meinte sie. Ja, dann kann er sowieso nichts sein. Eddie scheint sie aber nicht so zu mögen. Zumindest ist er immer sehr... Aha. Wenn sie leist... Der ist halt sehr vorsichtig, aber macht ihr da nicht so einen Stress. Also ganz ruhig mit den Leuten abhängen. Du wirst es ja merken, wenn da irgendwie was komisch ist, dann kannst du einfach Santi anrufen, mich anrufen, schief anrufen. Ja, schief an der Liste, den ich anrufen würde, aber ja. Ja, gut. Das fühle ich auch. Aber Frau Connets, ich hänge tatsächlich gerne mit Eddie ab. Ich auch. Der ist auch ein Guter. Der macht sich einfach noch extrem Sorgen. Das wird wahrscheinlich nicht so oft. Ja, aber das ist doch alles in Ordnung. Ich meine, ich... Eben. Der beschützt dich einfach nur. Ja, und das ist ja eigentlich ganz schön. Und wissen Sie, als ich einmal mit der Polizei draußen war und wir waren... Also wissen Sie, es war Herr Aziz und so. Ich glaube, wir waren vier, fünf Leute insgesamt. Da kann man sich ein bisschen vorbereiten. Es war einerseits unangenehm und andererseits war es eigentlich ganz schön cool. Ja, man ist halt nicht allein. Es hat halt was, ne? Ja, aber man möchte natürlich auch nicht, dass da jemand die ganze Zeit stehen und aufpassen muss. Aber Frau Connets... Meinen Sie wirklich, ich bin in Gefahr? Ich glaube, ich glaube, ein bisschen schon. Ich glaube es wirklich. Also ich glaube nicht so... Nicht so krass, aber ich verstehe da Eddie schon. Ich glaube, da ist wirklich ein bisschen was im Busch. Ja, deswegen habe ich es ja alles verstanden. Wissen Sie, es macht Sinn. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Eddie sowas sagt. Passt einfach nicht zu ihm. Ich glaube, der würde alles für dich tun. Es hat mich sehr irritiert, weil Herr Weiß ihm die auf seinem Eid geschworen hat. Das macht mir natürlich schon Gedanken. Deswegen, ich denke... Also wissen Sie... Es kommt mir so vor, als hätte... Weißt du? Frau Collins, hallo. Ähm... Weißt du, dass... Ich weiß nicht. Es kann wahr sein, aber vielleicht einfach nur... Vielleicht war es einfach eben ein flapsiger Spruch oder so. Das ist halt Eddie. Der denkt halt irgendwie nicht so krass nach. Und dann kloppt er uns ein Spruch. Wobei das... Das ist schon herb. Also... Aber es macht keinen Sinn. Es passt nicht zusammen. Es passt halt wirklich nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, wann ich ihm wieder... Ich kann es mir über den nicht vorstellen. Wann ich ihm wieder sprechen kann. Wir verpassen uns ja immer ein bisschen nicht. Pennt zu viel. Er pennt grad. Und ich wollte ihn mal anrufen gleich und gucken, ob er vielleicht schon wieder wach ist. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Dann ist die Hochzeit. Ja, das war gestern eine ganz schön peinliche Sache, Frau Collins. Warum? Weil er gesagt hat, was ist mit... Was ist mit der Hochzeit? Er sagt, wie? Da meinte er, ja, Samstag oder Sonntag? Meinte er ja, Sonntag. Und dann habe ich gesagt, Moment. Das geht ja alles ein bisschen so schnell. Wie? Diesen Sonntag? Ja, und da meinte er, aber er hat erst ganz spät aufgelöst, dass er gar nicht die Hochzeit meinte von uns beiden, sondern die Hochzeit von Frau Maxwell und Apache. Apache! Apache! Genau. Hast du die heiraten? Ja, diesen Sonntag um 19.30 Uhr. Und da will der hin? Ja. Fanden sie das für keine gute Idee? Na ja, auf der Hochzeit wird nichts passieren, aber... Ja, ich muss mal mit Eddie dann drüber sprechen. Alles gut. Okay. Alles klar. Sie haben doch nochmal einen ganz anderen Rat zu ihm. Ja, ich glaube, der vertraut mir. Ich glaube, der würde auch in gewisser Weise auf mich hören, aber... Er macht ja an sich nichts Falsches, weißt du? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich zu ihm sagen soll. Ich sehe, er beschützt dich halt. Und aktuell macht er das eigentlich auch relativ gut. Ja, finde ich auch. Also ich finde, er macht halt aktuell nichts Falsches. Oder ist irgendwas, wo du sagst, dass er es irgendwie seltsam an seinem Verhalten oder der verschweigt dir irgendwas? Hast du da irgendwie das Gefühl? Also das mit der zweiten Wohnung, finde ich, ist immer noch eine gute Idee. Ich glaube so, falls man uns zusammen sieht, wir wollen uns ja auch beide einpacken. So bei wenigstens noch einer da den anderen helfen könnte. Aber... Wobei, wir schlafen ja auch gemeinsam gerade im Hotel. Das geht schon. Was? Der ist bei dir mit im Hotel? Ja, wir hatten die Idee, dass wenn wir den Wohnort wechseln, weil... Weißt du das noch gar nicht? Nee. Der Ägypter stand vor der Tür bei Eddy und hat die Adresse herausgefunden. Und wir wissen nicht, wie. Deswegen sind wir im Hotel und hüpfen von einem Hotel ins nächste. Das war zumindest der Plan. Ja, das ist ja auch nicht irgendwie das wahre, oder? Naja, ging. Ich denke einfach, die ganze Zeit, das wird alles nicht so lange dauern. Und irgendwann wird es sich regeln. Ich denke auch. Wenn man wird sich das schon legen. Aber alles gut, ich habe den Hotel schlüsselt. Okay. Ja, das ist schon wichtig. Dass das einfach mal auch dein... Du bist Privatsphäre und sowas, wenn du keinen Bock mehr halt einfach hast. Ich meine, zur Not kann er ja immer im Apartment dann schlafen. Eben. Ja, wobei ich das ein bisschen für gefährlich halte. Jetzt, wo man weiß, wo er wohnt. Ja, das ist schwierig. Einerseits ist Jafar eigentlich nicht so die Gefahr. Es ist eher so das Problem, mit wem Jafar so abhängt, der Ägypter. Ja. Ja, da bin ich ja auch gerade ein bisschen... Ich fand ihn jetzt nicht unsympathisch. Er war ein bisschen komisch, aber... Eddy hat mir jetzt so viel Angst vor ihm gemacht, dass ich ihn halt... Ich hätte ihn schon längst zurückgeschrieben, aber... Das ist glaube ich gerade besser zu ignorieren. Ja, das denke ich auch. Also da trotzdem ein bisschen aufpassen, was Jafar angeht. Ich mach. Alles gut. Passt auf. Okay, perfekt. Aber ich fühl mich tatsächlich unsicherer, wenn ich inkognitär unterwegs bin und ich habe mich sicherer gefühlt, als ich mit Eddy unterwegs war. Ganz komisch. Ja, ich habe es so ein bisschen... Man ist so paranoid, oder? Man ist extrem paranoid, ja. Kann ich hier irgendwie helfen? Kann ich hier irgendwie... Nein, alles gut, Frau Falk. Kann ich hier irgendwie... Also du dich besser fühlst? Nein, das ist... Naja, aber das darf ich nicht. Ich bin verlobt. Ansonsten geht es mir echt ganz gut. Hm. Dass Eddy nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Frau Collins, ich bin fast... Fast bin ich soweit, wissen Sie? Da sieht sie sich schon wieder. Gut, dann hebe ich mir das für später auch, okay? Okay. Ich glaube, ich werde noch mal heute ein bisschen durch die Stadt fahren. Ja, alles gut. Okay, wenn was ist, ruf an. Ich bin noch eine halbe Stunde, ich glaube noch da. Ich gehe noch mal ein bisschen gucken. Wenn was sein sollte, melde dich einfach her. Okay, vielen Dank. Alles klar. Dann mach's gut und wir hören uns. Und mach dir auch keine Sorgen, das wird schon alles. Geh mir schon alle hin. Ja. Viel Spaß mit dem Fahrrad. Dankeschön. Danke. So. Ähm. Ja, ihr dürft mir jetzt den Knopf sagen. Ihr dürft mir jetzt den Knopf sagen. Das hier ist nämlich sehr low. Wie war das denn? Ich hab... Wisst ihr auch, wieso das so war? Wieso das so war? Ich hab GTA Online nur mit dem Controller gespielt. Deswegen, ich kenn die Tastatursteuerung nicht. Hoffentlich sagt Frau Collins, du fährst falsch. Shift drück ich doch. Das ist Shift. Das hier ist Shift. Ich bin ja nicht vollkommen Banane. Ja. Ah. Guck mal, ich verstehe was ähm... Das ist grad alles schwierig. Also Frau Collins und Dennis wollen mir grad helfen, dass es so ein bisschen selbst... Ja, nicht ein bisschen selbstständig. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich bin ja nicht behindert. Behinderte sind natürlich nicht bescheuert. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ähm. Ich weiß natürlich schon, dass ich hier einfach losziehe. Ich kann's ja einfach machen. Ähm. Und ja, es war natürlich ein Problem. Vor allem mit dem Offline-Gehen. Das hab ich ja schon alles erzählt. Oder, ähm, dass ich Eddie morgens anrufen musste. Es machte aber Sinn im RP. Und es hat mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Und, ähm, ich glaub, viele Sachen wurden da so ein bisschen falsch verstanden. Und, äh, deswegen... Ich brauche... Das ist voll lieb mit der Hilfe und so auch. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass das jetzt alles ist. Wurde vieles falsch verstanden, denke ich. Weil ich kann, wenn ich will. Ariane kann, wenn sie will. Aber wenn da so eine große Gefahr ist, So, jetzt mal... Übertragen wir das jetzt mal auf Street Life. Natürlich wirst du nicht alleine nach draußen gehen. Wenn du die Möglichkeit hast, von Polizisten beschützt zu werden. Natürlich machst du das nicht. Aber RP-technisch denke ich gerade, das tut mir voll leid. Wenn die Leute dann halt wirklich die ganze Zeit auf mich warten müssen. Wird das Spam? Ne. Minecraft-Style? So. Ähm. Aber versteht ihr, wie ich das meine? Das ist alles super lieb. Und ich verstehe das auch, aber... Ähm. Wenn ich jetzt keinen Bock so krass auf Eddie gehabt hätte, könnte ich mich losreißen. Ich hatte jetzt so viele Möglichkeiten auch. Und Ariane hatte so viele Möglichkeiten, mit Entschluss zu machen. Aber es wird überhaupt gar nicht passen jetzt. Und ich finde die beiden... Das harmoniert so schön. Auch wenn das, äh... Ja. Manchmal zu Missverständnissen führt. Und das ist halt auch... Und ganz im Ernst, ich finde das ja auch scheiße spannend. Ich bin nicht gut genug mehr, Peter, dass ich wissen würde, wie zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich entführt wirst. Und du hast einen Sack über den Kopf. Da müssten sie ja quasi sagen, ähm, ja, steig bitte... Da müssten sie ja sagen, steig bitte ein, äh, wir ziehen jetzt den Sack über den Kopf. Da weiß ich zum Beispiel nicht, okay. Und ich mach dann einfach gar nichts. Und mach nur... Und sowas alles. Das sind so Sachen, die weiß ich einfach noch nicht. Mach einfach dein Dinger... Äh, dein Ding... Dein Dingpan? Mach einfach dein Dingerpan. Bin ich ja. Das Ding ist doch alles cool. Das ist doch alles cool. Ich verstehe, was der Dennis aber meint. Klar. Aber... Einfach so... Ich will einfach so weitermachen wie die ganze Zeit schon. Ist alles gut. Das einzige Problem, was ich hatte, war das... Nicht rausgehen. Sofort melden. Und nicht eigenständig irgendwie jetzt, äh, zum Beispiel mit Melody treffen und so. Das, muss ich zugeben, hat mich schon gestört. Aber... Aber aus der Sache bin ich ja jetzt auch rausgekommen, indem ich halt einfach mich verkleidet habe. Und selbst wenn mich jemand erkennt, weil... Es ist wohl nicht... Es ist wohl nicht, ähm... Server-Regel. Das heißt, wenn jemand vermummt ist, zum Beispiel so einen Überfall macht oder so, dann darf man den nicht an der Stimme erkennen. Ich glaube, so war das eher gemeint. Aber... Ich glaube, Jafar... Ich bilde mir ein, Jafar hat mich nicht erkannt. Ich bilde mir das einfach mal ein. So. Und jetzt will ich einfach, dass das aufhört, können wir jetzt einfach ganz normal weiterspielen. Das macht mich wahnsinnig. Aber wie gesagt, ich verstehe den Dennis und der hat mir da auch so eine... Ich verstehe auch die Andeutungen, die er macht. Aber, äh, wir haben ja eine Lösung gefunden. Ich frage mich immer, was es wohl für Sachen hier gibt, die offen haben. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Restaurant gehabt gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da mal was für den Parkhaus da finde. Caps-Doc-Pan. Ja, habe ich doch... Hab... Ich möchte bitte sagen, dass der Chat mir gesagt hat, Schiffen und ich nur mit dem Controller gespielt habe. Aber auch vielen, vielen Dank, äh, Herr Moschera. Dankeschön, Caps-Doc-Pan. Dankeschön. Das ist ja auch, Alter. Jetzt guck hier bitte nicht zu, das macht mich nervös. Ich kann die Sachen immer noch nicht. Na ja, vielen, vielen Dank. Es war nicht Schiff, Leute. Es war nicht Schiff. Da fliegen sie wieder, die Schlüppis. Ich habe bei Caps-Doc Angst, dass ich irgendwann hier auf der Straße fliege. Das hat nicht offen, ne? Was ist denn das überhaupt? Kann Ariane eigentlich auch auf dem Fahrrad den hier machen? Ne, kann sie nicht. Ich wollte gerade die Karte nehmen. Guck mal da. Ich kann wenigstens gucken, ob es die passende Hose ist. zum Oberteil gibt. Das wollten wir jetzt die ganze Zeit schon. War da wirklich ein Klamottenladen? So blind. Ich muss mir den Akzent vorstellen, wie der Caps-Doc-Pan sagt. Ja. Ah. Und ich sage nochmal, wie es ist. An sich. Wenn ich zugucken würde, würde ich mir sogar wünschen, dass Ariane entführt wird. Ich stelle mir das super interessant vor auch. Aber, äh. Ich glaube, ich wäre noch nicht dazu bereit. Wenn es aber passiert, dann passiert es halt. Dann ist es eben so. Ich würde es gerne einfach weitermachen. weiter machen. So. Ich jetzt klopfe. Auf der anderen Seite. So. Jetzt schon wieder vorbeigefahren. Ich sollte hier zu viel ein Chat kommen. Und dann auf der anderen Seite. Da vorne. Ach, Suburban ist das ja. Kenn ich auch noch von damals. Es ist bei mir ewig lange her mit GTA. Ewig lange her. Unterwäsche über Santi auslehren? Ok, das ist ein bisschen, ähm. Hört auf damit. Hört auf damit. Wie gesagt, mein großes Problem ist einfach immer noch, dass ich die Leute nicht in ihrem super ernsten RP stören will. Ich will da nicht dieser Störfaktor einfach sein. Deswegen gucke ich einfach immer, dass Leute auf mich zukommen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich die irgendwie direkt anpeilen würde. Wie zum Beispiel den Wich als Weiß, die Ariane als Weiß-Anwalt heute. So, das Fahrrad muss man ja dann abschließen. Okay, gut. Und keine Musik, super. Gibt es eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt überall verschiedene Klamotten gibt. Müsste eigentlich, ne? Wenn ich jetzt mal bei den Oberteilen gucke, wenn ich es Oberteile, ich hoffe ja. Da? Nee, gut. Okay. Ähm, hier? Auch nicht. Da? Ja. Oberteile oder Hosen? Es sind Hosen! Dann sind hier Schuhe. Frau Forell-Ohrwurm, ja. Den hatte ich ja auch ganz lange. Also da habe ich beim Dennis immer ganz oft zugeguckt. Hier ist nix. Überraschende Hose. Oberteile, ah, okay. Upsi! So, wenn wir nämlich hier dieses Rüschen-Oberteil haben. Ich kann ja jetzt meinen Rüschen-Oberteil nicht holen, gerade. Das war schon... Achso, nur... Hä? Hä? Okay, strange. Wie gesagt, es ist alles cool. Ich bin zufrieden. Es ist alles cool. Ich hatte zwei Problemchen und fertig, aus. Und ich würde die gerne selber lösen. Und ich weiß nicht, ob es man schon gemerkt hat, weil da kommt aus Ariane immer die Pan. Ich hasse nichts mehr... Ich liebe Frau Collins. Frau Collins ist damit nicht gemeint. Ich hasse nichts mehr, als so, ja, super hilfsbedürftig rüber zu kommen. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich regle immer mein ganzes Zeug selbst. Ich beschwere mich nicht sehr chillig hier. Ja. Ein paar Mal sieht man hier, ähm... Also meine Mutz hatten heute... Ich weiß nicht, was los war, ne? Warte mal ganz kurz. Okay. Irgendwas war heute im Chat los. Ich hab ganz viele ausgegraute... Was meine ich denn? Ah, okay. Ganz viele ausgegraute, ähm, Kommentare gesehen. Was war da los? Ähm, liebe Mutz, ich... Ich seh die Spoiler. Wenn ihr da gerade irgendwie was schreiben wolltet. Ne, ich seh die Spoiler leider. Ich muss das später mal umstellen. Ich... Ne, das sind andere Klammern. Oh, ja, guck mal. Da seh ich mich aber. Das ist so scheiße. Ne, da kriegen wir hier nicht. Da müsstest du diesen Bingo-Ding da fahren. Und das so rausfüllen. Na, bitte kein Meter. Das war das Problem. Okay, man kann Jacken auch zumachen. Oh, ich hab da jetzt gar keinen Grund drin gesehen. Das ist eigentlich ganz cool. Will ich natürlich hier nicht rumlaufen. So. Hier ist der Stadtpark. Hier ist der Stadtpark. Da müsste das hier doch eigentlich unser Bingo-Klamottenladen sein, oder? Ich glaube, wenn man... Ich glaube, wenn man am Wochentag streamt, dann müsste ich, glaube ich, auch ein bisschen eher einloggen. Ich weiß nicht, ob er online ist, aber so von der Logik her müsste Ariane halt doch mal ab und zu schreiben, ob er schon wach ist. Warte. Was ist das denn passiert? Man hat die Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick. Die Madison-Sache. Ich will nix darüber... Also, erst mal, Walter hat Ariane schon mal was machen lassen und hat sie dann voll verarscht. Wirklich voll verarscht. Ich glaube, man kann hier und da ein bisschen rumfragen, aber wir werden keine 1.000 Dollar kriegen. Werden wir nicht. Und ich glaube, es ist sowieso eine große Verarschernummer wieder. Ich kenne das ja. Oh nein, meine Tastatur. Warte eine Sekunde. Was ist denn passiert? So. Ihr seid im falschen Chat. So muss Kea-Fans sein. Wann ist das so krass geworden? Wann ist das so krass passiert? Ich feiere das. Vor allem hat er noch gesagt, 500... Glaubet einfach nicht. Glaubet einfach nicht. Ich fahre nicht auf die Straße, weil wir haben diesen Aufkleber hinten auf dem Fahrrad, nicht? Es ist erschreckend, dass das viele nicht mehr kennen, aber man durfte früher nicht auf die Straße fahren. Also nicht hier, sondern in echt, wenn man diesen Aufkleber nicht hat. Man durfte durch Büsche fahren. Das war erlaubt. Ich hess' den Sachen echt gar nicht mehr vor, ey. So. Was ist denn da vorne los? Warte, geht mal... Oh. Und hoch. Warte mal, war das nicht der Typ? Ne, ich dachte, das wäre der Typ, der heute Melody angemacht hat und zu mir gesagt hat, dass ich... bin ich gefragt, ob ich im Stimmbuch bin. Ich kriege die Ariane Stimme auch irgendwie nicht mehr so gut hin. Da war ich jetzt vor die Gafferin. Was? Man darf mittlerweile sogar auf der Straße fahren, wenn es keinen Fahrradweg gibt. Ja, ja, ich weiß. Aber früher war es wirklich so, ohne Scheiß. Wenn man da den Fahrradschein, die Fahrradprüfung in der Schule hatte, dann hat man so einen Aufkleber gekriegt. Der war irgendwie so rund, weiß mit grün irgendwie. Das hat mir nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung. Ähm, und... Das ist aber nur ein Zaun von der Dingens hier, ne? Mit dem Helikopter. Ähm, und wenn du den nicht hattest und du wurdest irgendwie erwischt und bist auf die Straße gefahren, dann hast du auch eine Strafe gekriegt. Deswegen habe ich immer gesagt mit Leuten, wenn ich sage, ja, ne, ich fahre mit dem Fahrrad nicht auf die Straße. Warum nicht? Ja, ich habe den Aufkleber nicht. Ich fahre wirklich nicht mit dem Fahrrad auf die Straße, nur weil ich es super gefährlich finde. Oh, hier links gleich. Wupp, wupp, wupp. Ja, und ihr seht, wenn ich alleine unterwegs bin, passiert auch erstmal nicht so viel. Ich freue mich auf den Abend mit Frau Colin. Das war die Geschichte, jetzt immer schön zu hören. Oh. Die sind ja interessant auch. Ich kenne das mit den Aufkleber nicht anscheinend. Ich weiß nicht, ist das nur ein Ruhrpott-Ding? Ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Ruhrpott-Ding ist. Oh. Oh. So. Wir gucken uns da einmal ganz kurz das Oberteil an. Okay, die machen das ja auch hier. Und dann gucke ich mal, ob wir hier die passende Hose für kriegen. Das sind Brillen. Och, komm, nicht schon wieder. Das sind doch Oberteile. Willst du mich verarschen? So, das ist ja kurz reizt. So schlimm sind die Sachen hier jetzt auch nicht. So. Also. Das schwarze Oberteil. Das ist ebenfalls nur die rübschen. Sie sieht ziemlich eng aus. Also, ich will dir nicht zu nahe treten, aber... Da. Das hier. Da habe ich nämlich keinen Bauch drin. Mehr kaputt gehen kann ja schon. Schwarze Rüschenbluse. Und da soll es wohl eine passende Hose geben. Und die würde ich gerne haben, weil ich finde, das sieht einfach sehr schön aus. Das sieht das Ding wahrscheinlich anders. Ich sehe das auch nochmal anders als ihr. Oh, das ist alles ein bisschen... Das ist meine GTA Online-Version mit den Strapsen. Oh, Never Fagetti. Schwarze... Schwarze Knitterhose? Ich weiß auch nicht, ob die so angeordnet sind. Schwarze Matte Leggings. Blumen-Bikini. Rock mit Schlitz. Oh, das tut mir leid, dass im Moment nicht so viel passiert, ne? Schwarze Ficino-Hose. Vielleicht musst du ein anderes Oberteil anziehen, damit du die Höhe der Hose siehst. Ich will jetzt nicht hier oben ohne rumstehen. Ich weiß, dass du meinst, aber ich will hier nicht oben ohne. Peter sieht nach Jogger aus. Was ist denn denn der Leder? Graue, hoch tallierte Hose. Graue, hoch tallierte Hose. Es sieht nicht schön aus, aber das könnte es eigentlich sein, oder? Gibt es dir auch einen Schwarz? Jetzt würde ich wirklich gerne das Oberteil ausziehen. Scheiße. Ich glaube schon, ich glaube, das ist die hoch tallierte Hose. Es macht sonst irgendwie alles keinen Sinn. Soll ich die jetzt mal auf gut Glück kaufen? Einen Schwarz? Und, fertig? Nein, irgendwie. Alles gut. Bist du ja auch so ein Penner. Das sah gerade aus, als hättest du Strumpfhosen in der Hand gehabt. Ja, schön. Ich hab's gar nicht gesehen. Da sind sie. Und wo ist Brokkoli? Wenn ich die Hose jetzt anziehe, wir können ja gleich mal gucken. Oh Gott, das wird bestimmt nicht passen. Ich heule jetzt schon, ey. Ich heule jetzt schon, wie keiner guckt. Ah, das muss... Alles andere würde jetzt gar keinen Sinn machen. So. Es muss einfach. Sekunde, da habt ihr es schon gesehen. Warte, warte. Da. Super, es passt. Okay, ich freu mich. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Okay, sag auch nicht hallo. Perfekt, ne? Ja! Juhu! Dann bräuchte ich eigentlich noch die Schuhe, die ich hab, sind ja immer noch diese Klackerschuhe. Na ja. Ah, okay, ganz cool. Das sieht natürlich auch ganz schick aus, aber die andere passt da einfach besser. So. Wir haben's geschafft. Ich freue mich sehr. Wir können jetzt zurück zum Hotel oder wir können da irgendwo hinfahren. Vor kurzem ist es nur noch eine halbe Stunde da, will ich jetzt auch nicht stören. Ansonsten würde ich sagen, ist Sonntag, glaube ich, der bessere Tag zum Stream hier, oder? Ich bin noch nicht so weit, die ganze Zeit einfach random Fremde anzusprechen. Jetzt hat Ariane endlich was Schwarzes zum Trauen für Bob. Ja! Einfach nur ja! Ja! Können wir nochmal zur Kirmes? Weißt du, da ist irgendwie, ich glaube nicht, dass da irgendwas los ist. Zum Pier. Wolltest du die nicht kaufen? Ich hab die gekauft. Ich habe sie gekauft. Auf Rheben an Daman ist RP. Ja! Geht mir trotzdem noch ein bisschen Zeit. Ich muss ja nicht alles gezwungen hier machen. Das geht mir sowieso auf den Sack. Das ist mir manchmal so gezwungen, für irgendwie unbedingt, irgendwas zu machen. Ich gucke kurz in den Mod-Chat. Also bitte auch im Chat mir nicht sagen, was ich machen soll. Das ist übrigens auch sowieso, also wenn man Ausdruckzeichen RP eingibt, das ist sowieso nicht erlaubt. Dennis wollte es weitergeben mit Bobs Grabstein. Da vorne ist das Hotel. Das ist ein Motorrad. Genau, Ariane ist e-kognito unterwegs. Immer wenn ich das hier höre, denke ich, hier ist irgendwie Party. Ich finde auch mal so eine Party, wie bei dem Bahama Mamas Club. Theoretisch hätte ich das auch so machen sollen, ich hätte mich, es geht halt nicht, ich hätte mich morgen einloggen sollen und irgendwie den Erste-Hilfe-Kurs mitmachen sollen. Ich weiß noch nicht, ob ich da einen Termin brauche und sonst was. Ich rieche das auch noch irgendwie raus. Weil der ist nur Donnerstags. Und ich habe halt keine, ich kann nicht jeden Tag streamen, das funktioniert einfach nicht. Hat jemand das Licht angenommen lassen? Jetzt habe ich mein eigenes Fahrrad. Juhu. 400 Dollar habe ich auch, das sollte alles passen. Und ja, das Fahrrad von Frau Collins ist jetzt teurer, als das auf der Straße damals. Auch das auf der Straße damals hätte ich nicht kaufen können und ich würde es auch nicht kaufen. Oh! Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Dankeschön. Es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid. Es tut mir leid. Unsere Wege haben sich heute tatsächlich vielleicht mal gekreuzt. Es wird alles noch. Ich vertraue dir kein Stück. Es wird alles noch. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Es passiert ja tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so. Oh, ich habe gar nichts zu trinken. Scheiße, ich weiß nie, wo die ganzen Essen und Trinken nah erleben sind. Da ist ein Autohaus. Okay, warte. Das dauert doch noch ein bisschen. Erhältst du was Arbeitslosengeld, weil du ja angestellt warst? Ich glaube, das war noch nicht durch. Mach mich nicht fertig. Ich glaube, das war noch nicht durch. Und ja, ich weiß, Leute. Ich weiß, ich habe die Uhr hier auch im Blick. Melody ist aber sicherlich ausgelockt, aber ich werde die SMS natürlich schreiben. Und das ist auch wieder Backstreet Gaming. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, dass es endet. Ich hoffe eigentlich nicht, dass es endet. Aber wenn du das schreibst, ja... Sagst du, das ist Donnerstags Erste Hilfe, weil Ariane das Weiß-Ding... Was? Razor, was meinst du? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ach, liebe dieses RP. Es passiert doch gerade nichts. Es passiert gerade nichts. Der Tank ist leer. Okay, ich muss jetzt aber wirklich gucken, wo ich was zu essen mehr kriege. Das sind die Sachen, die man ja nicht auf der Karte sieht, ne? Oder? Man sieht die nicht auf der Karte. Ich weiß, ich kenne das ja irgendwie andauernd... Warte mal. Ich kenne da mal. Ne. Warte. Ich fahre einfach rum. Nicht sagen übrigens. Sagt es mir nicht. Ich werde es schon irgendwie finden. Es macht Spaß beim Nichtsmachen zuzugucken. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das sind doch die Folgen, die ich dann auch nicht auf YouTube laden kann. Also nicht sowas hier. Warte. Doch, Pan, wirklich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl, ich habe mir mal beim... Beim Dennis in Stream wirklich so eine Besprechung mal reingezogen. Und ich habe kein Wort verstanden, was da überhaupt los ist. Ja, und aktuell das Thema da. Aktuell das Thema da. Ein paar Streams verpasst hast, dann weißt du halt gar nicht, was da los war. Und ja, war irgendwie... War gut zum Schlafen. Vielleicht können jetzt einige von euch noch einschlafen. Ach so, ja. Also erstmal... Falls du im Chat bist, natürlich... Herzlichen Glückwunsch, schönen Geburtstag. Ich mache es gleich. Meine Mods sind natürlich auch müde. Deswegen tut mir voll leid. Zur Not machen wir Emote-Chat rein. Also wenn es wirklich ganz krass ausartet. Das heißt, Shafar, wie Ari... Das wird der ja nicht ausspielen. Das heißt, Shafar, wie Ariane aussieht. Erik nimmt übrigens die ganze Zeit Skyrim auf. Es poppt die ganze Zeit hier einfach... Oh, das kenne ich noch. Hier ist doch regulär... Ich bin ja... Doch, hier ist doch regulär eine Haltestelle. Ja doch, da ist doch auch eine Haltestelle. Hier fehlt regulär die Bahn. Und wir haben mal irgendwelche Challenges hier gemacht. Mit... Mit Feuerwehrwagen. Und dann ist er beschissen in Haftbomben. Ich meine, das wäre hier gewesen. Hier irgendwo. Doch, das ist das. Ach so, da steht jetzt das hier. Morgen geht es Pizza und Salat auf der Arbeit. Das ist schön. Ich hätte auch mal wieder gerne eine Pizza. Aber ich sehe halt immer... Ich sehe immer mehr aus wie eine Pizza. Ich muss echt ein bisschen... Ja. Ich muss zugehen, wenn ich Cyberpunk spiele. Das soll jetzt nicht selbstverliebt klingen. Aber dann gucke ich immer bei den ganzen Plakaten. Wo ist mein Plakat? Ich finde das immer noch super geil, ey. Oh, das vom Erik. Und immer wenn ich einen Screenshot davon machen will, mit einer Figur, die irgendwie so... Oder irgendeine schöne Pose macht, dann siehst du das Plakat nicht mehr. Das ist voll doof. Hat das noch jemand? War das gleich wieder eine Pizza? Na, ich bin fettig für eine Pizza. Ja, die meisten wissen mal, wo die Scheißessen sehen sind. Ich gucke einfach nur, wo die Leuchte steht. Das ist eine Tankstelle. Da müsste es doch eigentlich auch was zu trinken geben, oder? Eigentlich. Ja, Foto-Mode sind die Plakate anders. Ich habe es nur einmal hingekriegt. Das ist so schade. Weißt du, den Piet... Den Piet siehst du überall. Bei der ganzen Storyline von Julia. Also bei der ganzen Quest. Ich glaube, ich habe zumindest das Gröbste mit ihr durch. Und sie habe ich ja auch durch. Bei der Storyline... Oh Gott, hat das überhaupt auf hier? Da siehst du halt fast nur die Piet-Plakate. Die Drecksau, ey. Das sieht ja nicht aus, als könnte man da rein. Automat ist da und eine Tankstelle. Scheiße. Ich habe den Piet noch nie gesehen und fast 40 Stunden gespielt. Der Piet hängt meistens da. Ja, also wenn du mit Judy mal bei einem Haus bist, wo zum Beispiel auch eine Tarot-Karte ist, da fährst du über eine etwas breitere Straße, weil keine Autowahn. Und oben drüber sind halt so, also wenn du mit ihr aus dem Van auch aussteckst, oben drüber sind so Plakate. Das mittlere Plakat, Human Centipede, ist der Piet. Unschwer zu erkennen, tatsächlich. Man hätte PC müssen während der, äh, bei Judy, bei der... Was? Nein! Oh mein Gott! Oh. Ich bin immer noch traurig, dass ich mit Panam nicht geklappt habe. Aber die Gute steht halt nicht auf Frauen. Bin ich jetzt einmal im Kreis gefahren? Das könnte sein, oder? Ja. Ja. Ich hab Erik mit einer Mini-Quest getroffen, der hat den synchronisiert, das war so ein großer WTF-Moment. Äh, nicht nur er. Also, der Sohn, ich weiß ja nicht, wie ihr euch entschieden habt, was ihr da mit dem gemacht hat. Äh, der Sohn ist ja Hand of Blood. Es ist so lustig einfach. Ich hatte die Quest selber noch gar nicht. Aber es ist so lustig. Der ist auch voll stolz. Also, ich bin, ich bin halt auch stolz drauf. In beide Schenzen. Und ich liebe dieses Spiel. Ich weiß, dass er gerade, äh, ist ein bisschen schwierig und so, ne? Aber, das Spiel, wenn es läuft, und es läuft leider bei mir sehr gut, es tut mir leid, bitte hasst mich nicht. Ähm. Ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ich war wirklich nicht falsch. Man hat Erik null erkannt und ich finde das so gut. Echt? Spoiler? Wieso Spoiler? Hä, das sind doch nur Sprecher. Es sind nur Sprecher. Es sind nur Sprecher. Man sieht doch gerade, man hat eben, man hätte Erik, also er hätte den wahrscheinlich nicht erkannt. Ich habe von Gott noch nie als Plakat gesehen. Äh, wie sieht das überhaupt aus? Ähm. Sag mal so, wir haben beide mit Autos zu tun. Fühle ich. Fühle ich richtig. Ich hab gewas. Wie die Story, also wie die Quest ausgeht, bitte nicht spoilern im Chat. Das wäre sehr lieb. Ich könnte mir theoretisch auch selber eigentlich noch eine Wohnung nehmen, aber nee. Komm, hier muss doch irgendwo was sein. Das würde so viel Sinn machen. Vor allem, wenn es irgendwelche anderen RP-Streamer im Chat sind, ne? Irgendwelche anderen. Ihr wisst, was ich meine. Ist super peinlich. Ich finde das Trinken einfach nicht. Ich hab's auch schon zu Fuß gesucht. Ich weiß einfach immer noch nicht, wo die ganzen Dinger sind. Keine Ahnung. Ja. Ha, 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 ja. Sehr witzig. Das macht mich voll fettig, weil ich immer auf andere auch angewiesen bin, was das angeht. Aber ich geh da schon hin. Aber ist doch bestimmt sehr warm gerade, oder? So, hier ist der Strand. 400 Dollar für ein Quietschen ist fahler. Ach komm, alles gut. Aber es ist, dass ein Geld kickt. Bei dir ist immer so viel los. Wann hättest du das einprägen sollen? Ja. Ich war ja schon ein paar Mal da. Aber stimmt, ich bin nie irgendwie selber irgendwo hingefahren. Ich hab's mir nie gemerkt. Weil wir sind immer rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, ob ich am Pier was kriegen würde. Ich weiß nicht mal, ob die Automaten hier funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Hier kann man Masken kaufen. Das hab ich jetzt nicht gesehen, als ich auch alleine hier war. 24-7, Jobchan, gib uns ein Zeichen. Ach, lass mal, wir finden das bestimmt schon irgendwie. Das heißt, hier irgendwo wohnt ja Eddie. Und selbst dahin find ich nicht. Das hab ich gleich auch zu sehen. Wir haben uns ja auch neue Fahrräder geholt. Ich bin bestimmt so dreimal damit gefahren, bin ich hingefallen. Ja. Ich habe tatsächlich mit dem... Ich habe irgendein Gleichgewichtproblem. Ich habe da so Pöller gesehen und denke so, boah, da passe ich ja voll locker durch bei einem Bäckerbau und so. Ja, und dann bin ich da gefahren. War peinlich. Jetzt ist mein Lenkrad verbogen. Das war echt nicht günstig. Es war wirklich nicht günstig. Es war super peinlich, dass es mir auch im Erwachsenenalter noch passiert. Ich bin einfach hingefallen. Drei, viermal gefahren, hingefallen. Ich glaube, da ist wieder eine Tankstelle, oder? Ich versuch's einfach trotzdem nochmal da. Fühl ich, echt. Ich fahre auch immer gegen Ampeln. Ich kann eben die Geschwindigkeiten da nicht abschätzen. Typischer Palm-Moment. Ich habe mir auch gut wehgetan. Mein ganzes Knie war aufgeratscht. Oh ja, es war wirklich ein typischer Palm-Moment. Ich bin so tollpatschig. Mein Fahrrad ist schon seit fünf Jahren weg, wurde gestohlen. Uh! Da müsst ihr euch auf jeden Fall die... Die Gestellnummer war das da. Wir haben uns eine lange Nummer aufgeschrieben. Wir haben das alles mit dem Typen, der die verkauft hat. Wir haben euch so einen schönen Fahrradladen hier vorne. Der hat uns das alles erklärt. Und ich meine, der Erik hat die auch irgendwo eintragen lassen. So für den Fall der Fälle einfach nur. Guck mal, ist das eine schöne Tankstelle da oben, ne? Ich werde einen Trickladen finden. Ich weiß es einfach. Irgendwo wird das sein. Typischer Palm hat letztens einen Tandemgang gemacht. Und ihre Knieprothese zerstört. Holy shit. Oh Gott, das tut mir leid. Tankstelle hat offen. Hier war keine Tankstelle. Ich hab mich vertan. Da oben dieses Prop, bla bla bla. Dachte ich von Weitem, dass wir vielleicht eine Tankstelle. Ist egal. Ich weiß einfach so lange rum, bis ich was finde. Scheiß drauf. Und dann werde ich das so hart abfeiern, dass ich endlich weiß, wo ich Essen und Trinken hierher bekomme. Mit Bob. Da waren wir ja auch. In so einem 24-7-Land. Das war aber in der Southside. Und da soll ich ja nicht hinbühen. Soll ja nicht so gut sein. Ich bin jetzt gerade voll entspannt. Ich bin so langweilig. Ich weiß nicht. Ich mochte das halt die ganze Zeit. Ich mochte das Holter-Di-Polter. Auch wenn ich halt gar nicht dazu bereit war. Aber ich mochte es. Aber es ist vielleicht auch mal wirklich ganz gut, dass ich mir das jetzt hier alles ein bisschen einpräge. Aber da haben wir den da vorne. Ich geh da hin. Da vorne leuchtet das doch so schön. Ich schreibe jetzt das Buch und frage Bob. Bob, wie ist deine Kontonummer? Oh Gott. Der war gut. Ich musste selber lachen. Ich wusste nicht. Da war das halt noch so. Da habe ich nicht nachgedacht. Oh, solltest du das in der Situation jetzt so machen? Und oh, ist das wirklich richtig? Was würden die anderen denken? Weil da habe ich halt einfach... Ich wusste, okay, du bist nur ein Event-Charakter. Alles cool. Kein Problem. Und jetzt hapert es die ganze Zeit, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken mache. Okay, machst du das richtig? Machst du das richtig? Was? Aber schon krass gefühlt. Einen Tag im GTA-Universum, direkt Mordmafia und Drohungen. Ja, ja. Aber vielleicht war es ganz gut, du hast recht, aber vielleicht war es ganz gut, ich wurde ja so ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Und was mich halt sehr verwundert hat, ist halt, Eddie hat mich mal ein PD angesprochen und ich wusste ja, wer es war durch Dennis seine Streams und ich habe da auch mal im Stream vorbeigeguckt. Ich kenne ja Frau Forel. Ganz lange ein Ohrwurm davon gehabt. Gott, ey. Und ich fand das alles super witzig. Da vorne vielleicht ist auf jeden Fall eine Flasche, da muss man doch was zu trinken finden. Hier war ich gerade schon. Also so langsam wäre es ganz gut. Oh, das ist eine Tankstelle. War ich da gerade schon? Ich gehe jetzt einfach mal gucken. Du bist selber gesprungen, dich hat niemand geworfen. Ja, komm. Also das mit dem, ja, äh, ja. Hier, Tati, wir machen Eventcharaktere. Komm, spiel doch GTA-RP. Der ist halt hier die ganze Zeit versucht, mich zu überreden. Der hat mal gesagt, boah, nee, nee, ich guck dir mal noch zu. Nee, komm, alles gut. Ja. Und dann kam Bob. Dann hat er gesagt, ja, komm, lass das einfach machen. Irgendwie ist das ja ja wann. Und dann hat er irgendwie gesagt, war das irgendwie in drei Tagen oder so. Leck mich, ist das auch nicht offen. Warte kurz. Ist das eine Textur oder nicht? Scheiße. Richtig zinschwandt. Ich suche nach dem Wasser-Teams. Ich sollte wirklich Wasser finden. Ist das eine Textur? Das ist doch nichts, oder? Das ist nichts. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt vielleicht, ich meine, es könnte ja sein, dass sie irgendwas eingebaut haben, dass du dich hier hinstellst und kannst trinken, kaufe mal rein. Oh. Brechen. Okay, würde ich jemanden im Stadtpark oder so treffen, würde ich auch fragen, woher ich jetzt Wasser kriege. Ich habe Durst, helfen Sie mir bitte. Sie haben Durst? Gut, dass ich die Anruf der Herr Carsten... Herr Weiß, was denn? Was? Hallo, ich habe Durst, die Penner! Oh gut, Entschuldigung. Es sollte mich jetzt keiner da, alles gut. Was soll das denn jetzt? Was war das? Warte eine Sekunde. Frau Barnes, wo sind Sie denn? Herr Weiß, können Sie mal bitte aufhören, den mal aufzulegen? Ich bin, ähm, ich sage Ihnen sofort, wo ich bin. Sind Sie bereit? Ja, sagen Sie doch einfach, wo Sie sind. Wie sind Sie bereit? Ich bin in der Nähe... Ja, ich muss ja erst mal... Herr Weiß, ich kenne mich hier doch gar nicht aus, das wissen Sie doch. Verdammt. Ähm, ich bin in der Nähe vom Department of Labor. In der Nähe vom Department of Labor? Flavor, ja. Sie wollen jetzt von mir ein Wasser haben, oder was? Herr Weiß, ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich fahre hier die ganze Zeit rum, um mir die Stadt ein bisschen einzuprägen, wissen Sie? Wie Sie fahren rum, Sie haben doch gar keinen R-Auto-Führerschein. Ich habe ein Fahrrad von Frau Connens gekriegt. Ach so. Ich werde es dir abkaufen, also ich... Hören Sie, der Herr Carsten, der Herr Carsten ist heute mal wieder am Reiben, wissen Sie? Der hat auch ein Kissen die ganze Zeit zwischen seinen Schenkel. Kennen Sie zufälligerweise... Kennen Sie zufälligerweise... Kennen Sie zufälligerweise... Kennen Sie zufälligerweise... Eine Dame, die günstig ist? Nein, Herr Weiß, wieso sollte ich die denn kennen? Schatz, feuert! MD! Was denn der... Dennis, ich habe Durst! Oh Gott, schon wieder Scheiß, Entschuldigung. Oh mein Gott, was für ein Mixer einfach! Was für ein Arsch! Oh Gott! Ich hasse ihn so sehr, ne? Oh Gott, warte. Okay, Scheiße, Herr Weiß, ich habe wirklich Durst. Würden Sie mir etwas zu trinken... Ne, warte mal, warte mal, warte mal, das hinterher hat das nicht, ähm... Könnten Sie mir vielleicht bei Gelegenheit zeigen, wo man etwas zu trinken in der Nähe des Stadtparks bekommt? So. Es ist die Qual mit dem verwandt zu sein, es ist einfach eine Qual. Ich hätte ihn denn als Baby, ich bin ja die ältere Schwester, ich hätte ihn als Baby wirklich fallen lassen sollen. Vielleicht habe ich sogar das wieder einiges erklären. Entschuldigung, aber ist einfach so. Wir sind so von Grund auf verschieden. Ich habe das Gefühl, der wird einfach auch nicht erwachsen. So. Ich hingegen bin natürlich sehr erwachsen. Ah, ja. Idiot. Penner. Arschloch. Er wird auch nicht antworten. Das ist doch ein Arschloch, ey. Nee, aber auf jeden Fall hat der Dennis mich ausgetrickst. Der wollte die ganze Zeit, dass ich RP spiele. Meinte, ich bin Eventcharakter. Hat dann die Sache mit Bob gemacht. Ist gestorben. Was, glaube ich, nicht so geplant war. Also, denke ich. Wobei, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Ähm, ja. Jetzt hänge ich hier. So ist das passiert. Dann war ich da. Ohne Vorbereitung. Guten Tag. So, hier. Aber liebt ihn doch. Nein. Ich muss ihn mögen. Er ist mein Bruder. Was? Komisch. Er, sie meint, ihr seid euch mega ähnlich. Wir sind von Grund auf verschieden. Glaubt mir. Wir haben bestimmt so einige Eigenarten, die ähnlich sind. Wir sind auch gemeinsam aufgewachsen. Aber wir sind von Grund auf verschiedene Persönlichkeiten. Ich will mich auch beleidigen. nicht. Ist mir wirklich richtig beleidigt. Heute kann man sich auch so ein Familien nicht. Ja. Der Pinne. Nein. Nicht irgendwelche, wenn irgendwas ist oder ich stecke irgendwo und brauche Hilfe, ist der Dennis auch sofort immer da. Wie das ist mit den Reifen von Eriks Wagen. Der Dennis fährt ja so gerne. Ich sehe bestimmt was. Der ist ja auch ganz früh hier hingefahren und hat mir damit geholfen. Leider hat wegen Corona da die Werkstatt zugehabt, was ich wirklich nicht wissen konnte. Du bist beleuchtet, ist hier trinken. Nein, schade. Oh, jetzt blinkt er schon. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, es blinkt. Alles gut. Ich kriege das hin. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, kurze Frage. Wenn ich jetzt irgendwie zusammenbrechen sollte, dann müsste ich doch ins MD und das ist ja, wie ich jetzt von Frau Collins gerade gehört habe, nicht so gut gerade, oder? Oh, verdammt. Stirbst du dann? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, ob ich sterbe. Sterbe ich dann? Dann gehe ich jetzt pennen. Frau Collins ist bestimmt schon schlafen, die brauche ich auch nicht zu fragen. Ich muss sowieso jetzt einfach zurück zum Hotel. Ich weiß nicht, ob der Penner noch da ist, ey. Oh, du bist so ein Arschloch. Wisst du das? Ja, Frau Barnes? Herr Weiß, ich habe ein wirklich großes Problem. Ja, welches denn? Es flimmert leicht vor meinen Augen, wissen Sie? Ja, wo sind Sie denn? Ich fahre jetzt zum PD. Ich hoffe, ich komme noch an. Sind Sie da? Wo sind Sie denn gerade? Wo sind Sie gerade im Moment? Ich kann sie nicht sagen, Herr Weiß. Bei Rockford, bei Rockford, ähm... Rockford Plaza, ja, ich bin beim Rockford Plaza. Hotel? Was denn jetzt? Hotel oder Plaza? Beim Hotel. Beim Hotel, Herr Weiß. Was ist denn das Rockford Hotel? Sie kennen sich anscheinend auch nicht so gut hier aus, oder? Hey, Carsten, wissen Sie, was das Rockford Hotel ist? Ich bin in der Nähe des PDs. Ich fahre zum PD. Okay, dann sagen Sie jemanden... Ja, dann... Ja. Okay, alles klar, ja? Okay, bis dann. Wo sind Sie denn? Mann, ich kenne mich hier nicht aus, sondern auf der Scheiße. Oh Gott. Okay, warte, 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 alles gut, alles gut. Komm, da kommt schon ein Helikopter und holt mich ab. Ja, du hast du es, du solltest dich jetzt nicht so verausführen. Alles gut, ich schaffe das noch. Man muss einfach nur an sich glauben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Vom Blinken bis zum Umfallen. Guck mal, da sind wir doch schon da. Okay, Fahrrad ist sehr geil. Ich bin sehr froh, ein bisschen mobiler zu sein. Aber Collins, ich liebe dich so sehr. Ich trage sie mal hier im Taxi, immer so, Gott. So, da. Okay. Ich bin jetzt im PD, Herr Weiß. Können Sie? Okay, ich komme eben ins PD. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Jappel. Oh nein, das ist auch noch. Oh Gott. Ich, ich, Entschuldigung, nein, Sie können ruhig. Okay. Geh doch ins Restaurant hoch, da ist keiner. Ich war doch gerade noch mit Melody hier, da ist keiner. Wir haben 0 Uhr 28, natürlich ist da keiner. Ich muss sagen, der Dennis hat mich zuerst die ganze Zeit angerufen und ich habe dann erwähnt, dass ich Durst habe. Ich glaube, es ist legit. Das Blöde ist, wenn, jetzt mal RP-technisch, wenn der Dennis zum Beispiel irgendwie jetzt gerade mit dem Anruf, äh, können Sie eine leichte Frau bla bla bla, ne, man weiß ja genau, was das mit gemeint ist. Ich kann mich nirgends so beschweren, weil der Dennis halt der Schief ist. Das ist sehr schwierig. Geht der Wasserspinder? Ich kann es mir nicht vorstellen, sonst würden doch hier die ganze Zeit Leute hängen. Hm. Ich bin jetzt selber auf Echtzeit, ja. Ja. 0 Uhr 24. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, ich weiß halt wirklich nicht, ich glaube, das darf ich im Chat fragen, liebe Motz. Stirbt man, wenn man jetzt irgendwie, äh, halb vor Durst, beziehungsweise ganz vor Durst, hier auf dem Server? Ich kann es mir nicht vorstellen. Zumindest habe ich das noch nicht mitgekriegt. Dieser Automatisträger hat ein bisschen, Leute, ich glaube nicht, ich bin so viel Fahrrad gefahren, ich habe so einen Durst. Ja, man. Herr Carsten. Ja. Ich helfe Ihnen. Carsten, geh dir doch erst mal was zu trinken. Ja, ich sollte vielleicht erst mal was trinken. Meinten Sie? Wird ja immer heißer hier gerade. Hier, man, nehmen Sie. Carsten, also wenn du abgeranzte Frauen toll findest, dann ist das jetzt deine Chance. Okay, Herr Weiß, bei wem kann ich mich eigentlich über Sie beschweren? Bei mir, natürlich bei mir. Der Carsten gibt das dann dem Chief weiter. Mir. Und der wird dann Maßnahmen einleiten. Das klappt immer sehr gut. Dann ziehen Sie dem mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch. Wir wollten das nie wieder tun, deswegen nein. Das hat er einmal versucht mit Handschuhen, aber ich sage, seitdem er läuft, dann kommt. Ist der Stock drin geblieben? Ja, nee, der sagt dann immer, steck wieder rein, ach nee, doch wieder raus, nee, immer hin und her, höh und heute bis jetzt habe ich keine Lust. Ach, Weiß am Spieß, ich verstehe. Ja, ja, da wird es irgendwie auch so ein bisschen benutzt, ne? Was haben Sie denn heute Abend so gemacht, ne? Ja, also gerade bin ich eine ganze Weile Fahrrad gefahren. Ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich mobil. Ja, Herr Weiß, kennen Sie gar nicht, nur sollten Sie mal machen, dann wären Sie vielleicht so. Ich hoffe, Sie erwischen mal ein Schlagloch. Das ist aber nicht nett, Herr Weiß, das verstehe ich nicht, wieso Sie immer so unfreundlich sind. Ja. Ich glaube, ich habe noch ein Stück von Ihrer Torte im Hotel, das sollte ich vielleicht gleich mal essen. Ne, was hat, brauchen Sie doch was zu essen. Ja, jetzt muss er es sagen, wäre schon ganz wohl. Herr Carsten? Ach, jetzt lassen Sie das doch nicht über den Herr Carsten machen. Aber der Herr Carsten ist ein Gentleman. Ja, stimmt schon. Das stimmt, ne, hier, sehen Sie, selbst gekauft. lecker. Und danke wäre auch geil. Vielen, vielen Dank. Ja, müssen Sie doch nicht bedanken. Das ist doch nicht nötig. Du meinst, mein Hunger hat er aus mir gesprochen. Alles gut, Frau Barnes. Tyler, Frau Tyler ist es. Ach, Frau Tyler, Sie haben schon geheiratet? Nein. Kommt jetzt, oder? Ja, also ist das noch nicht Frau Tyler, erzähl doch kein Platsch. Ich bin noch Frau Barnes. Wollen Sie auch Frau Barnes bleiben? Wieso sollte ich, wieso sollte ich, warum fangen Sie das eigentlich die ganze Zeit, Herr Weiß? Ich habe eine Information über sie. Ich wurde beauftragt von Homeland. Ja? Wollen Sie? Ja. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mir vielleicht nichts Gutes. Ich will Ihnen nichts Gutes. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich das glauben soll, was Sie mir gerade gesagt haben. Tja, wie gesagt, glauben Sie, was Sie wollen. Wissen Sie, eine interessante Frage, Herr Carsten, findest du eigentlich auch, dass Eddie manchmal zwei Persönlichkeiten hat, manchmal sehr gefasst und manchmal ziemlich dümmlich? Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, welche Seite zeigt er Ihnen? Naja, eigentlich nur die nette Seite, wenn es zwei Seiten gibt, Leute. Die dümmliche Seite, ja? Also dieses Halung und Chusen. Das finde ich jetzt aber blöd. Eddie ist genauso klug wie ich. Ja, das ist, dann ist die Masse, hat er ja sehr hoch gelegt. Ja. Dann ist Eddie tatsächlich sehr klug. Ein Kondiment, oder? Haben Sie, fliegen Sie eigentlich oft zur ISS als Astronautin? Okay, Herr Weiß, was soll das wieder? Ich frage nur, weil Sie sind ja eine kluge Frau. Ich habe Astronomität studiert. Was haben Sie, was war Ihre Kernaufgabe da? Was mussten Sie da so machen? Sterne zählen. Und wie viele haben Sie schon gezählt? Ich habe immer 1000 Sterne gezählt und dann habe ich Geld dafür bekommen. Von wem? Von dem Professor. Genau. Von welchem Professor? Das war mein Professor. Ich hatte auch eine Arbeitskleidung, die ich dabei tragen sollte. Und wie sah die aus? Naja, mir war immer so kalt da drin. Aber wenn ich Sterne dann fertig gezählt habe, wissen Sie, ich musste da immer, da war so ein Teleskop. Mussten Sie dann alles immer in ein schwarzes Loch, mussten Sie alles immer in ein schwarzes Loch dann fügen? Nein, schwarze Löcher, was ist das? Das kenne ich überhaupt gar nicht. Das Ozonloch. Ich musste immer hoch, eine Leiter und da oben war dann das Teleskop. Und da musste ich da die Sterne zählen. War da ein Teleskop von dem Professor? Ich weiß überhaupt gar nicht, was sie meinen. War das ein sehr großes Teleskop? Oder eher? Ja, es war ein sehr großes Teleskop. Ja, das ist schön. Wie hieß denn ihr Professor? Professor Oktenhövel. Was? Professor Oktenhövel. Okten. Ich habe ja verstanden, Profes, Fister, also ich... Nein, das war ich nicht mehr. Was? Bitte? Ja, Carsten, wenn du mal wieder Handpuppe spielen willst, brauchst du nicht mal den Mund dabei bewegen. Herr Weiß, das finde ich aber immer unhöflich, dass sie sowas sagen, wenn ich dabei bin. Tut mir leid. Aber vielen Dank für das Trinken. Ja, was... Warum arbeiten Sie ja nicht beim Herrn Knussmann? Ich habe doch gesagt, ich möchte erst mal noch keinen Job. Aber ich habe jetzt ein paar Angebote und vielleicht werde ich dann später eins davon eingehen. Und was für Angebote? Na ja, vom Taxi-Unternehmen. Aber ich glaube, das hat sich erst mal erledigt. Dann hatte ich von... von der Putzfirma... Ja. Dreck und weg? Dreck und weg, genau. Ja. Na ja, jetzt... Ich glaube, beim Knussmann wird es vielleicht auch funktionieren. Ich mag nämlich Würste. Ich kenne mich gut damit aus. Weißt du, Jerry? Mag er auch Würste? Ja. Herr Carsten ist ein Wurz-Spezialist, wissen Sie? Der weiß immer, wie... Ja. Oh! Ja, das hört sich doch ganz gut an. Warum arbeiten Sie nicht beim Knussmann? Ist die Polizei so toll? Nein, ich sehe, Herr Weiß. Herr Carsten. Huch. Tja. Äh... Ich habe hier mit genug Würste zu tun. Herr Carsten hatte immer den Drachen voll, wissen Sie? Ja, eben hatte ich die Schnauze voll und die Nase. Die Schnauze und die Nase. Ja, das kenne ich, Herr Carsten. Ja, ne? Sie sollten dann nichts mehr mit so Leuten zu tun haben. Nee, nee, nee. Pass ich schon auf. Deswegen bin ich hier beim Chief sehr gut aufgehoben. Ja. Der lässt mich zur Zeit ja auch in Ruhe, ja. Ich kann auch mal in der Nacht durchschlafen. Ja. Ich habe gehört, der war sehr betrunken bei der Party. Was? Sie doch auch. Erzählt sowas. Naja, ich... Sie doch genauso. Ich weiß nicht, erinnere mich nicht mehr an so viel. Und Melody hat mir heute viel erzählt, was da so passiert ist. Herr Skinner, wie kann ich Ihnen helfen? Melody. Melody, ja. Woher kennen Sie die? Ja. Ich habe sie am Pier getroffen. Sie ist das seit kurzem in der Stadt. Oh. Er hat immer in Böse geguckt. Oh, wirklich? Ja, fand ich schon. Die stand immer am Rand, hat alle Böse angeguckt. Da habe ich schon Angst bekommen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die hat sich heute auch sehr nett mit Helmus-Kera unterhalten. Ah, okay. Ich glaube, er hat sie angeflirtet. Da war ich ein bisschen neidisch. Ja, der flirtet aber auch alle an, ne? Sie auch. Wie mich? Ob der mich anflirtet? Ja. Ich meine, wie ist das denn so beim Helmus-Kera? Ist das eher so der Damenwelt oder der Männerwelt zugetan? Ähm, ich glaube eher der Männerwelt tatsächlich. Sagen Sie aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sagen Sie, das hat der Herr Weiß gesagt. Oh, okay. Ja, okay, gut. Perfekt. Also ja, dann merke ich mir. Ja, deswegen hat er auch so eine weibische Frisur. Wir müssen doch kurz zum SD, weil tatsächlich wartet da jemand auf Sie. Ich habe gerade den Anruf bekommen. Beim SD? Sheriff Department, ja. Okay. Dann mal los. Wer weiß, sind Sie sich sicher? Ja. Aber Eddie meinte, ich soll, das ist doch im Norden, oder? Ja. SD, Sheriff Department. Zum Herr Howdy. Genau. Sehr gut. Ganz lieber. Ja, ganz lieber der Skinner. Was will der denn in der Skinner? Irgendwas mit E.T. hat er gesagt. E.T., okay. E.T., okay. Achso, ich dachte, ich dachte, ich habe einen Außerirdischen wieder gelandet. Ist ja oft in der Wüste. Ja, ja. Jetzt mal beim SD war ich sehr, ach, da unten steht unser Auto, da war ich sehr erschrocken. Ja, das ist schon irgendwie angedeutet. Ich muss sogar ein bisschen aufpassen, für mich. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Und ich will auch nicht wissen, was dieses Madison Ding ist. Gibt's ein Gesetz? Ähm. Oh, gute Nacht. Oh, gute Nacht, Dremo. Wir gehen mal zum SD. Gute Nacht. Es wird ja noch einer zu schlafen gehen. Und was, warum kommt die Frau Barks mit? Das freu' ich auch. Der Herr Skinner möchte gerne ein klärendes Gespräch mit Frau Barks führen über ihre Zukunft in Los Santos. Oh nein. Der ist ja dafür, der hat ja so ein ruhiges Händchen. Hab ich den etwa auch angemacht auf der Party? Ja, das war schon fast. Ja, also der Skinner ist nur noch, ist ohne Hose, glaub man, hat es nur noch mit Roma. Ja, und immer ihren Namen gesagt. Was war denn da los? Also ich hab immer gehört, ich glaube, dass der Temelodie mir erzählt. Sie hat nur gesagt, ich war ein bisschen flirty. Bisschen flirty. Ja, aber sie meinte, ich hätte viel mit meinen Verloppen geflirtet. Ich glaub, das ist okay, oder? Solang der es nicht mitkriegt, ne? Ne, Quatsch. Ne, das ist okay. Ja, grundsätzlich. Ich fand heiraten sie denn. Gibt es einen Termin? Nein, es gibt noch keinen Termin. Bei dem Spektakkel will ich auch gerne dabei. So sollten sie schnell machen, dann können sie noch erben, wenn er aufs geht. Oh, das ist aber gemein. Aber ich hab schon überlegt, wie ich dann in Wohnung schüttel. Also könntest du das MD mal, das SD mal bitte auf den schnellsten Weg in unseren Navi hauen? Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber das wird den schnellsten Weg nehmen. Ja, der schnellste Weg ist. Vielleicht der kürzeste, aber nicht der schnellste. Warten sie, Sir. Jawohl, Sir. Danke, Sir. Ja, steht zu Diensten. Sir. Ja, was ist das? Frau Barnes, ich glaube, ich hätte eine Möglichkeit, wie sie aus dem ganzen Dreck rauskommen können. Sie müssen Social Media Star werden. Da sehe ich sie. Oh, da sehe ich mich aber auch. Von der Funflasche, Flaschensammlerin zur erfolgreichsten Influencer in Los Santos. Oh, das hat man aber schon ganz oft gehört. Das soll ja klappen. Ja. Wir arbeiten ja auch nicht richtig, die Schweine. Ja, das stimmt. Ich habe auch gehört, das ist richtig so, die Säue. Scheiß Tag ab und die machen da ein paar Fotos und kriegen tausende Dollars. Naja, wir leben leider in so einer Welt, Herr Weiß. Na, Jerry? Ja. Wie ist das denn? Ja, was ist die Funzerin würde ich mich wirklich sehen? Ja, würden Sie für alles Werbung machen? Ja, am Anfang bestimmt. Wenn das Geld stimmt, ne? Ja, man kann sich das ja nicht aussuchen, am Anfang, oder? Ja, würde ich auch machen, glaube ich. Dann würde ich sagen, es ist super toll. Hier, guck mal, das Produkt ist super. Wow. Ist ja egal, wenn man beißt vor der Kamera rein, dann, wenn die ausgespuckt, man es aus, hauptsächlich das Geld stimmt, ne? Ja. Ja, natürlich. Man fühlt sich was an, irgendwelche Energy-Dienste. Ja, ich habe schon mal gehört, dass das der andere gemacht hat. Echt? Ja, aber ja. Er hat anstatt Energy-Drink einen Kaster genommen? Ja. Wer war das? Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. War der Energy-Drink aber scheiße. Vielleicht war der auch gut, der mochte nur keine. Ich habe keine Ahnung. Das würde ich nicht machen. Das tut man ja auch irgendwie, ne? Aber man kann sehr schnell sehr viel Geld damit verdienen. Echt? Kennen Sie aus? Boah. Woher wissen Sie das alles, Ma'am? Haben Sie irgendwie damit schon was zu tun gehabt? Weil anscheinend war es ja nicht erfolgreich. Eine Freundin von mir, die leider noch in Kentucky wohnt. Rachel. Ja, ich weiß nicht. Rachel. Die ist Model und die macht ja ganz viele Sachen auf Instagram. Die macht auch ein paar Filme. Habt ihr ab und zu besucht? Was ist denn Instagram? Und? Ich meine, oh, Entschuldigung, ich bin so eine Partner, ich meine, es stimmt, ich bin so ein Venturegram. Ah, dann suche ich mal Rage. Und kommt die auch noch das ist ein bisschen? Ich kann Ihnen leider nicht den Nachnamen sagen. Das wurde mir nicht erlaubt. Das wurde Ihnen nicht erlaubt? Nein, ich sag, dass Sie sind ein sehr bekanntes Model. Wenn es jetzt ein Polizeivorhör wäre? Ist es ja zum Glück nicht. Du kannst dann einfach die Rechte vorlegen. Sie haben das Recht zu schweigen. So. Okay, ich mach mal ich noch vom Gebrauch. Nee, aber eigentlich sollten Sie alles sagen. Wenn Sie schweigen, sperren wir Sie ein. Herr Carsten, sperren Sie mich dann ein? Natürlich. Das ist auch ein Gebäudehaft, man. Oh. Das hört sich gut an. Ja, ne? Gute Nacht. Da habe ich auch viel Spaß in der Nacht. Herr Buske. Ja. Oh Gott, das ist so so furchtbar. Ich weiß euch. Was? Er relegiert halt auch immer drauf ein. Oh, du bist im Übel. Hast was du haltches gegessen. Was ist los? Ja. Warns? Ja. Er weiß. Ja. Hallo. Abend. Der Skinner, der wartet jetzt bei Jungsi, ja? Wolltest du Spinner sagen? Ja, da bin ich mal gespannt, wie ich hier zurückkomme. Ich wollte nämlich eigentlich gerade schlafen gehen. Ja, der Bus fährt ja alle zwei Stunden. Was ist denn die Postkutsche? Ja, die würde ich eher hier erwarten. Ja, aber die kommt auch nur einmal die Woche. Haben Sie jetzt eine Wohnung? Ich habe immer noch ein Hotelzimmer, das ich bezahle. Ja, da würde ich auch gleich wieder hingehen. Wie kommen Sie denn vom Norden dahin? Ja, das frage ich mich gerade auch. Linie 1. Aha. Aha. That's my shit. Witzst du, Jerry? Äh, äh, ja, was sagt man denn dann? Hä? Das ist der Songtext nicht aus. Ja, was ist das für ein Song? Nehmen wir mal an, ich müsste den Bus nehmen. Wie teuer wäre das denn ungefähr bis zur Stadt? 34 Dollar. Oh, das geht ja. Ist nicht so scheiße teuer wie das Taxi. Ja, die Fahrt kostet ja jetzt auch 250. Mit dem Taxi. Nee, hier jetzt und diese Fahrt hier gerade. Wir nehmen natürlich Geld. Oh Gott, kann ich stattdessen lieber Teller waschen? Nee. Oh, sie hat doch bestimmt eine Küche im PD. Na, dann machen Sie das beim Knustmann, dann verdienen Sie mal richtig gutes Geld. Manchmal habe ich das Gefühl, warum ich mit der Krustmann verkuppeln. Verkuppeln? Nein. Der Name fällt heute so oft. Ist schon ein netter, äh, Single-Mann, oder? Er ist nicht so wirklich mein Typ. Er ist sehr, sehr ernst. Ich habe zwar so, ich, nicht, dass ich es versucht hätte, aber er ist sehr, sehr ernst. Versteht schon der Perver... äh, der Hess, genau. Geil. Seien Sie aus, Mann. Ich habe wieder so Geräusche gehört. Okay. Carsten, komm, schnell weg hier. Was? Hey. Eskene, hallo. Howdy. Wie geht's Ihnen, Lady? Ich bin ganz sehr verwirrt. Warum soll ich hier hinkommen? Was für Geräusche? Was ist hier los? Ach, eigentlich wollte ich den Chief nur ein bisschen Angst machen, damit er nicht rumnervt hier. Okay. Und warum bin ich hier? Ähm. Ja, warum sind Sie hier? Beantworten Sie mir doch die Frage. Das geht doch. Ich glaube es einfach nicht. Mir geht es gut. Ich wollte gerade schlafen gehen, dann haben die beiden mich eingepackt und gesagt, sie wollten unbedingt mit mir reden. Ja, und jetzt? Naja, wäre ich nicht verlobt, würde ich sagen. Ich wüsste, was wir jetzt machen, aber es geht leider nicht. Nein. Nein. Aber ich hoffe dennoch, dass ich Ihnen vielleicht was Gutes tun kann. Kommen Sie. Okay. Bitte schön, Lady. Dankeschön. Der Chief ist ein richtiges Arschloch. Entschuldigung, ich wollte es nicht sagen, aber... Ach. Jeder hat seine Meinung, richtig? Ja. Okay. Hm. Sind Sie von der süßen Sorte? Also... Wie sind Sie das? Also, ähm... Na, ich meine Essens-Technisch. Es ist Kinder. Entschuldigung. Ja, ich glaube schon. Okay. Hilf mir. Das ist so eine Arschloch. Hey, Lady. Möchten Sie ein Sprunk? Möchten Sie ein alkoholfreies Bier? Oder möchten Sie einen ACE-Saft haben? Mit viel Vitaminen. Oh, ein ACE-Saft klingt super. Okay. Alter. Ich hätte auch noch einen Käpt'n Buttermilch da. Oh, davon kriege ich Magenprobleme. Verstehe ich. Na, muss man so pupsen, das ist nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Dann würde ich hier noch den Collins machen. Wie das bei mir in Jamie dabei so ist. Ich glaube, Toilette den Collins machen. So. Dann einmal... ...schenke ich Ihnen zwei. Oh, vielen Dank, Sie schicken mir an, dauernd so viel. Das ist so lieb. Dann bekommen Sie noch einen guten Donut. Oh, Dankeschön. Und wenn es Ihnen mal schlecht geht, ja? Ja. Dann essen Sie das hier. Oh, es geht also. Sie sind so lieb. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wie geht's, Eddie? Ich glaube, der hat heute sehr viel geschlafen. Okay. Er hat mich noch nicht gemeldet. Ah, ich verstehe. Ja, er hatte gestern einen Leichenunfall und musste Schmerztropfen nehmen. Doch, ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, ich denke schon. Er schläft einfach durch, genauso wie ich manchmal. Warum sind Sie denn nicht bei ihm und pflegen ihn? Ich brauchte ein Fahrrad, deswegen habe ich mich heute darum gekümmert. Ich glaube nicht, dass ihm was passiert. Er ist am sichersten da, wo er jetzt gerade ist. Okay, ich verstehe. Ja. Herr Skinner, sind Sie wirklich hier immer ganz alleine? Ist das nicht sehr gefährlich? Nein, außerdem weiß ich ja auf mich aufzupassen und auf andere. Ja, das stimmt. Aber ist es nicht manchmal einsam? Auch nicht. Wissen Sie, wenn der Ärger nicht zu Ihnen kommt, dann fahre ich einfach zum Ärger. Oh, gibt's hier sehr viel Ärger im Norden? Hm, das geht. Wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, mein Fahrrad ist am Piddy. Ich hasse weiter weiß manchmal. Ach, das macht nichts. Ich kann Sie ja auch noch fahren. Das ist kein Problem. Okay. Wenn es dann möglich ist. Der hat mir heute ganz komische Sachen gesagt. Ich bin wirklich sehr, sehr verwirrt. Okay. Kommen Sie. Machen wir einen Spaziergang draußen in der frischen Luft. Dann ist es hier nicht so drückend für Sie. Ah, Dankeschön. Äh, Florence hat mir das mit dem Unfall geschrieben. Daher weiß ich Ariane. Ich mach Ihnen die Tür auf. Dankeschön. Sehr gern. Das heißt doch jetzt eine Frage, habe ich. Das heißt doch jetzt Ariane und nicht Arane, oder? Ja, ich heiße Ariane, aber ich bin es mittlerweile gewohnt, dass Leute Arane sagen. Kann ich Ari sein? Gerne, natürlich. Hört sich gut an. Ja, finde ich auch. Und entschuldigt Sie mein Outfit. Ich bin, ähm, ein bisschen gemütlich unterwegs zur Zeit. Finde ich völlig in Ordnung. Und zumindest haben Sie jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Sitzpositionen zu kämpfen, bei denen man zu viel sehen kann. Oh nein. Oh Gott, ich habe immer noch einen Filmriss. Ist das irgendwas wegen der Party? Ähm, nein. Sie hatten einfach nur ein kurzes Kleid an und sagten, dass Sie sich, ähm, ja, nicht setzen können, ohne unschicklich zu sein. Und daraufhin habe ich Ihnen ein Hemd gegeben, damit Sie das auch drüberlegen können und Ihnen nicht jeder zwischen die Beine lasst. Oh, Herr Skinder. Das ist so lieb von Ihnen. Vielen Dank. Na ja. Ich war ein bisschen zu sehr betrogen. Ach, das habe ich gemerkt. Das macht nichts. Ich hoffe, ich habe mich nicht daneben genommen. Oh, Herr Skinder, Sie müssen mir ganz ehrlich sagen, habe ich Sie etwa angemacht? Sie haben mir gut zugesprochen. Oh mein Gott, es tut mir leid. Das muss es nicht. Ich habe heute von ein paar Leuten gehört, dass sich das getan haben soll. Es ist mir wirklich sehr peinlich. Das muss nicht peinlich sein. Wissen Sie, ich, äh, ich bin ja ehrlich, wissen Sie, ich flotte ja auch mal ganz gern. Aber ich weiß, wann ich auch wieder aufzuhören habe, beziehungsweise wo die Linie ist. Und, äh, ich respektiere Ihnen. Und ich respektiere Sie. Und ich finde, ich denke, Sie zwei machen das schon. Ja, das glaube ich auch. Ach, Sie haben mir direkt einen Supermarkt. Ja, noch nicht ganz. Das ist hier, das hier soll ein Wochenmarkt werden. Der ist im Aufbau. Oh, das ist aber schön. Und, äh, dort wollen dann, soll es dann mal ein Festival eingeben. Bei dem hier das ganze Dorf und auch in der Umgebung die Leute hierher kommen können und feiern können. Oh, wie schön. Das soll es die Sachen umsonst geben. Ja, das soll nichts kosten. Die Bauern, also hier gerade Wilson und, ähm, dann noch Gläs. Das sind so die Großfarmer hier in der Ecke in Braveseed. Haben die auch die Anzeige aufgegeben bei Venture? Das kann sein. Die liefern auf jeden Fall auch die, ähm, ich weiß nicht, welche Anzeige Sie meinen. Ach so, okay. Die liefern auf jeden Fall auch die Erzeugnisse dann nicht mehr. Und die wollen das wirklich den Leuten umsonst geben? Ähm, ja, das war so geplant. Ob es so jetzt kommt, muss ich noch klären. Ach, das ist ja lieb. Also hier sind die Menschen anscheinend ganz anders als unten in der Stadt. Ähm, verzeihen Sie mich bitte. Ich habe gesagt, hier sind die Menschen ja wirklich ganz anders als unten in der Stadt. Ja, das stimmt. Wir sind halt einfach, ne. Es ist wie eine Familie. Man versucht aber auch ein bisschen aufeinander aufzupassen. Ja, ja, das ist ja in der Stadt alles ein bisschen abgekühlter. Wir versuchen auch immer ein Auge drauf zu haben, wer hier noch so dazu zieht. Und ob die Leute Unruhe bringen oder nicht. Ach, ja, das ist ja auch wichtig. Das stimmt. Und so, hier haben wir noch unseren Schönen 24-7. Der hat so gut wie alles Mögliche. Ja. Ich habe gerade tatsächlich lange einen gesucht mit dem Fahrrad und in der Stadt keinen gefunden. Oh, ja, da kann man sich ziemlich verfahren. Ja. Ich glaube, irgendwann markiere ich mir das mal auf der Karte. Ja, das ist eine gute Idee. Haben Sie denn immer so ein, wie nennt es, ach, ich kenne mich mit diesen IT, diesen Computer, Social Media nicht aus. Also, lässt sich denn da irgendwie was eingeben in dem Handy, sodass man immer weiß, wo man hin muss? Na, ich hatte erst überlegt, ob ich das hier mit meiner Karte mache. Einfach handschriftlich. Ah, okay. Ja. Und hier wohnen also die Leute. Das ist schön ruhig. Okay. Hatten Sie schon mal einen richtig großen Einsatz hier? Im Norden, meinen Sie insgesamt? Insgesamt, genau. Ja, zwei. War sehr schlimm. Ach, nichts, was man nicht beherrschbar machen könnte. Waren Sie schon mal in Gefahr? Ja. Oh je. Aber offensichtlich noch mal alles gut gegangen. Naja, wissen Sie, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, Sie sind wirklich ein sehr ruhiger, gechillter Mensch. Das soll auch so sein. Schließlich bringt das nichts, wenn ich als nervöser Hoppelhase irgendeine Leute anquatsche. Naja. Sehen Sie, ich wollte Ihnen mein Haus zeigen. Dort ist mein Credo direkt an der Wand. Oh, howdy, Stranger. Da weiß man direkt, wer hier wohnt. Ganz genau. Oh, das ist aber ein außergewöhnliches Gebäude. Ja, dieses Windrad hier, das ist, naja, ich versuche mich da in einer Konstruktion, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Handwerk ein bisschen betätige. Ja. Und ich versuche damit die Stromerzeugung, naja, selbst zu schaffen. Das ist ja faszinierend. Ah, verzeihen Sie ganz kurz, Telefon. Ähm, was ist das denn für eine ellenlange Nachricht? So eine Scheiße, es ist so viel zu lang, das hat mehr als, das sind mehr als 20 Zeichen, da brauche ich ja, das ist ja zeitraubend. Was ist denn, ach, ist das süß? Ach, ist das nur wie der Schnorrer wegen dem Verwahrhof. Mein Gott. Okay. Okay. Ich will mich das noch ein bisschen gerne angucken, das ist ja... Ich kann Sie hier, kommen Sie. Ja, gerne, gerne. Ich will nicht mit Ihnen reingehen, ich führe Sie einfach draußen rum. Das ist ja der Blumen, das ist ja so doof. Ja, hier ist noch fleißig, bitte nicht erschrecken, da könnte auch dumme Gedanken kommen, wenn man diese Grube hier sieht. Oh ja. Ähm, das, das liegt daran, dass ich, äh, ich brauche immer wieder ein bisschen Sand für den Beton, wenn ich den anlutsche. Und, naja, da müssen die Ziegel gesetzt werden. Dazu nügt es dann nicht Ihre Leichen drin, die Sie hier, äh, ja, verwahren. Ja, richtig. Nein, das sind keine Leichen. Okay, aber Herr Skinner. Ja. Da vorne steht Auerhaus. Wurde hier noch jemand? Nein, das ist ja schon verglichen, das war noch vom Vorbesitzer, das habe ich nicht abgekratzt bekommen. Da bin ich, ne, ich zeige Ihnen mal, also das ist jetzt quasi die letzte Stelle des Hauses, die er diese Front durchmachen muss. Ich zeige Ihnen mal die Rückseite, die ist ein bisschen besser. Oh, da bin ich mal gespannt. Oh, das ist ganz schön groß. Ja. Ja, hier, hier geht es gleich auf den Grillplatz raus. Da ist ein öffentlicher Grillplatz, falls man ganz viel Platz braucht. Oh, wie schön. Ja, kann man mit den Nachbarn so ein bisschen chillen, ja. Haben Sie noch was vor, mit dem Garten zu machen? Ja, habe ich schon. Da muss ich nur mal gucken, ob ich mal hier mit Gill and Olsen ein paar Mitarbeiter abschwatzen kann gegen ein paar Mettbrötchen oder so. Mal gucken. Es erinnert mich wirklich ein bisschen an Kentucky hier. Was ist das hier? Es erinnert mich wirklich ein bisschen an Kentucky. Da komme ich her. Okay, wo aus Kentucky? Aus Kentucky, Fred Schicken, aber das ist eine lange Geschichte. Ah, das kenne ich. Ich erzähle die später einmal. Okay, kein Problem. Da machen sich immer alle drüber lustig. Ich finde das gut. So, das ist noch mein zweites Auto, mein kleiner Rhapsody. Die mag ich hier in der Garage. Ach, Sie haben zwei Autos? Ja, ich habe noch einen Kalahari. Damit können wir nachher, Sie wollen, eine kleine Spritztour machen. Also, verstehen Sie, das ist ein Klatsch. Also, naja. Alles gut. Alles gut, Herr Schinner. Ja, die Garage hier beinhaltet das, was ein Mann braucht. Und Sie leben hier wirklich ganz alleine, Herr Schinner. Ich lebe hier momentan alleine, richtig. Ach, das hört sich ein bisschen einsam an. Hier ist schon ein bisschen ausgearbeitet. Hier kann man zumindest schon mal ein bisschen was machen. Mit Gästen. Wie groß ist denn das Grundstück? Das ist so riesig. Das gehört alles Ihnen. Ja, ich habe es gemietet. Mit dem Kaufen muss ich mal überlegen. Ja, schon, Sie müssen sich überlegen. Aber ich möchte es schon kaufen. Schließlich stecke ich da jetzt auch so viel Herzblut rein. Ja, und vor allem Geld. Das hier soll noch so eine, ja, mal gucken, so eine Anlegerwohnung werden. Mal schauen, ob das klappt. Ja. Aber vielleicht wird es auch einfach nur eine Hobbyräumlichkeit. Mal gucken. Das ist doch eine große Hobbyräumlichkeit. Naja. Wenn man viel repariert und viel Werkzeug hat, dann braucht man Platz. Wissen Sie, in Kentucky hätten wir da eine zehnköpfige Familie reinstecken können. Das wäre noch zu groß gewesen. Ich verstehe. Ja, da hatte man nicht so viel. Aber das... Ich bin auf einer Ranch groß geworden. Wir hatten Platz. Außer, außer meine Eltern haben mich zu dem fern in den Stall gesperrt. Aber warum das denn? Wenn ich mal frech war. Aber das ist länger her. Kommen Sie. Ich bin auf einer Ranch groß geworden. Ich finde es wirklich auch sehr schön. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt, obwohl ich das Haus zum ersten Mal sehe. Oh, das freut mich sehr. Ja. Und ist es wirklich nicht gefährlich hier? Ich habe immer gesagt bekommen, ich soll nicht in den Norden, zumindest nicht alleine. Naja, ich meine, wenn sie verloren gehen, wird es ein bisschen schwieriger mit der Suche. Aber normalerweise kennt der eine, kennt den anderen, der wiederum kennt den, und der wiederum kennt den anderen. Eskinder, gibt es hier wilde Tiere? Ja. Was sind so zum Beispiel? Koyoten zum Beispiel. Oh, ja die soll man ja nicht streichen. Ah, ich erzähle Ihnen da jetzt mal einen Trick. Okay. Wenn ein Koyote bei Ihnen da in der Nähe ist, und der guckt Sie an, Laugen fletscht die Zähne, und Sie sehen dann diese spitzen Eckzähne, dann machen Sie das. Dann müssen Sie sich so hinstellen, verstehen Sie? Ja. Und dann gucken Sie diesen Koyoten in die Augen. Also richtig aufbäumeln. Ja, richtig breit machen. Und dann müssen Sie dem in die Augen gucken. Sie dürfen nicht weggucken. Sie dürfen nicht blinzeln. Sie müssen ihm so lange in die Augen gucken, dass der Koyote als erstes blinzelt. Dann haben Sie gewonnen unseren Freundesleben. Oh, ich wollte gerade sagen, hat sich schon mal einer angegriffen? Nein. Hat es noch keiner probiert. Ach, ja dann ist ja gut. Das ist wirklich sehr groß hier. Und vor allem ist es eine vielfreie Fläche. Ja. Da hier wird ja auch ein bisschen Platz. Ja, richtig. Schön. Na egal, ob die... Ja, es ist egal, ob jetzt hier... Ach, das kenne ich noch gar nicht. Bin gespannt, was das wird. Ja. Vielleicht eine Schule. Wäre auch schön. Ach, gibt es hier noch keine Schule? Na ja, so ein altes, ranziges Gebäude. Oh, das ist ja schade. Ja, vielleicht kommt ja hier eine moderne Schule hin. Ja, mal gucken. Oder ein Tattoo-Studio. Ja, hier haben wir doch wirklich alles. Reicht doch. Na ja, es müssen nur die... Es müssen nur entsprechende fachkundige Kräfte hier sein. Also ein Tattoo-Laden, da gibt es noch keinen. Dann haben wir ja auch gleich hier einen Friseur. Da ist auch noch keiner da. Wäre schön, wenn sich da mal was ergeben würde. Ich bin mir sicher, wenn viele Leute oder mehr Leute vom Norden erfahren würden, wäre hier auch ganz schnell ganz viel Leben da drin. Okay. Kommen Sie, das hier ist ein Kalahari. Das ist mein anderes Auto hier. Oh, der sieht ja toll aus. Ja, der Vorteil von dem Auto, wissen Sie, das sieht so aus wie ein Safari-Auto. Ein Golf-Car. Ja, das stimmt. Gucken Sie mal in den Kofferraum. Moment. Sehen Sie mal, wie groß der ist. Da ist richtig Platz. Ja, da kann man auf jeden Fall richtig gut einkaufen. Und Dinge transportieren. Natürlich keine illegalen Dinge. Nur legale Dinge, Heskina. Natürlich. Ja. Ach, schön. So. Zwei Autos. Aber Heskina, sind Sie reich? Ich meine, eigenes Haus gemietet, aber eigenes Haus. Zwei Autos. Naja, ich spare. Naja. Trotzdem lebe ich momentan etwas sparsamer, da ich momentan noch auf ein Auto spare, auf eine Alley. Ein drittes Auto? Ja. Wenn ich das dann habe, dann bin ich zufrieden. Ja, Heskina. Ein Alley ist ein schönes Muscle-Car. Das wird jetzt zugegen dir passen. Das strahlt alles zu viel Männlichkeit aus. Ah, danke. Aber dieses Auto hier ist wirklich sehr passend für den Norden. Wollen Sie? Komm, wir fahren ein Stück. Oh, gerne. Ariane. Oder passen Sie auf, ich ziehe mich mal. Das ist etwas besser, als wenn ich hier mit Privatauto und Uniform fahre. Okay? Lassen Sie uns doch noch mal kurz reingehen. Okay. Okay. Nein, Ariane überdenkt keine Lebensentscheidungen. Was Ariane ist, ist halt eigentlich toll. Obwohl sie immer flirtet, ich will sie toll. Haben Sie hier noch Pferd? Was denn? Pferde. Oh, Pferde werden so toll. Ja, aber die sind so... Naja, wäre doch ein bisschen Kostspielig, das Ganze hier zu halten. Ja, aber sie hätten eine Pferdestreife. Sowas beeindruckt immer. Das stimmt. Wollen Sie auf einen bequemen Platz Platz nehmen? Ja, mache ich. Ich warte so lange. Ja, dann kommen Sie mit, das ist unbequem. Okay. Darf ich denn hier rein? Natürlich. Okay. Ist schließlich mein Laden hier. Also, ja. Außer der Chief hat das letzte Wort. Aber ansonsten habe ich das Wort hier. Wollte gerade sagen, eigentlich sind Sie doch hier der Chief. Ja. Hier können Sie auf dieser schönen Leder Couch Platz nehmen. Oh, danke schön, das mache ich mal direkt. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Ein bisschen eng, ich hoffe, Sie kommen durch. Ah, ich bin doch sportlich. Ja, das sind Sie wirklich. Oh Gott, das sind so viele Vorlagen. Ich muss halt voll aufpassen. Das sind so viele Vorlagen. Oh nein, die Couch, da ist es wieder. Die Casting-Couch. Herr Carsten, schreiben Sie wieder auf. Was habe ich da gesagt? Das war ein Film mit Ben Affleck, aber da waren Flecken, aber da war kein Ben. Entschuldigung, muss ich über meinen eigenen blöden Hitz lachen, ey. Nein, also ich hätte, also erstmal, ich weiß wirklich nicht, wie ich nach Hause komme. Ich hasse den Dennis. Ähm, ähm, äh, ja, aber ich würde Ariane auf jeden Fall, das wäre, das wäre super Arschwein. Also ich hätte gerne, dass Ariane, äh, zu Eddie hält. Weiß nicht, ob es umgekehrt zu sein wird, keine Ahnung, aber sie wird zu Eddie halten. Der Schwung mit Ben Affleck war auch der Oberhammer. Ich war danach einfach nur so, was ist hier oben los? Wo kommt das denn dort alles her? Ich habe mir gerade auch aufgeschrieben, Herr Oppenhöfe, mein Professor, was ist denn hier? Oh, flirten ist nicht fremdgehen, flirten ist fremdgehen. Für mich ist flirten definitiv fremdgehen, aber ja, hier gerade in dieser Welt in Arianes Ding, da sie will sich bessern, sie macht es immer weniger. Jetzt gerade ist es halt mal wieder voll viel, aber sie wird sich auf jeden Fall, es wird irgendwann gar nicht mehr passieren. Aber so privat ist für mich flirten auf jeden Fall fremdgehen. Hm, Ariane hat es zumindest eine Option. Glaubst du, Eddie und Ariane werden für immer zusammenbleiben? Ich weiß es nicht. Da bricht mir das Herz, wenn ich daran denke. Lügenbaron, ey. Okay, jetzt sind sie weit. Herr Skinner, das sieht richtig gut aus. Ich wünschte, ich hätte auch jetzt, naja, dementsprechend Kleidung. Ich hoffe, es ist okay. Ah, ich bin geehrt, dass sie mich begleiten. Das ist sehr lieb, danke schön, Herr Skinner. Kommen Sie. Dankeschön. So, ja. Ich trage mich noch hier aus, aus diesem Computer-Dings da. Okay, gut. Aber hier ist es ja fast wie ein Date mit Skinner jetzt, aber... Nein, Ariane, nein. Aber die Vorlagen sind richtig gut. Ich habe noch nicht gesehen. Die Vorlagen, er macht das so gut. Es ist so voll charmant. Weißt du, aber trotzdem immer so... So ein klein bisschen am Stich. Okay. Okay. Warum? Brauchen Sie noch was zu essen oder zu trinken? Nein, ich habe alles. Wunderbar. So. Können Sie wirklich einfach so Feierabend machen? Natürlich. Wir haben hier eine sehr flezive Gleitzeit. Ist das eine Lederhose? Ja, Bison-Leder. Echtes Bison-Leder. Oh. Das klingt gut. Ich mag keine Lederhose. Sind Sie da, sind Sie jetzt voll unterscheiden? Bitte schön. Moment. Soll ich warten, bis die rausgefahren sind? Ja. 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 Was für ein tolles Auto. Jetzt passen Sie auf, wenn ich Ihnen das mal anmache. Hören Sie mal. Und spüren Sie. Oh ja, das sagt was. Finde ich auch. So, los geht's. Erzählen Sie, Ari, wo kommen Sie denn? Also, es ist Kentucky kommen Sie, ja? Ich komme aus Kentucky, ja. Okay. Es geht nur. Ja. Ich kann Ihnen doch vertrauen, oder? Aber natürlich. Ich bin da ein bisschen paranoid, weil, wissen Sie, ich habe im Moment ein paar Probleme. Okay. Was gibt's denn? Ich habe vertrauen, wenn ich Leute kennenlerne. Ja. Ich glaube, Sie sind ein guter. Ja, ist so. Ich wäre falsch in diesem Beruf. Ja. Wenn ich mir irgendwelche Dinge von Leuten zunutze machen würde. Wissen Sie, ich habe ein paar nicht so nette Menschen kennengelernt, seitdem ich hier bin. Okay. Und tatsächlich wenig nette Menschen. Ich hoffe, ich kann das jetzt mal wieder ein bisschen ausgleichen. Das wäre schön. Also, Sie machen sich zumindest ganz gut, wenn ich das sagen darf. Oh, Dankeschön. Okay. Ich wollte Ihnen nur hier was zeigen, falls Sie irgendwie so klassische Autos, also so Klassiker mögen. Hier soll in den nächsten Tagen der Classic Club entstehen. Der Classic Club? Oh, einen Moment. Mein Handy? Nein. Oh, nein. Eine Sekunde. Ja, hallo? Hallo, wer ist da? Kommen Sie gut nach Hause. Was war das denn? Was war? Ich weiß nicht. Die Stimme kam mir bekannt vor. Es war unbekannt. Da meinte jemand nur, nun kommen Sie gut nach Hause und hat aufgelegt. Okay. Frag mich. Ich fahre mich wirklich wie hin nach Hause. Komm, heute ist die Nacht. Ich fahre Sie nach Hause und ich bringe Sie nach Hause. Aber der Weg ist da viel zu lang vom Norden. Ach. Was denn? Wir fahren ganz gemütlich. Genießen hier die frische Luft. Was? Was? Können Sie mir doch mal sagen, was da hinkommt? Entschuldigung, das Telefon hat mich leider unterbrochen. Ja, ein Automobilclub. Ein richtiger Club? Ja, ein Club, bei dem die Leute hier mit Klassiker und Oldtimer quasi da sind, dabei sind und sich einfach freuen, dass die Dinger noch fahren. Das ist ja eigentlich richtig toll hier im Norden. Ich wusste so wenig darüber. Ach, hier gibt es noch viel. Aber wie ist es mit der Natur? Ich meine, hier ist es gerade noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wüstiger, aber es ist noch ein bisschen, gibt es auch viel Grün im Norden? Na, es geht. Also hier haben wir jetzt gerade eine Ansammlung von ganz viel Grün. Nein, es gibt natürlich schon die eine oder andere Möglichkeit, mehr Grün zu sehen. So, das hier. Oh, das ist ja schön. Das ist der Alamuse. Das ist wirklich sehr schön, das gefällt mir. Ja. Ich kann da bestimmt fischen, schwimmen. Ja, das kann man alles machen. Wenn Sie wollen, dann zeige ich Ihnen mal meinen Lieblingsplatz. Da wollte ich mir ursprünglich ein Haus kaufen. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Okay. So, nochmal schöner Blick. Sehr, sehr schön. Gibt schönere Blick. Oh doch, ich finde das wirklich tatsächlich sehr schön. Wissen Sie, in der City kann man nur von einem Haus aufs nächste gucken. Ja, das stimmt. Da findet man sich mal ein bisschen eingeengt. Ja, wenn man Pech hat, hat man einen wunderschönen grauen Beton vorm Fenster. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Wobei ich im Westbochi Beach ganz schön finde. Ah ja, gut. Mit Blick. Wohin? Beton oder Wasser? Eigentlich eher Wasser. Nur ist der Strand leider so dreckig. Aha. Also ich habe schon saubere Strände gesehen. Ah ja. Ja. Das freut mich. Viele Firmen hier oben im Norden? Doch, die ein oder anderen hier. Ja, also hier ist auf jeden Fall Crapeseed die Ecke. Und hier sind gerade die Bauern natürlich viel unterwegs. Hier gegenüber, was auf der anderen Seite hier ist, ähm... Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Moment. Sehen Sie, ich wollte doch mit Ihnen hier hin. Also falls ihr irgendwann angenommen werdet auf den Server, hier könnt ihr noch sauviel machen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall hier. Das meiste Grundstücke hier, die gehören zu dem Großfarm, zu dem Farmer Watson. Der Farmer Watson? Äh, Wilson. Was rede ich denn? Okay. Ich bin verwirrt. Ich kenne die Leute hier ja gar nicht. Der Farmer Wilson, okay. Ja. Ist das ein hohes Tier hier im Norden? Naja, er ist halt Farmer, der hat viel Land. Und dann gibt es noch Klaes. Ähm, der hat auch recht viel Land hier. Ach. Und, aber die haben hier Gott sei Dank keinen Platz. Streit. Das macht das Leben hier für mich ein bisschen leichter. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich könnte mir nicht Schlimmeres vorstellen als streitende Farmer. Oh ja. Dann ist das schlimmer wie Kindergarten. Wirklich? Oh, sie sind jetzt zwei erwachsende Männer, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, wenn sie sich solche Landeier erstmal in die Haare kriegen. Oh je. Oh je. Ja, das stimmt. Da haben sie wahrscheinlich recht. Oh, hier ist es doch schön grün. Oh, hier ist es wirklich sehr schön. Ja. Ich sag dir, ein paar grüne Stellen finden wir hier schon. Ja. Wir haben sogar einen Einkaufsladen, also einen Shoppingladen mit Klamotten. Oh, wo ist denn die Klamotten so? Naja. Das ist immer dasselbe. Die kaufen wohl alle immer mit demselben Hand rein. Ja, aber wenn das hier wächst. Das Auto kann wirklich alles. Das Auto ist genau dafür ausgelegt. Ja. Und das macht auch Spaß hier. Das ist doch gar nicht unangenehm. Ja. Diese Hüppel. Ach, wissen Sie, das gefällt mir eigentlich sogar ganz gut gerade. Zusammen mit Ihrer Stimme. Ja, auf jeden Fall, Herr Skinner. Ja. Ich glaube tatsächlich, hier waren wir letztens wandern. Okay. War es schön? Ja, es war schön, aber wir haben eben von einer Frau vom weiten Schrein gehört. Und Frau Collins hat die ganze Zeit große Geschichten erzählt. Okay. Ja, war es dann wenigstens auch gruselig. Ähm. Ja, ein bisschen. Aber ich war sehr mutig. Ich hatte wirklich nur wenig Angst. Das ist gut. Aber hier ist es doch nicht gruselig. Also es gibt doch keinen Grund dazu, oder? Nein, da gibt es keinen Grund hier dazu. Ach, der Herr Weiß ist aber gelogen. Naja. Vielleicht hat er selbst Angst hier. Ja, das glaube ich auch. So. Sehen Sie hier? Ja, das haben wir hier. So, Vorsicht, da kommt noch mein Muppel. Ja. Nicht, dass Sie mir aus dem Sitz fliegen. Naja, alles gut, ich halte mich. Ich halte mich fest. Ah, ist schon vorbei. Oh. Oh, wie gehört das Haus aktuell? Ja, momentan ist nicht auszufinden, um herauszufinden, wem das gehört. Und, naja. Oh. Okay. Ja, aber das ist natürlich... Das ist natürlich richtig schön am Wasser. Nein, wissen Sie, das Haus hier. Das wollte ich eigentlich haben. Ach so, das hier. Ja, aber dürften Sie dann auch den Steg mit benutzen? Natürlich. Das gehört ja hier dann alles dazu. Das ist ja unfassbar schön hier. Das hier wäre natürlich auch ein schönes Haus. Ja, aber... Aber es ist aber dann sehr abgelegen. So bin ich mit Sandy Shores eigentlich zu finden. Sandy Shores. Ja, stimmt. Ja. Das war dort, wo das Sheriff Department ist. Wo mein Haus steht. Ja, ich weiß. Ich muss noch bei den Namen gerade an was denken. Aber alles gut. Ah, okay. Gucken Sie. Hatten Sie nicht mit meiner Freundin Melody auf der Party geredet? Äh. Mit Melody, ja. Habe ich mal ein paar Worte gewechselt auf der Feier, aber... Wir hatten heute nur über Sie geredet, wissen Sie. Aber nur Positives. Oh. Das freut mich. Was sagt sie denn? Ja. Ich habe sie gefragt, ob ich mit Ihnen geflirtet habe. Ich musste sie heute da ein bisschen über die Party ausfragen. Ja. Da meinte sie aber... Ja, nö. Nicht wirklich. Nein. Aber sie hat auch nicht so viel mitbekommen, glaube ich. Sie war ja nicht immer da, glaube ich. Das waren ein, zwei nette Komplimente. Ach, die würde ich Ihnen bestimmt auch jederzeit wieder geben. Ja, ich Ihnen auch. Komplimente sind ja okay. Ja, das stimmt. Oh, kommen Sie. Okay. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ich falle so leicht. Nur nicht. Äh, okay. Dann reicht es bis hier. Stopp. Okay. Ähm, ja, ich wollte... Sehen Sie diesen Ausblick hier? Da kann man sich auch mal gehen lassen. In Kentucky fahre ich auch mal an so einem See. Mhm. Herr Skinder, ich sollte nicht weiterreden. Alles gut. Okay. Meine Geschichte ändert immer in... Ja, wir kennen uns ja noch nicht so gut. Ich sollte lieber nicht. Aber es ist wirklich sehr schön. Also, wenn Sie... Wenn Sie ein trauriges Ende haben, oder... Naja, vielleicht ist es ja ganz gut, dass Sie mal was loswerden können. Ich werde es mit Sicherheit nicht weitererzählen. Aber kommen Sie. Fahren wir weiter. Okay. Dann kommen Sie auf andere Gedanken. Das ist ein sexuelles Ende. Ich darf uns damit aufhören. Das ist auf, Lady. So. Jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge vom Norden gesehen. Und eigentlich auch gar nichts, oder? Nur ein bisschen was. Auf jeden Fall. So. Jetzt können wir entweder noch eine... Ach, das machen wir. Wir fahren hier einfach mal... Die Richtung... Wollen Sie aber... Oder wollen Sie mal einen Highway fahren mit dem Auto? Das macht auch Spaß. Bitte nochmal? Was haben Sie gesagt? Wollen Sie auch den Highway mit dem Auto fahren? Das macht auch Spaß. Ja, ich darf ja eh nicht fahren. Ja, wollen Sie mal fahren? Ja, ich will tatsächlich fahren. Ich weiß doch, dass morgen... Morgen ein erster Hilfekurs ist, nur... Ach, ist halt nicht so gut. Haben Sie den Führerschein schon? Nein, noch nicht, Herr Skinner. Ach, wissen Sie was? Haben Sie ihn zu verkaufen? Mit der falschen Identität? Fahren Sie. Warum machen Sie mir das Auto nicht kaputt? Aber Herr Skinner, sind Sie sicher? Fahren Sie. Okay. Wissen Sie noch, wie das hier geht? In Kentucky bin ich immer ohne... Ja, ich weiß... Nee, wie geht das denn? Ja. Einfach. Jetzt steht er momentan auf N. Wie? Neutral. Ja. Dieser Gang. Drücken Sie den Knopf und stellen ihn auf D. Und dann geben Sie einfach entweder Gas... Oder Sie bremsen. Mehr nicht. Aber nicht zu viel Gas. Lassen Sie es langsam angehen. Eine Sekunde. Ich guck mal, ich überleg mal, was weiß ich denn noch? Was weiß ich denn noch? Oh! Das weiß ich noch! Wie sieht es mit dem Rückspiegel aus? Sehen Sie hinter sich oder ist es verstellt? Der ist... Nein, der ist noch richtig gut eingeschaut. Oh mein Gott, das geht als bin ich aber nervös. Wissen Sie nicht. Der ist... Das ist... Hier ist das Auto hier. Das ist Susi. Susi... Ja. Susi ist nicht eifersüchtig. Susi hört immer sehr gut. Und Susi ist sehr, sehr nachsichtig. Okay, da bin ich ja froh. Nein, leider habe ich den Fahrzeugschlüssel, glaube ich nicht. Können Sie vielleicht den Motor anschalten nochmal? Das habe ich doch... Ähm... Ja... Moment. Ich habe das tatsächlich extra gemacht mit dem Motor. Als die erste Option ist. Ich dachte, es muss... Es muss aber nicht, dass ich das ohne Fahrzeugschlüssel nicht machen kann. Oh mein Gott. Ähm... Ich halte es in den Blinker setzen. Ja. Probieren Sie es nochmal. Okay. So. Macht nichts. Kann ja mal passieren. Ich weiß nicht, Eskina. Ich glaube, es sollte wirklich doch nicht nur den Führerschein. Schaltung auf D. Und dann ganz langsam Gas geben. Nicht zu viel. Wir fahren auf Sand. Das macht Spaß. Das ist aber ein... Ich hatte ein altes Auto. Wissen Sie, ich habe... Das ist ja hier ein Automatikauto, richtig? Ne, ist es nicht. Oh, Entschuldigung, Eskina. Es ist so lange her bei mir. Und ich habe keinen Führerschein. Entschuldigung, Eskina. Ich war in Gedanken. Ähm... Ja, kein Problem. Verstehe ich. Tut mir leid. Also, ich würde gerne den Hebel auf D stellen. Leider ist das völlig anders als das Auto, das ich damals gefahren habe. Das macht nichts. Das ist ganz einfach. Ich lehne den Hebel schon fest. Ich habe einen echten Führerschein. Bitte noch einmal. Also, ich könnte... Nichts dementsprechend stehen. Fahrzeugmechaniken. Gehts Auto einsteigen. Ihr wills Auto einsteigen. K-Kofferraum öffnen. L. Fahrzeug auf und zu schließen. Er liegt flach. Ist mir so leid, ey. Aber finde ich eigentlich gut. Naja, ich weiß doch, wo der Blinker ist. Ja, jetzt nehmen Sie mal den Hebel in die Hand. Herr Skinder! Ich möchte das sehr bitten. Haben Sie was dagegen, wenn ich mal ganz kurz auf die Toilette gehe? Nein, habe ich nicht. Alles gut. Ich wusste nicht mal, dass es wirklich eine Funktion gibt für die Automatik. Ich drücke natürlich aus Reflex jetzt D. Ich habe schon alle aus Reflex D gedacht. Oh Gott, der arme Mann. Entschuldigung, ich stelle mich tatsächlich nicht blöd an. Ich habe einen Führerschein, meine Güte. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das hier im Spiel funktioniert. Oh Gott. Also wie gesagt, ich habe halt Fahrzeugmechaniken, aber... Okay, jetzt gemacht. Oh. Nope. Nope. Ich habe mir für Lucky 5 direkt dieses... Scheidung ist nur... Aber ich sehe doch rechts hin. Ich sehe doch rechts hin. Oh Gott, das ist so weinig. Ich wusste, ich weiß nicht. Das sind Sachen, die ich absolut nicht weiß. Ich habe jetzt noch mal nachdenken, Eskinder, sollten Sie lieber fahren. Nein, das ist schon in Ordnung. So, also jetzt nehmen Sie den Hebel fest in die Hand und dann drücken Sie den Knopf und stellen den dann auf D. Und genau, jetzt können Sie schon langsam... Krass geben. Oh, warte, Eskinder, ich versuche es noch. Ich muss meinen Fuß hierhin packen. Ja. So. Ja. Ich schaffe es, Eskinder. Ja, Sie machen das gut. Sie machen das gut. Eskinder, es ist fast da. Ich schaffe es. Sachte, sachte, sachte. Ja, sachte, okay. Ja. Jetzt gleich ist es. Ah, ich habe es geschafft, Eskinder. Ja. Hey, und verstanden. Wieder bremsen. Bremsen wieder langsamer. Ah, okay, ja. Geht es Ihnen gut? Ja, kennen Sie den Spruch? Haben Sie heute schon mal gemickt? Ja. Echt? Da fahren Sie einfach ein Stück und gehen mal voll in die Eisen. Dann können Sie mich was fragen und ich stimme Ihnen automatisch zu. Es sollte aber eigentlich möglichst sanft sein, oder? Ja, das haben Sie jetzt sehr gut gemacht. Ach, Sie sind gut angefangen. Eskinder, finden Sie mich gut? Oh, okay. Ich finde Sie sehr gut. Sie machen das toll. Da haben Sie gemickt. Ich habe gemickt. Ja. Aber ist das nicht illegal? Ich sollte das wirklich nicht tun. Ach, wer soll denn schon was sagen? In Ordnung bin ich da. Schief. Ach, Eskinder. Ich will wirklich nicht Ihr Autokörper machen. Das tun Sie nicht. Ich vertraue Ihnen. Sie fahren ganz toll. Oh, bis hier ein bisschen langsamer. Einfach rollen. Oh, hoch. Ja. Wenn Sie ein bisschen rechts in den Wellen fahren, dann haben Sie da wieder so schöne Huppen. Oh, das mache ich mal. Oh, das sollte ich vielleicht auch nicht machen. Ich mache es lieber nicht. Okay. Hier kommt eine Bodenwelle. Okay, aber... Ups. Aber... Ich hoffe, das ist auch... Oh Gott. Das ist ziemlich steil hier unten. Ja, das stimmt. Eskinder, wir werden die Ski wieder zurückfinden. Ich hoffe, das müssen Sie auch, wenn Sie sich hier auskennen. Ach, Sie wollen gar nicht zurückfinden. Dann fahre ich nachher zum Zurückfahren. Ja, dann muss ich wohl hier zelten. Sie können noch ein Stück fahren. Es tut mir so leid, ne? Ich wusste das wirklich nicht. Ich dachte, das wäre... Weil das Auto hier schien so viele Sachen drauf, die man machen muss. Ich dachte wirklich, die haben es irgendwie eingebaut, dass du wirklich erst auf... Dass du halt jetzt auf neutral bist und erst mal einen Gang einschalten musst. Also, Sie machen das echt gut. Ja. Ja, der Führerschein kann fast kommen. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen weniger Angst davor. Ja, aber ich finde, es hatten Sie den... Sie haben auch das... Sie hatten das Lenkrad auch gut im Griff. Haben. Ich hatte... Ja. Ich darf uns nur keine Emission Ski noch. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, wenn so ein Herr Weiß um die Ecke kommt, wäre das wirklich nicht gut. Das ist eine Überprüfungsfahrt. Und ich schaue mal, ob ich Ihnen noch ein paar Tipps geben kann für die Führerscheinprüfung. Ihr kriegt das schon. Oh, das wäre ganz gut. Naja, zuerst muss ich ja eh den Erste-Hilfe-Kurs machen. Mhm. Naja, das hat ja nichts mit Autofahren zu tun. Jetzt habe ich die Mühe gegeben. Ja, aber ich habe ja Entschuldigung. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich sehe es. Okay. Ich habe tatsächlich eine Menge Angst vor dem Erste-Hilfe-Kurs. Warum? Naja, wissen Sie, ich habe da mal einen gemacht in Kentucky. Und das war ganz seltsam, weil irgendwann meinte der... Darf ich hier langfahren, Herr Ski, ne? Ja, dürfen Sie. Okay. Sie machen das gut. Ich muss zur Lenkung und... Sie machen das ganz toll mit dem Gas. Das haben Sie gut im Griff. Ja, ich bin reif und muss sehr, sehr vorsichtig. Sehr gut. Na ja, auf jeden Fall mussten wir im Erste-Hilfe-Kurs dann unsere Oberteile ausziehen, um die Mund-zu-Mund-Badung zu üben. Und ich bin mir befeuernlich sicher, ob ich da im richtigen Kurs war, wissen Sie? Sie mussten die Oberteile ausziehen, um Mund-zu-Mund zu beatmen. Deswegen glaube ich, der Kurs erzählt überhaupt gar nicht erst genau. Ähm, na ja, haben Sie denn noch... Oh Gott, nein, das war wohl der falsche Kurs dann. Ja, oh je. Ach, drehen Sie ruhig nochmal um. Okay. Jetzt kann ich meine Rückkehrsgänge ausprobieren. Ja, genau. Und jetzt wieder den Hebel fest in die Hand nehmen. Den Knopf drücken. Ich bin richtig fest in die Hand, Herrsker. Ja. Ja. Und... Ach, Sie haben es ja schon gemacht. Entschuldigung. Ja, das ist... Es geht mir doch irgendwie im Blut. Wie gesagt, ich konnte eigentlich fahren. Äh, also... Ja, Sie machen das prima. Ich dachte nur, es wäre ein bisschen komplizierter Herrskinder. Wissen Sie? Ja. 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 Das ist tatsächlich sehr angenehm. Links oder rechts? Wünschen Sie... Suchen Sie sich was aus. Oh, links. Okay. Ich mag das. Eine Frau, die die Entscheidung treffen kann. Oh, das war jetzt ein Stoppschild überfahren. Meine Kinder, da haben Sie ja recht. Ja, also, bei solchen Dingen, wenn Sie ein Stoppschild sehen, ähm, also, es reicht nicht nur das Sehen, also, wenn Sie an eine Kreuzung ranfahren oder eine Abbiegung und ein Stoppschild ist da, dann müssen Sie anhalten, ob noch Verkehr da ist. Wenn nichts kommt, dann können Sie weiterfahren. Genauso befindet es sich, wenn auf der Straße eine Beschrift da ist, die Stopp-Aussage, genau. Ja, aber jetzt, genau, wenn ich jetzt so mal nachdenke, wie die alle in der City fahren, ich habe da wirklich noch niemanden gesehen, der vernünftig fährt, die so ein Seil, die Führerscheine mal wegnehmen, wegnehmen. Hm. Fahren wie die besenkten Säue. Das mag sein. Ja. So, hier mal links. Oh, Herrskinder, Sie haben schon wieder geneckt. Ja. Ja, ich stimme zu. Das nächste Mal halte ich Sie fest, dann denken Sie nicht so sehr. Oh, das ist nett. Ah. Entschuldigung, Herrskinder. Ich hoffe, die Hose ist nicht zu eng, das könnte sonst schmerzhaft sein. Ach, Bisonleder ist flexibel, das passt schon. Oh, das ist ja gut, ich mache mir schon Sorgen, rechts oder links. Sie wollen bestimmt zurück zu Ihrem Sheriff's Department, oder? Fahren Sie, wie Sie möchten. Ich habe noch Zeit. Ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt dann ins Bett möchten, ich fahre Sie dann natürlich nach Hause. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen, danke schön. Ja, das macht schon Spaß. Ja. Ich bin unter Fahrrad gefahren, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, Fahrrad ist auch eine schöne Sache. Vor allem gibt es ja manchmal so schöne Trails, die man dann fahren kann. Ähm, mit kleinen Hindernissen. Wirklich? Kleinen. Mhm. Ich habe noch gar nicht gesehen. Kann ich Ihnen mal zeigen. Hauptsache, das ist nicht am Hafen bei der Kartbahn. Nee, waren Sie schon mal? Ich habe keine gute Erfahrung mit. Ja. Sind Sie schon Kart gefahren? Ich bin schon Kart gefahren, aber ich hatte dann irgendwie plötzlich Bauchschmerzen bekommen. Es soll einfach nicht sein, wissen Sie. Ah, ich verstehe. Ja. Mir ging es da wirklich nicht so gut. Ah, ein paar Mal zu fest wurde dagegen gefahren oder ist jemand reingefahren? Ach, ich kam gar nicht erst zum Kartfahren. Ach so. Was war das Problem? Naja, ich hatte vorher, wie gesagt, ganz heftige Bauchschmerzen bekommen und musste auf Toilette und als ich wieder fertig war... Also, ich meine, ich habe mir ganz lange die Hände gewaschen, Herr Skinner. Ich verstehe das schon. Und als das dann fertig war, dann, ja, ich musste, ähm, ja, da war nichts mehr mit Kartfragen. Ach, komm, erzählen Sie mir das nicht. Sie können mir schon sagen, welches Handyspiel ist es denn? Sie spielen bestimmt irgendein Spiel, was Sie lieben. Herr Skinner, da haben Sie mich jetzt aber erwischt. Ach, wusste ich es doch. Moment, ich kann ja versuchen hier. Obwohl, ist es okay, wenn ich vorwärts reinfahre? Ähm, Sie können auch stehen bleiben hier. Okay. Dann mache ich das mal. Motor ausschalten. Einfach jetzt den Knopf drücken, genau. Ah, beziehungsweise reicht es eigentlich. Ja, so ist es auch gut. Ich habe eine Modifikation hier einbauen lassen. Eine Modifikation? Dass ich einen schönen Knopf habe. So. Ich dachte, es ist ein bisschen umweltschoner. Ja, wollen Sie denn noch ein bisschen bleiben? Oder sollen wir noch eine kleine Tour machen? Über, äh, so in Richtung Stadt. Ich weiß gar nicht. Es ist schon sehr spät. Na dann, das Auto fährt nicht so schnell. Fahren wir einfach nochmal gemütlich, oder? Okay. Dankeschön. Dankeschön nochmal. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Sehr gerne. Wohin müssen Sie denn? Ich müsste zum Stadtpark. Zum Stadtpark? Ja. Ja, zum Hotel dort? Genau, genau. Okay. Hm. Da muss ich mir jetzt gerade einen geeigneten Umweg überlegen, dass die Fahrt noch lange dauert. Ach, jetzt, genau. Ja, das ist Bösarian. Hör auf damit. Wir müssen nur etwas leiser vorfahren. Ich will meinen Verlobten natürlich nicht wecken. Ja, das verstehe ich. Aber, ähm, ja. Das war wirklich sehr schön hier. Ja, also der Norden hat auch noch viel zu bieten. Es gibt ja noch so ein Skatepark, also so ein Skaterpark. Ähm, ja. Ein Skaterpark, ne? Ja, mit vielen so Hürden und Schanzen und so Zeug da. Die Jugend steht da irgendwie drauf. Also irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass man hier mehr Freizeitaktivitäten hat als in der City. Man muss sich einfach nur ein bisschen zu beschäftigen müssen. Das können viele in der City nicht. Aber ich glaube, der Alkoholpigel ist ja auch ordentlich genau wie in der City, oder? Ha. Kann man machen, muss man nicht. Man hat auch so Spaß, glauben Sie mir. Na ja, Hörskinder, ich muss leider zugeben, ich saufe sehr gerne. Das ist mein großes. Ja, ich auch. Ich sauf zwischen, ja, ich trinke mal gerne meinen Whisky. Hier rechts ist das Yellow Check-In, eine echt coole Bar. Kann ich mal empfehlen. Oh, wie sind denn so die Eröffnungszeiten? Ja, ich kann wahrscheinlich auch auf Venture nachgucken. Ja, frühe Abend ist meistens der Fall. Ja, Venture müssen Sie mal gucken. Oh, sehen Sie? Ja, ich habe gerade das Stück hochgeachtet. Na ja, ich fühle mich jetzt aber schon ein bisschen sicherer. Ich hoffe, ich kriege das für mich wahrscheinlich schnell hin. Das passt schon. Hier links ist Mann, Golds und Söhne. Das ist nochmal ein Abschleppunternehmen und Reparaturservice. Jetzt zeige ich Ihnen mal was cooles. Jetzt bin ich aber gespannt, der Skinder. So lustig einfach, so lustig. Was wegen Eddie am Lügen ist, der Skinder, was Ariana das haben könnte. Oh, das ist ja lustig. Ist ja nicht cool. Das ist so cool. Ja. Das fällt ja richtig auf. Ja. Ich dachte, das wäre was. Gehört das schon wem? Nee. Boah. Ist doch cool, oder? Das ist so cool. Ich hoffe, hier kann man irgendwann mal ganz gut... Ist ja wirklich für Kinder wäre das ja sehr schön. Warum für Kinder? Ich meine, wenn man hier so lang fährt und sagt, guck mal, da links. Ja, zumindest ist das ein schönes Diner. Hätte ich mal Bock. Wissen Sie, welche Burger ich am liebsten mag? Nein, welche? Ein Burger mit einem schönen Patty-Fleisch drauf und auf diesem Patty wird noch mal schöner Cheddar-Käse draufgelegt und dann wird noch mal ein Patty draufgelegt. Der wahre Burger. Ja, die sind ja richtig abenteuerlustig. Ja, zumindest was den Magen angeht. Ja. Ja, das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist wirklich schön. Und wie gesagt, sehr auffällig. Ist ja auch mal... Ich weiß nicht, das sollten sich vielleicht ein paar hier mal zum Vorbild nehmen. Das zieht, glaube ich, ganz viele Menschen an, sowas. Ja, man muss es nur richtig vermarkten. Das stimmt. So. Ah, aber ansonsten... Was sagen Sie? Ist doch ein Abenteuer mit dem Auto. Ich liebe es, mit dem Auto zu fahren. Gerade bei diesen... Ich meine, wir haben es hier ja nie kalt. Hält man immer gut aus. Zur Not kann man sich nochmal ein dünnes Jäckchen anziehen. Da haben Sie recht. Was transportieren Sie denn eigentlich mit dem Auto? Ich meine... Sie fahren es doch nicht mehr einfach so, oder? Ach, Sprunk. Ich liebe Sprunk. Ja, ich habe gehört, irgendwie... Das ist ja rechtlich angesagt. Viele mögen Sprunk. Okay. Wahrscheinlich sind das nur Nachahmer. Oh. Aber Sie haben nichts mit dem Unternehmen zu tun? Nein. Leider nicht. Okay. So ein Werbevertrag mit solchen wäre schon cool. Ach Gott, das Zeug massen. Ein weißes Haufen. Das war schön. Einfach, dass es die dann komplett grün streichen als Werbung. Schon kommen sie alle. Ja, nur mein Howdy, Stranger. Das muss dran stehen bleiben. Ich wollte gerade sagen, das Howdy war ja schon grün. Das war blau. Das war blau? Nein, das war grün. Ich sollte vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Oder wir gehen zum Gleichen. Das ist vielleicht für mich auch. Ja, vielleicht. War es wirklich blau? Mein Gedächtnis. Oh Gott. Der ist ja toll eingefädelt. Oh ja, ist doch schön. Jetzt hat man was zum Norden gesehen. Ähm, okay. Ist ja gar nicht so weit bis zur Stadt. Ne. Leider. Wieso leider? Dann sind wir gleich da. Herr Skinner! Ja. Sie sind mir ja eine. Oh Gott, ich glaube, ich habe wirklich mit Ihnen geflirtet, oder? Nein, haben wir nicht. Nicht direkt. Versprochen. Versprochen. Außerdem haben wir uns nichts vorzuwerfen, ja. Doch, ich habe mir schon ganz schön was vorzuwerfen. Ich bin verlobt. Hm. Okay. Ich meine, er war auch ganz schön betrunken. Obwohl, wissen Sie... Sie haben mit Eddie, glaube ich, wirklich angemacht. Er ist ein Liebenswerter. Natürlich. Und Sie auch? Da habe ich auch keinen Zweifel. Oh, vielen Dank, Herr Skinner. Dankeschön. Ich frage mich tatsächlich wirklich, ob Eddie sowas auch mal passieren würde. Vielleicht betrunken flirten. Naja, ich würde... Oder passiert ist. Es ist wirklich nichts, ähm... Und nichts passiert, wofür man sich schämen müsste. Ja, dann ist es ja gut. Ah, ich weiß... Ariane weiß nicht, dass Melody... Dass er Melody küssen wollte, oder? Ich glaube eher nicht, das hast du mir nicht gesagt. So. Mhm. Ja, ich sag ja, hier ist die Aussicht. Na ja, direkt aufs nächste Haus. Ja. Ach, wissen Sie, das Licht hier. Es ist manchmal, es ist schon schön, äh... auf die Stadt zu gucken, die Beleuchtung, die ganze Beleuchtung zu sehen. Aber es ist so ein künstliches Licht. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist alles einfach nur künstlich. Ist nicht so mein Ding. Ja, das stimmt. Sehe ich aber genauso. So, waren Sie hier auch schon? Ein schöner Blick auf die Stadt. Oh, ich glaube noch nicht. Okay. Ich glaube noch nicht, aber jetzt habe ich es hier mal gesehen. Ich hoffe, irgendwann, ich hoffe, irgendwann gibt es hier ein schönes Casino, das offen hat. Es gibt ein Casino, aber es hat noch nicht offen. Zumindest ist es da. Ich glaube, das habe ich heute sogar gesehen. War sehr gut. Okay. In der Tat. Ja. Ich bin Sie gerne Casino, Heskina. Hm. Naja, wenn ich daran verdiene, ja. Ich bin dann, ich bin da eher so der Typ für Pferderennen. Pferderennen hält sich, ja. Kennen Sie sich mit Pferden aus? Ja, ich sagte ja, ich bin auf einer Ranch groß geworden. Ach, stimmt. Oh, da bin ich auch ein bisschen neidisch. Warum? Ich mag Pferde. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, die, so eine Pferdestreife, das imponiert schon ganz schön. Naja, ich weiß nicht, ob die Pferdestreife natürlich auf dem Haibe imponiert. Naja, aber in Noten, einfach für kurze Fußwege. Natürlich. Das wäre schon schön. Sag Ihnen, damit kriegen Sie alle Frauen ab. Durch. Naja, alle, alle Frauen wären dabei verrückt. Ein Mann in Uniform, auf dem starken Pferd. Ja, das stimmt. Ein Pferd steht nicht jedem. Aber Ihnen wird bestimmt stehen, Heskina. Dankeschön. Das ehrt mich sehr. Sind Sie schon mal geritten? Also auf ein Pferd. Ja, Heskina, bin ich. Okay. Ich will, ich will, also drüber. Und Sie, Heskina? Sie meinen auf ein Pferd? Genau, auf ein Pferd. Sie können mir natürlich beide Fragen beantworten. Wir sind ja unter uns. Ähm, ja. Ja, für was? Also, Pferd. Okay. Alles andere würde zum Nachdenken anregen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eine ziemlich interessante Unterhaltung, muss ich sagen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Aber ja, ne. Alle Streamer ist auch vor der Liebe. Da habe ich auch schon ein paar Mal heimgeguckt. Oh, hier sieht der Aufenthaltung aus. Alles gut. Oh, ich wollte eigentlich geradeaus falsch eingeordnet. Oh. Äh, Moment bitte. Okay, Heskina. Das da vorne links ist das Winewood alles für die, wie es eben schon dran steht. Ja, das habe ich heute tatsächlich schon gesehen. Sieht recht modern aus. Ja, es ist so eine alte Kiste. Obwohl, ich muss sagen, das BD ist schon sehr schön. Und das Sheriff's Department, das ist sehr symbolisch. Sympathisch. Ja. Das sieht sehr authentisch und sympathisch aus. Nirgendwo anders würde ich reingehen und mich sicher fühlen. Das ehrt mich sehr, Lady. Und, ähm, natürlich liegt mir Ihre Sicherheit am Herzen. Oh, das ist ja lieb von Ihnen. Jetzt hat ja ganz schön viel los auf den Straßen. Mehr hat sonst gemacht. Verzeihen Sie bitte. Ich habe jetzt gerade die Tankfüllung, ähm, besorgniserregend im Auge gehabt. Ähm, ja bitte, was? Oh, ist alles okay? Ja, wir haben noch drei Striche. Ach, dann ist sehr gut. Ach, dann ist sehr gut, glaube ich. Ich hoffe, Sie müssen heute nicht schieben. Ah, dann fahre ich vorher, dann fahre ich vorher zu einer Tankstelle. Ach, wissen Sie, fahren wir über Weingut, dann sehen wir noch ein bisschen was, oder? Ja, das wäre schön. Das ist ja eine richtige Tour, die ich heute bekomme. Waren Sie schon mal oben bei diesem Schriftzug am Berg? Nein, noch nie. Noch nie? Nein. Wollen Sie das denn sehen? Ach nee, heben Sie sich das für die Augen, okay? Okay. Wenn wir da beide rauskönnen, dann machen wir das ganz bestimmt. Okay, machen Sie das. Es ist wirklich ein Blick wert. Und abends, glaube ich, ist das sehr schön. Außer, Sie sind sehr neugierig. Dann fahre ich natürlich nie da hoch. Naja, ich muss sagen, ich war ja schon im Observatorium, das ist ja jetzt nicht allzu weit weg. Aber am Zeichen selbst war ich noch nicht. Ich verstehe. Aber ich glaube, wir machen das bestimmt noch mal irgendwann, aber ich glaube, vielleicht sollte doch Eddie der Erste sein. Sehr gut, finde ich eine gute Entscheidung. Ja. Warte, Skiller, ich habe die ganze Dinge im Kopf, dass ich mit Ihnen geflirtet habe bei der Party. Es ist mir so unglaublich peinlich. Sie haben da nichts Schlimmes gesagt, wirklich. Meine Freundin Melodie hat da... Okay. Was hat sie da? Alles gut, ich werde es jetzt glauben. Ja. Ich werde es jetzt glauben und mehr sage ich auch nicht dazu. Okay. Lieber Chad, ernsthaft. Was ist hier los? Ab zum Schild. Es gibt eine gute Story. Ach, hier bin ich heute die ganze Zeit zu Fuß lang gelaufen. Ich bin so froh, dass ich jetzt ein Fahrrad habe. Ja, das ist doch insgesamt hier auch seine Schildegin. Kennen Sie eigentlich die Sterne hier schon auf den Gehwegen? Die Sterne auf den Gehwegen? Nein. Ja. Ja. Das schimpft sich ja schließlich dann auch der Beinwut Boulevard. Warum sind der Sterne auf den Gehwegen, Herr Skiller? Ah, prominente und wichtige Persönlichkeiten. Oh. Wenn man prominent ist, wird man also einen Stern da? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh. Das hört sich anstrebenswert an. Naja. Ich hätte gerne einen Stern da drauf, aber naja. Hier links ist das Little Italy. Kennen Sie das? Ein Café. Nee, da war ich noch nicht. Sollten Sie sich fernhalten, obwohl Sie einen guten Kaffee haben. Nur ein guter Rat. Oh, okay. Little Italy also. Fernhalten. Nicht hingehen. Ja, ja. Ich muss mir trotzdem nochmal den Namen merken. Darf ich fragen, wieso ich mich fernhalten soll? Es sind einfach Zwielichte gestalten immer wieder dort und da mache ich mir Sorgen. Okay. Was ist denn hier nur los in Los Santos? Na ja, es gibt Gute und es gibt böse Menschen, richtig? Deswegen sind wir ja hier. Um die Bösen auszusortieren. Ich muss sagen, ja, ich habe mehr Erfahrung mit bösen Menschen und wenig Erfahrung mit guten Menschen. Wobei ich jetzt Frau Collins natürlich kennengelernt habe. Herr Carson. Ich zähle weiter, weil es jetzt nicht zu den Guten. Aber der hilft mir manchmal schon. Oder Eddie. Und seine Freunde. Eddie ist ein guter. Ja, genau. Ja, tun Sie mir einen Gefallen. Ja. Passen Sie auf Eddie auf. Nicht falsch. Ja. Der soll sich nicht in Schwierigkeiten bringen und soll brav bleiben, ja. Ich habe es bei der Party versucht, wissen Sie. Und ich glaube, er war nicht wirklich glücklich darüber. Aber ich bereue nichts. Sicher ist sicher. Das stimmt. Was ist das hier für Teams? Okay. Gibt es hier noch etwas Besonderes? Das Gerichtsgebäude kenne ich schon. Ja. Gut, rechts ist das alles, wie die kennen Sie auch schon. Oh ja, das kenne ich sogar richtig gut. Finde ich überhaupt gar nicht so gut kennen, aber naja. Sie wissen ja. Ja, die rechte Seite hier ist quasi so ein Little Chinatown. Oh, wirklich? Ja. Oh, ich mag asiatisches Essen. Ich hoffe, da gibt es mal was. Da gibt es jede Menge asiatisches Essen. Oh, schön. Aha. Das lautet noch okay? Ja. Immer noch alles gut. Weasel News. Keine Sorge. Die nähe sich ab und zu. Ja. Weasel News finden Sie auch hier. Sind die in Ordnung oder sind die reißerisch? Weil bis jetzt, ich habe jetzt Walletou, Walletou und seine Freunde gelesen, das war tatsächlich sehr süß geschrieben, fand ich. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja, gut. Ich hoffe, der Tank, der ist noch voll. Es geht aber mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich will wirklich nicht dafür verantwortlich sein. Ach, alles in Ordnung. Ich kann früh, ich kann ja noch tanken. Außerdem habe ich noch genug Spät. Das ist alles okay. Okay. Meine, ja, wenn Sie es noch zur Tankstelle dann schaffen. Ach, locker. So. Ach, wo fahre ich denn weit hin? So, hier sind wir schon. Ja, das ist mir vertraut. Mhm. So. Sie können mich am Gerichtsgebäude rauslassen. Oder hier. Ja, genau. Ah, wo am Gerichtsgebäude? Ja, das ist zumindest der Block. Der richtige. Okay. Ich kenne mich immer noch nicht so gut aus, aber... Was macht das? Ich laufe hier immer ein bisschen verloren rum. Ach, das macht doch nichts. Wir können ja hier... Wir können ja so lange rumfahren. Bis wir es für richtig erachten. Das ist sehr lieb, Herr Skinner. Den Abend ausklingen zu lassen. Ja. Also sagen Sie Bescheid. Also, Herr Skinner, ja, okay. Dann fahren wir noch eine Runde. Gerne. Autofahren macht ja Spaß. Ja, gerade mit so einem Auto, oder? Ja, das stimmt. Dennis, nochmal danke für den Raid, ne? Du dreckiger Sack, ey. So, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ich lasse sie nochmal zwei Runden fahren. Oh, lieber nicht in der Stadt. Das ist hier mir zu riskant. Ja, das wäre mir aber auch selber zu riskant. Alles ist hier mega kompliziert, ne? Und dann machen die es einfach nicht, dass du auf D schalten musst. So, zu einem Gerichtsgebäude. Genau. Ah, bin ich zu weit gefahren? Nein, aber Sie können mich auch hier rauslassen. Ich müsste hier nur über die Ampel und dann gleich rechts. Also hier, über die Ampel, hier geradeaus? Ja, hier, also... Okay. Hier über die Ampel und dann hier links. Genau, genau, links. So, ich bin nur sicher gehen. Genau, hier ist schon mein Hotel. Ja, hier ist es doch. Nein, nicht hier auf der anderen Seite, aber es ist okay, Heskinder. Ich bin wirklich sehr, sehr dampfbar. So, auf der anderen Seite. Heskinder, es ist wirklich alles okay. Es ist wirklich, wirklich alles okay. Oh, vielen, vielen Dank. So, bleiben Sie bitte kurz sitzen. Wie höflich, wie höflich hier alle sind. Kommen Sie. Dankeschön, Heskinder. Sehr gerne. Das war wirklich ein schöner Abend mit Ihnen. Na, das freut mich doch. Das war kein Date, das war nur ein Abend. Das war ein Abend und ich wollte Sie einfach ein bisschen ablenken von dummen Gedanken. Ja. Und ich wollte Ihnen auf jeden Fall die Sicherheit geben, dass Sie nicht unzüglich waren mir gegenüber bei der Party. Ja, die Sicherheit hier habe ich auch echt gebraucht. Ich fühle mich schon viel, viel besser. Okay. Und ich habe mich auch viel sicherer, also ich habe mich sehr sicher gefühlt, weil ich muss sagen, meine Verkleidung hilft bedingt. Ja. Naja. Ach, wissen Sie, ich fand es, es war auch ein schöner Abend. Einfach ein nettes Gespräch. Ich konnte Ihnen ein bisschen was näher bringen. Sie sind ja noch nicht so lange hier. Und damit ist es doch gut. Ja, da bin ich auch wirklich ganz happy. Heskinder, ich wünsche Ihnen einen sicheren Rückweg. Danke, Lady. Und ich darf Sie gut alleine zu Hause in Ihrem großen Haus. Ach, das macht schon nichts. Okay. Irgendwann findet sich schon die geeignete Bettwärme. Okay, dann gehen Sie rein, grüßen Sie Heidi von mir. Passen Sie auf ihn auf, ja? Okay, vielen Dank. Nicht wundern, ich muss da vorne lang, aber wir sind hier schon richtig. Wo müssen Sie lang? Na dann, ich muss nur hier vorne, rechts in der Ecke, da ist dann der Eingang. Dann begleite ich Sie zur Tür. Oh, es geht, wir sind doch sehr höflich. Ich möchte sicher gehen, dass ich Sie nach Hause gebracht habe. Ja, ach, ich glaube nicht, dass mir hier was passieren kann. Sieht doch hier so einladend und fröhlich und nett aus. Mhm. Überhaupt gar nicht gruselig. Ich muss auf jeden Fall mein Fahrrad morgen beim PD abholen. Ja, okay. So, hier wären wir schon. Okay. Dann, ähm, Ari, war mir eine Freude. Howdy. Dankeschön, Herr Skinner. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie gut heim. Dankeschön. Vielleicht, ähm, auf ein andermal. Auf ein andermal, Herr Skinner. Gut. Ich gehe, wenn die Tür geschlossen ist. Vielen Dank. Tschüss. Howdy. Oh mein Gott, wie... Also erst mal... Ich habe mich wirklich nicht blöd angestellt. Ich dachte, ohne Scheiß wirklich, dass die bei dem Autofahren irgendwas... Die machen das hier möglichst realistisch hier. Das Einzige, was ich habe, ist das hier. Und dann dachte ich, okay, alles klar. Schalthebel da. Und dann habe ich gedacht, ähm... Eddie. Und dann habe ich gedacht, dass, äh... Es wahrscheinlich irgendeine Funktion dafür geben wird, ne? Der Arme. Der tat mir jetzt so leid, der Arme, ey. Ja, aber das war, ähm... Ja. Ariane ist halt treu. Ariane konnte jetzt aber auch nicht da weg. Weißt du? Sie war nur nett. Und es war alles sehr unschuldig. Oh, Mann, ey. Dennis, ich hausse dich. So. Also. Scheiße, wer weiß. Ja, Eddie war... Oder Eddie war vielleicht da und hat nicht geantwortet. Ich weiß es nicht. Der Arme sieht hoch. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid. Ich lese euch vor. Also. Hier geschieht Melody. Er ist übrigens schon Geburtstag. Pass auf dich auf und feierst du nur mit einem großen Stück Torte in Klammern. Aber so, dass du noch in diese wunderbare Ablenkhose passt. Der Dennis ist so ein dreckiger Sack. Dieser blöde Anruf dann auch noch, ne? Boah. Ariane und Skinner, da tut der mir auch irgendwie voll leid. Ariane geht ab in den Norden. Ne, aber das war, ähm... Ich konnte... Also. Es war halt jetzt eine Rundfahrt. Ich konnte halt jetzt so viele Sachen sehen, die ich vorher halt nicht gesehen habe. Das war schon... War sehr... Also ich bin wirklich... Vielen, vielen Dank. Und, äh... Dieses gespielte... Oh, ja. Den, äh... Den, äh... Ich hab euch jetzt wohl einen Umweg nehmen und so. Fand ich so gut. Das war wirklich sehr, sehr lieb. Und, ähm... Ich lock mich aber jetzt mal aus. Ich hab hier sonst nichts mehr, was ich irgendwie... Und ich brauch unbedingt mal, äh... Staple-Motten. Dennis hat den fetten Rap bereitet. War ja mega. What? Was? What? What? Ich denke mir natürlich trotzdem. So. Wir liegen auf den Runden. Und zwar liegen wir in der Runde. Jetzt liegen wir richtig. Ja. So, ne, deiner wäre voll meins. Ja, ich... Ich hoffe, die können das irgendwann bespielen. Also ernsthaft. Und allgemein im Norden da noch ein paar Gebäude. Das Gebäude existiert aber auch wahrscheinlich... In, äh... Im realen GTA. Und die haben dieses Howdy da drauf gemacht, ne? Ach, das war schon... War schon echt süß alles. Ähm... Ich würde gerne mal ein Gespräch zuhören unter euch streamen, wenn die Geschichte zu Ende ist. Wie es genau mit den Dingen an der Abend redet. Ach so! Ja, also wir kennen uns ja... Also ich kenne die Leute alle gar nicht. Renni, mit denen haben wir ja TTT gespielt. Daher kenne ich ihn. Ein paar Runden würde ich auch echt mal wieder gerne machen. Hat echt Spaß gemacht. Renni und JD. Ist ja leider nicht mehr auf dem Server. Hm... Ich hoffe, es kommt mehr mit Skinner. Ja, hat echt Spaß gemacht, oder? Hat wirklich Spaß gemacht. Howdy. Ich frage mich, was ist, wenn Skinner aufgeregt ist? Wie schafft der es mit der Stimme einfach, wenn er irgendwie schreien muss oder so? Ich würde das gerne mal mitkriegen. Das ist so ein Pisser, ey. Hast du die Nummer? Ich glaube, vom SC die Nummer müsste man einfach anrufen, damit man den wahrscheinlich langkriegen. Also kein Name-Dropping, aber... Ja, genau. Ich weiß, Skinner... Herr Skinner ist da auch oft im Chat, ne? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, der und der Streamer... Streamer-Fragen sind jetzt berechtigt. Ähm... Ja, 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 ähm... Bahn fährt oder versucht... Ey, Matsch, da haben sie mich auch alle ausgelacht. Meine Güte! Ich hab... Natürlich weiß ich, wie man die GTA ein Auto fährt. Aber ich dachte, das ist doch etwas komplizierter. Ich hab natürlich jetzt mit dem echten Führerschein gedacht. Mein gut. Meine Güte. Da kann ich auch nicht draufdrücken und fahr einfach los. Das funktioniert auch nicht. Dennis Banjar. Wie denkst du über Kuliane? Das Parkhaus hab ich heute so gefeiert, ne? Ich liebe sie so sehr einfach. Ich liebe sie, ich liebe sie. Ich liebe sie, ich liebe sie. Ich liebe sie, ich liebe sie. Ich liebe sie, ich liebe sie.